Snacken haben so eine Nachtwärter. Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Haus an Haus 2, dem Gaming-Event, der extra klasse neben mir mein Co-Moderator wird. Hi Nils, ich freue mich sehr. Zwei Häuser, acht Leute, 24 Stunden, sehr viele Spiele, das wird super. Das erwartet uns heute tatsächlich. 24 Stunden, wenig Schlaf, viele Emotionen und natürlich viel Competition. Wir haben zwei Häuser zusammengestellt, natürlich zum einen ein Heimteam, Team Rocket Beans, und unsere Gäste vom Team Bondra, jeweils vier Kandidaten mit den Teamkapitänen Simon und Matteo. Und die werden jetzt also in den nächsten 24 Stunden ohne Unterbrechung live gegeneinander zocken. Und am Ende gibt es einen Sieger, einen neuen Hausmeister. So wird es sein und ihr werdet natürlich auch mitspielen können, wie das funktioniert, werden wir gleich sagen. Aber ich würde mal sagen, wir schauen nochmal an, wer Team Bondra eigentlich ist. Für die nächsten 24 Stunden zu Gast im Hause Rocket Beans, Team Bongeva. Angeführt wird die Truppe von Mantel. Der 1,50 Meter breite Mann mit ebenso breiten Trinkgefäßen macht sich breit zum Angriff. Ob auf Bohnen oder Bongevas, wird sich zeigen. Der Teamkill-Torpedo lässt die Chancen auf unseren Sieg jedenfalls zielsicher steigen. Sein kühner Kumpane Leon ergänzt das Team Skillwise. Unerschrocken, ich bin nicht bemutig, stellt er sich Ungeheuern und anderen Unheimlichkeiten. Ein weiteres Ass im Ärmel, Zankereien in den eigenen Reihen gibt es kaum. Ich hasse dich! Da in besagten Reihen meist mehr Glück als Verstand vorherrscht, haben sie sich für heute von außen Verstärkung geholt. Bühne frei für Shorty. Mit einer schwungvollen Prise Elan wirbelt sie sich in die wilde Bande und unterstützt Team Bongeva mit zielsicheren Schüssen. Let's go! Außerdem ein Platz im zweitbesten Team bei Haus an Haus ergattert hat Edo P. Die Rimworld-Koryphäe hat seine Kolonien verlassen, um im Kampf gegen die Könnerinnen im Rocket Beans-Kosmos anzutreten. Kampfmaschine bin ich jetzt. Ist Team Bongeva hart genug, um die Schlacht zu bestehen? Mann, Bongeva ist ein richtiger Hippie-Haufen. Hier ist nichts hart. Ja, das sind sie, die Herausforderer. Und wir schalten direkt mal runter in das Haus. Könnt ihr uns hören, liebe Leute da unten. Hört ihr uns? Hallo! Hallo! Hallo, wie geht's an euch? Hallo! Welche Kamera ist denn das? Die? Äh, eine von denen. Alle, alle. Alle, okay. Ja, wie seid ihr drauf? Ihr seht gut aus, ihr lacht alle, ihr strotzt vor Energie. Klar, das war eine richtig geile Mats gerade. Ja. Wir sind ready. Ja, nächstes Jahr werdet ihr in einer Mats zu sehen sein und jetzt könnt ihr daran arbeiten, wie ihr darin aussehen werdet. Wollen wir uns drauf. Hoffentlich ein Sieger, ne? Da geht's. Klar. Die wollen gar nicht lang schnacken, die wollen gleich sofort loslegen. Ja, ich merke das schon. Das Problem ist, wir haben alle Kaffee getrunken und wir trinken nie Kaffee. Ja, oi, oi, oi. Wir haben jetzt gerade unser High und danach gibt's einen harten Absturz. Ja, wahrscheinlich. Ja, Kaffees abführen, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Okay. Oh oh, wusste ich nicht. Also, noch sieht es sehr karg aus bei euch. Ihr wisst natürlich, ihr könnt euch im Laufe des Abends, der Nacht und des Morgens durch Credit-Punkte auch Stühle, Couch, Sitzsäcke und so weiter dazu verdienen. Also, es wird nicht ewig so karg bleiben. Wir haben ja die Liste und wir wollen einfach alle Snacks wegkaufen von den anderen. Also, jegliche Snacks. Man muss sich Ziele setzen. Dann macht das. Wir freuen uns sehr auf euch. Ganz viel Spaß und wir schauen uns jetzt mal an, wer eure Gegner sind. Für die nächsten 24 Stunden gefangen im eigenen Haus Team Rocket Beats. Nachdem die Wahl von Teamkapitän Simon für das Heimspiel in der Heinrichstraße feststand, wurden die Kandidatinnen unter falschen Vorwänden ins Haus gelockt. It's a trap! It's a trap! Hochmotiviert stehen ihm also heute zur Seite Gunnar. Der Mann mit den tausend Gesichtern stellt sich größenwahnsinnig jeder Gefahr. Wer ihn kennt, weiß, hinter den liebenswerten Kulleraugen verbirgt sich das pure Böse. Fehlendes Skills gleicht er mit perfiden Psychotricks aus. Und apropos Ausgleich. Da es uns wichtig ist, dass das Haus auch nach Haus an Haus noch steht, brauchen wir neben den beiden wahnsinnigen Wagemütern natürlich noch etwas gelassenere GesellInnen in der Waagschale. Die Wahl fiel logischerweise auf Krogi. Der explosive Entertainer mit seinem schier endlosen Repertoire an Enthusiasmus, braucht keine Energydrinks, um sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Und last, aber definitiv not least, die wunderbare Nasti. Mit steten Skill und außergewöhnlicher Ausdauer rundet sie den Cast der Hamburger Bohnen perfekt ab. Ihr Ass im Ärmel, etliche erquickende TikToks zum Erhalt des Enthusiasmus. Können die Bohnen, die Bonjwana beim diesjährigen Haus an Haus rasieren? Wir gehen rein. Team Rocket Beans. Sieht vielversprechend aus. Wollen wir mal auch in das Haus Rocket Beans, in Haus 15 mal reinschauen? Alle Bizeps flexen. Bizeps flexen. Komm, komm, zeig, zeig. Das haben die gehört. Zeig, zeig, zeig. Zeig euren Bizeps. Oh ja. Schon recht beeindruckend. Der Bizeps ist weiter unten. Okay, ja. Nicht so schlecht. Ja, ja. Wir haben's gerade gesehen. Gunnar hat kurzfristig abgesagt. Oder, so gibt es einige Theorien, es war von langer Hand geplant, dass Team Bonjwa sich in Sicherheit wähnt. Und dann wurde Gunnar ersetzt durch Chiara. Hallo Chiara, ich freu mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ja, freut mich noch auch, dass ich da bin. Und Dean auch. Ja, und Dean auch. Ja, das war sehr spontan. Aber ich dachte mir, ich wollte eh den ganzen Tag Videospiele spielen, also kann ich's auch hier machen. Und dabei noch ein paar Leute rasieren, ist doch ganz geil. Wie heißt Dean eigentlich mit Nachnamen? A4? Wow. Das haben wir ja noch nie gehört. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Guter Gag. Jury. So, ihr seid auch bereit? Ihr habt gute Laune? Habt ihr auch Kaffee getrunken oder andere Substanzen? Ja, aber für uns ist das ja nix Besonderes. Wir trinken halt Kaffee. Trinken das den ganzen Tag. Das ist unsere Krücke. Ohne Scheiß. Wir haben, Krogi wird uns Yogi beibringen. Also Krogi ist der Yogi für euch. Aber Yoga mach ich, ne? Yoga. Mit A statt I tatsächlich. Wir machen die Kleinen und die Großen Kroga. Aber diese Meister heißen doch Yogi, oder? Ja, die schweben. Ja, das hab ich erwartet. Ja, hier schwebt keiner. Also, du schwebst gar nicht. Wir sind erdig, geerdet. Na gut, okay. Wir sind die geerdeten hier. Ja. Mal schauen, wie lange das bleibt. Vielen lieben Dank für eure gute Laune. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Also, euch auch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg wird. Lass uns doch mal einen kleinen Überblick geben, was heute so passiert, wie die Teams gewinnen können. Genau. Wir haben 24 Stunden. Wir werden 24 Spiele spielen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Spielen. Es gibt Speedruns, es gibt Versus Games. Und bei diesen Spielen gibt es Siegpunkte. Für das erste Spiel gibt es dann einen Siegpunkt. Für das zweite Spiel gibt es zwei Punkte. Für das dritte drei. Und es geht so weiter und so fort. Beim 17. Spiel gibt es 17 Punkte. Theoretisch könnten die 24 Stunden auch vorgezogen beendet werden, indem ein Team 17 Spiele hintereinander gewinnt. Was wir natürlich nicht hoffen. Das gab's noch nie in der Geschichte. Das gab's noch nie in der Geschichte von Haus an Haus. Ansonsten werden wir die 24 Spiele durchspielen. Und bei den Versus-Spielen spielen die Leute gegeneinander, die kennen sie ja auch schon. Und hier waren wir transparent, haben wir gesagt, dürft ihr vorbereiten. Genau. Und wir haben auch gerade in der Pre-Show ja auch schon ausgiebig über die Spielregeln gesprochen. Falls ihr das verpasst haben solltet, gibt's jetzt noch mal ganz schnell von uns eine Zusammenfassung. Es gibt natürlich die eben besagten Siegpunkte. Das hast du ja grad erklärt. Daneben gibt es eine zweite Währung. Das sind die Credits. Die bekommt man eben auch für die Spiele. Das heißt, fünf Punkte für den Verlierer ziehen, für den Sieger. Und mit diesen Credits kann man hier auf Einkaufstour gehen. Da haben wir auch eine kleine Grafik vorbereitet. Genau. So sieht sie aus. Und in diesem Shop kann man eben mit diesen Credits, ja, zum Beispiel Snacks kaufen oder Stühle. Stühle. Man möchte ja nicht ewig auf dem Boden sitzen. Aber die sind auch begrenzt. Also wie wir sehen, wenn das eine Team sich eine Couch gekauft hat, kann das andere Team sie nicht mehr kaufen. Sie kann sie allerdings klauen. Aber wie? Wie das funktioniert, das erklären wir euch jetzt. Denn jetzt kommt ihr ins Spiel. Zu Beginn solltet ihr einmal auf rocketbeans.tv gehen, euch dort kurz registrieren. Und dann könnt ihr nämlich mitspielen. Ihr könnt euch nach erfolgreicher Registrierung für ein Team entscheiden. Seid ihr Team Bonjoa oder seid ihr Team Rocket Beans. Achtung, diese Wahl bleibt für das gesamte Event. Permanent. Ihr könnt nicht einfach sagen, ey, fünf Minuten vorher. Oh, ich wechsle doch mal schnell das Team. Das funktioniert nicht. So ist es. Und wenn ihr euch dann entschieden habt, dann könnt ihr in Interaktionen gegen das andere Team spielen. Wir haben drei verschiedene Spiele für euch im Petto. Eins haben wir in der Pre-Show gezeigt. Das war Schiffe versenken. Und dann könnt ihr in diesen Spielen was für euer Team gewinnen. Was denn wird? Genau, es gibt die Aktionskarten. Hier haben wir auch welche gehabt. Da können wir die auch noch mal einblenden. Die sind recht mächtig. Die gibt's nur einmal. Also es gibt acht verschiedene. Das heißt, wir werden acht Spiele spielen, um diese Aktionskarten zu bekommen. Als zweite Runde gibt's zum Beispiel Credits. Man kann zum Beispiel Credits für die Teams gewinnen. Die kriegen dann halt die Möglichkeit, dann im Shop was einzukaufen. Oder jetzt gibt's noch mal die dritte Möglichkeit. Und zwar ist es das Glücksrad. Mit dem Glücksrad können die Sachen klauen. Das Glücksrad funktioniert so. Team A hat, also Community A hat für Team A das Glücksrad gewonnen. Und da werden alle Items von beiden Teams auf dieses Glücksrad gepackt. Auch die Aktionskarten, keine Verbrauchsgüter. Und dann wird das Glücksrad gedreht. Und wenn jetzt Team A auf ein Feld kommt mit einem Stuhl von Team B, bekommt Team A den Stuhl von Team B. Aber kommt das Glücksrad auf das Feld von Team A mit dem Stuhl, kriegen sie nichts, weil sie besitzen es ja schon. Also die Aktion mit dem Glücksrad ist nur dazu da, um Sachen zu klauen. Das heißt, ein Team, das viele Sachen gekauft hat, hat natürlich auch eine höhere Chance, die Sachen noch wieder zu verlieren. So sieht das aus. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Falls nicht, im Laufe der Sendung werdet ihr es mit Sicherheit verstehen. Das ist gar nicht so schwierig. Also, auf Rocket Beans TV seid ihr herzlich dazu eingeladen, für euer Team mitzuspielen und es zu supporten. Und sie werden das auch merken. Denn sie wissen genau, wann ist eine Community-Interaktion. Und wenn sie dann leer ausgehen, sind sie enttäuscht. Und wenn ihr sie zu einem Bonus bringt, dann freuen sie sich. So, wir haben auch zwei verschiedene Kategorien, die heute gespielt werden. Das eine sind Speedruns. Da geht es darum, dass man parallel das gleiche Spiel spielt, beide Teams und derjenige, der schneller an ein vorher vorgegebenes Ziel kommt oder in einem vorher festgelegten Zeitfenster weiter in diesem Spiel kommt, der gewinnt diese Runde für sich. Was ist die zweite Kategorie? Die zweite Kategorie sind Versus Games. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass wir sagen, die Teams spielen jetzt gegeneinander attacken, das Gewinnerteam hat dann gewonnen. Also, es ist sehr offensichtlich bei den Versus Games, weil es einen klaren Sieger und Verlierer gibt. Bei den Speedruns müssten wir es natürlich eingrenzen. Da haben wir natürlich Siegbedingungen. Entweder die kommen zu einem bestimmten Punkt oder die haben dann nach einer Stunde dann halt die meisten Levels absolviert. So sieht das aus. Und ihr seid natürlich jetzt schon sehr, sehr neugierig, welches Spiel als erstes gespielt wird. Und wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Das hier ist das erste Spiel. In voller Teamstärke starten unsere Teams auf eine große Reise durchs Pilzkönigreich. Mario, Luigi, Toad und der Rest der bunten Bande stellen sich Bösewicht Bowser und seinen Schergen. Dabei geht's hier weniger darum, die olle Prinzessin zu retten. Wichtiger ist, wer in der zur Verfügung stehenden Spielzeit mehr Level und Welten erfolgreich abschließen kann. Also ran an die leckeren Pilze und los geht's. So, und bevor wir noch loslegen, wollen wir natürlich noch was erklären. Und zwar oben in der Ecke seht ihr ein kleines Zeichen. Das heißt Werbung. Diese gesamte Sendung ist natürlich Werbung. Wir haben hier irgendwie zwischendurch noch verkaufte Sponsoren und so weiter. Wir haben Sponsoren, wir haben verkaufte Sendungen, wir haben verkaufte Shows, wir haben Items, die zum Teil verkauft sind. Aber redaktionell haben die keinen Einfluss drauf. Denn diese Show muss ja auf irgendeine gewisse Art und Weise finanziert werden. Und wir wollen halt einfach transparent mit euch sein. Deswegen zeigen wir das Ding ja jetzt auch nach oben. Vielen lieben Dank übrigens an diese Partner. Das muss man auch mal sagen. Ohne unsere Partner wäre eine Show dieser Größenordnung überhaupt nicht zu stemmen. Und deswegen, ja, vielen lieben Dank, dass ihr an Bord seid. Und wie du gesagt hast, wir haben natürlich trotz dieser Partner redaktionell vollste Freiheiten. Das war uns wichtig. Ganz genau. Und was wir euch jetzt noch zeigen wollen, ist natürlich das Community-Spiel. Ihr habt jetzt gesehen, das Spiel, was unsere Mädels und Jungs gleich spielen werden, das ist Super Mario. Aber was spielt unsere Community oder die Bondra-Community? Sieh mal. Sieh mal. Ich guck mal. Und es ist ein Click-Battle. Ah, das Click-Battle. Der Cookie-Clicker. Der Cookie-Clicker, genau. Da kommt es darauf an, schnelle Finger zu haben. Und vor allen Dingen auch Ausdauer. Ja, denn, ähm, ihr werdet das gleich sehen. Wie gesagt, ihr auch draußen, ihr könnt für eure Teams diese Aktionskarten, Credits oder das Glücksrad gewinnen. Ja. Und, ähm, wir gucken nochmal kurz in die Teams rein. Also, sind die alle vorbereitet für New Super Mario Bros U? Wir haben elf oder so. Super ready sind wir. So ready. So ready. Ich hab mein ganzes Leben lang nur Super Mario gespielt. Okay. Wir sind alle bereit. Sieht gut aus. Okay. Kann win werden auf jeden Fall. Sie spielen auch mit. Wollen wir loslegen? Grab die Controller. Oh, wir können loslegen. Wollen wir loslegen? Es gibt natürlich ein, es gibt natürlich ein akustisches Zeichen. Ganz genau. Wir, wir werden gleich ein kleines Zeichen abspielen. Einen Startschuss sozusagen. Ähm, dann geht es für beide los. Ähm, es spielen natürlich alle vier gleichzeitig. Ja, das ist das Tolle an diesem Spiel. Ja. Ich glaub, alle sind bereit. Ja. Dann, dann würde ich sagen, nach dem Bapper, gehen wir los. Ich wünsche mir das zu klein. Können wir das überstrengen, wenn wir ganz oft A drücken? Los geht's. Okay. Ich kann anfangen. Okay. Wie geht's los? Ja. Ich hab einfach Aktion. Okay, okay. Team Bonjo hat schon leichte Schwierigkeiten. Gab's noch ein Menü gewesen? Ja. Was muss man machen? Nach rechts kommen? Nee, einfach so nix. Ich hab's noch nie gespielt. Alles wirklich mal an. Ah, hier. Wir halten uns natürlich jetzt ein bisschen zurück, denn jetzt hier reden acht Leute durcheinander, da müssen wir nicht auch noch viel drüber sprechen, deswegen halten wir uns mal ein bisschen zurück. Laufen oder was? Ja. Ja, dann sollst du schnell viele Level schaffen. Nee, aber Stick ist, glaub ich, was umgekehrt. Um wie lang geht das Segment? Weiß ich nicht, man. Wir können ja sagen, was das Ziel ist, und zwar, hier ist es, so weit wie möglich zu kommen, die Welten so schnell wie möglich abzuschließen, und bei einem Unentschieden, beziehungsweise wenn sie in der gleichen Welt landen, zählen die meistgelösten Levels, und falls die alle noch beide im gleichen Level sind, die beiden Teams, dann das Team, das als erstes das Level abgeschlossen hat. Genau, das ist wichtig zu wissen, dass die Welten abgeschlossen werden können, ohne dass man alle Level macht, und da muss man dann eben so schnell wie möglich weiterkommen. Guck mal, Bonschweiß schon unterwegs, ja, weißt ich nicht, keine Ahnung, wir lassen das so langes Intro. Sehr, sehr lange Cups, wir können ja noch mal vielleicht ganz kurz in die Häuser reinschalten und einmal die Regeln noch erklären, dass das auch klar ist. Nee, doch nicht. Hallo. Hallo. Könnt ihr uns hören? Ja. Ah, sehr gut. Um Unklarheiten zu müssen, sehr gut, vielen Dank, ich hoffe euch auch, ich frag aber nicht nach, weil das würde zu lange dauern. Ähm, wir wollten noch einmal ganz kurz für Klarheit sorgen, dass ihr auch alle auf dem selben Stand seid und das Ziel des Spiels verstanden habt. Yes. Ihr wisst ja, in diesem Spiel, was ihr jetzt spielt, gibt es mehrere Welten. Ziel ist es, so viele Welten wie möglich abzuschließen. Okay. Innerhalb dieser Welten gibt es Level. Ihr müsst nicht alle Level abschließen, um die Welt zu erobern. Ja, das heißt, es geht darum, möglichst viele Welten abzuschließen. Solltet ihr die gleiche Anzahl Welten am Ende abgeschlossen haben, zählt die Anzahl der Level innerhalb der letzten Welt. Ich glaub, die haben's verstanden. Kann man angreifen? Ja, die haben's verstanden. Auf den Kopf springen musst du. Und bei gleicher Welt dann das Team, das dann als erstes das Level absorbiert hat. Okay, okay. Kann man ein Doppeljub machen oder so? Äh, oben mit X und X und X. Das ist dann ein Krimschwerder. Ich hab's verstanden. 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 Und noch vielleicht ein Hinweis schnell, bevor's hier im Chaos untergeht. Unser, äh, Klickerspiel, unsere Interaktion auf der Webseite, die funktioniert, ähm, dann über den Interaktions-Button, über das Joypad. Und wenn der dann dongelt und die Interaktion losgeht, dann wird das auf der Website zu sehen sein. Oh, ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich guck mal hinten durch. Checkpoint, checkpoint. Oh, was hab ich denn gemacht? Hey, Bonjo hat das erste Checkpoint erreicht. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich hab vielleicht die Dings geweckt. Jump nach rüber, jump nach rüber. So, da sehen wir unseren Cookie-Clicker. Mhm. Ach so. Quasi ein Energiestrahl. Links natürlich Team Rocket Beans, rechts Team Bonjo. Und jetzt müsst ihr eifrig klicken. Jetzt gerade führt Team Rocket Beans mit 52 Prozent, 53 Prozent. Nee, warte, das ist nicht Team... Das ist nicht Team Bonjo, rosa, rosa. Oh, du hast völlig recht, mein Fehler. Ja, Orange oder Lachs farmed ist Team Rocket Beans, aber was wir schon mal sagen können, Team Rocket Beans hat schon das erste Level absolviert. Oh, jetzt ist Team Bonjo auch? Uiuiuiui. Also ich kann ja mal kurz die Seite auf berufen auf Rocket Beans.tv und zeigen, wie das ungefähr hier bei uns aussieht. Jetzt reden natürlich noch alle durcheinander, das ist sehr chaotisch, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, das wird nach einigen Stunden ganz anders sein. Ja, wir haben hier gerade gesehen, Hauself gewinnt. Ja, Hauself hat den ersten Klicker gewonnen. Oh nein. Warte, ich komm hin. Ich bin dauernd. Gehen einfach rechts in die Röhre rein. Okay, wir müssen nicht alle... Wir müssen rechts weiter sein. Sprint, 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 sprint. Let's go, let's go. Oh, okay. Sprint, sprint, sprint. Ich bin drüben. Also da hat die Bonjo-Community einfach schneller geklickt. Ja. Definitiv. Das ist doch schwer, ey. Es ist aber... Ja, rett uns. Oh, du musst jetzt aber... Ja, ja, ja. Nicht verklappen. Sehr gut. Wir haben sogar so ein Checkpoint, glaube ich. Alle wieder da. Hä, wenn alle tot sind, rede ich einfach ganz schnell los. Ja, ja, ja. Oh, wenn nicht so weit geht, du tust uns. Mit der Schulter-Taste springt der noch mal ein bisschen länger, ne? Ich hol euch die Blasen. Oh, die kommen nicht. Wir sind zu tief. Oh, ey, du kannst eher drücken, dann wird die Blasen zu dir gehören. Also, die Blasen muss eher drücken. Lass uns die Blasen holen. Ja, ich pass so. Okay, wir sind durch. Okay, so mit Entschuldigung. Let's go. Einfach durch, einfach durch. Einfach durch. Okay. Okay, wir sind durch. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Einfach weiter. Einfach weiter. Oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh! Ah, so, ja. Oh Gott. Äh, was? Ich komm mit runter. Okay, so Rocket Beans hat ein Bonuslevel genommen, während Team Bonnar einfach weitergerannt ist. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist, dann noch so ein extra Level abzuarbeiten? Ich gewinne! Oh, die sind gleich auf, glaub ich. Guck mal, ich hab´s ja. Ich hab´s ja. Wir haben euch geholt jetzt auch noch. Komm, wir töten mal hier jetzt, komm. Das tuten mal hier. Oh, hast du gesehen, so Dead geht down. Aber das Gute ist, das Level ist erst. Die sind alle erst tot wenn, also. Das Level ist nicht beendet, wenn alle tot sind, also muss man. Okay, so let's go. Ich glaub, ihr müsst mich noch einsammeln, danke. Okay, ich bin Erster. Ja, einfach rein, einfach rein, einfach rein. Nächstes Leben, nächstes Leben. Muss man ran? Nee, nee, let's go. Für mich sieht's bei Team Rocket Beans aus. Haben die das Level beendet? Oh, oh, sehr schnapp, ja. Team Rocket Beans minimal hinten. Da kommt's natürlich jetzt auch drauf an, dass man diese Karte halt möglichst clever zum Ende bringt, ne? Und nicht unnötige Level hier noch ausspielt. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, in den Shop zu gehen oder so. Ja, das ist ja, das ist ja. Wir lassen nicht den Shop kaufen. Sind wir hier drauf? Ich hab keine Ahnung, ob wir drauf sind. Komm, 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 komm. Team Rocket Beans. Das ist so slow, Alter. Ja, die teams, wir alle, wir hängen da oben. Da wie kann man nicht viel mal haben? Der hat das in die... Der hat das in Fehl. Ist das rechtst ein Level oder nicht? Nee, das ist ein Kauf. Nee, das ist ein Kauf. Nee, oder ein? Alter, wie heute? Du bist in den Kopf gesprungen. Ich bin in den drei gejumpft. Du bist der Ecker. Ja, klar. Oh, links, links. Hol die Pilze, das ist ein Leben. Mann, ihr habt doch alle Pilze eingesammelt. Oben bin ich, hol sie mich gut. Aber ich dachte, können wir die teilen? Könnt ihr, ich kann schließen, bitte. Ist das hier? Hör doch vorzulaufen, bitte. Ja, ja, hab den Pilz, dann bin der Junge. Hab den Pilz, ich bin eine Maschine. Hört ihr auf, denn so langsam zu sein? Ja. Alles gut, Matteo. Versuch's nicht so schnell zu machen. Okay, hast du durch? Finde ich gestreckt, Matteo? Ich bin nicht in den drei gejumpft. Mann, ich jump hier einfach rein. Nutz das, ne, ne? Warum ist der jetzt wieder runtergefallen? Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz in die Häuser schalten, liebe Regie. Ja, kann doch nicht in den Raum machen. Okay, wir lassen Sie zurück. Ja, lassen Sie mich einfach zurück. Liebe Freunde, angefangen bei Rocket Beans. Verlasst euch nicht stören, spielt einfach weiter. Ihr würdet gerne einmal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten, dass ihr einmal alle sagt, wer ihr seid. Fangen wir mal an bei Team Rocket Beans. Simon, wer bist du? Simon ist Mario, Nasti? Luigi. Ah, Krogi? Ich bin der gelbe Pilz. Ah, und Chiara? Ich bin pink. Ah, vielen lieben Dank. Äh, Problem, ich komm hier nicht hoch. Team Bonjoa, könnt ihr einmal der Reihe nach sagen... Ich bin Mario. Ich bin Tudette. Ich bin der tote Luigi. Ja, okay. Okay, let's go, wir gehen einfach schon rein. Shorty, wer bist du? Shorty ist Tudette. Ich bin Tudette, genau. Ah, okay. Hilfe. Vielen lieben Dank. Das freut unsere Zuschauer. Weitermachen. Mhm, weitermachen. Ist ganz knapp hier, ganz knappe Geschichte. Ich hab kein Leben mehr. Kopf an Kopf. So ist das Leben, Edu. Komm ein bisschen hinten. Ho, ho, ho. Ich bin drin, ich bin eine Maschine. Matteo, mach super, komm, komm, komm. Ey, warum bin ich so gut in diesem Spiel? Ich hab nie gespielt. Oh, ich hab ihn in Shorty gefunden. Ja, ich hab ihn. Let's go, let's go. Achtung, aber du hast wieder reingesucht. Ey, ja. Ey, hey, mach viel aufpassen. Jetzt pass auf, bitte mach vorsichtig. Mach vorsichtig. Nimm den Pilz, nimm den Pilz. Ja, ich nimm den Pilz, ich nimm den Pilz. Da komm ich, da komm ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können einfach hier hoch. Ja, ja. Let's go, jetzt. Ich will uns gegenseitig töten wieder. Ich bin, ich bin tot. Jetzt der Bosskampf. Ah, okay, ich bin, ich hab, kann ich reingehen schon? Ja, ja, geht rein. Aber man tun bestimmt mit. Bestimmt. Geh jetzt mal weiter. Du's nehmt von. Oh, Team Rocket Beans fällt jetzt ganz weit nach hinten. Ja. Die müssen das Level nochmal von vorne starten. Da sind alle zu zweit drin jetzt. Aber davon muss Buncher den Bosskampf zu zweit schaffen. Oh, da kommt Gelby zurück. Ich muss sein Kopf. Oh, 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 oh. Oh, jetzt ist nur noch Mario. Ja, Mario, du musst die befreien. Du musst die Blasen drücken. Und dann kriegt der, oh, da hat er Glück gehabt. Oh, der hat den geopfert. Warte, ich komme, ja. Das war gut. Der Stomp hat gut funktioniert. Ich hab Matteo. Let's go. Hab ihn? Ja, das macht er gut. Sehr gut. Du bist ne Maschine. Den ersten Boss erlegt. Ja, aber es ist doch egal. Wenn wir die Welt abgeschlossen haben, einfach weiter. Bam, bam, bam. Nee, wir brauchen Leben, Matteo. Sonst sind wir Game Over. Wie weit sind die anderen? Chat, wie weit sind die anderen? Du hast Leben bekommen. Nein. Du, man muss nicht dein Leben riskieren, so zu fragen. Jetzt sind die Rocket Beans doch etwas ins Hintertreffen geraten. Ja. Ein bisschen. Also ein bisschen gesessen, der Tod hier. Hey, lass mich doch mal mit meinem ... Sehr, sehr ärgerlich. Ah! Das Problem ist, wenn man jetzt Panik bekommt und denkt, ich muss aufholen, dann macht man Fehler. Oh gut, wir sind durch. Jetzt kommt der Bosskampf. Wir sind gespannt, wie sie sich da anstellen. Halleluja, Jesus Christ. Yes, 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 yes. Oh, der ist wütend. Ist das der kleine Bruder von dem Johnny? Toadette hat nur ein Leben. Ach so, es wird so viel. Okay, ich dachte, er sagt noch was. Ja, ich dachte auch. Hey, du bist blöd. Die warten noch. Oh, mir kam es an, dass Rogi auf seinen Kopf gesprungen oder auf seinen Stachel. Schön. Aber das weiß man ja auch nicht, dass man diesen Bowsers nicht auf die Stacheln springen darf. Das ist ja eine ganze ... Oh, was ist hier los? Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh mein Gott. Also das war enttäuschend. Das war echt enttäuschend. Zu viert gegen den Mini-Bowser. Das ist einer seiner Kinder. Das ist einer der Cooperlinge. Kann es sein, dass wir noch einmal von vorne müssen, wenn das durch ist. Nee. So, Fragen. Nein, nein, nein. Oh Mann, Mann, Mann. Das passt auf wertvolle Zeit. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das nicht schaffen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist, zu viert gegen den einen Mini-Bowser zu verlieren. Der hätte auch nicht gedacht. Also der hat ja einen nach dem anderen weggehauen. Ich komme mit R. Ich komme mit R. Ich komme mit R. Warte, komm her, Matteo, komm her. Oh, guck mal, hier gibt es den Multi-Yoshi. Pass auf die Pflanze auf. Pass auf die Pflanze, Pflanze, Pflanze. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Warte, schnapp dir einen ... Ich habe Quillen. Gelber Toad, gelber Toad, hol dir einen Yoshi. Oh, das ist kein Yoshi. Nein. Am besten nicht, eh du zusammen. Ich bin wieder gestorben. Weiter, mach einfach weiter. Oder ist die Krone. Lassen Sie die ... Egal, nur ein. Leon, ich komme jetzt. Damit wird Toilette zur Prinzessin. Aber, okay, die Krone wird auch nicht genommen. Oben rechts, oben, oben rechts. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich brauche jetzt, ja. Ja, oder Yoshi, Yoshi ist mit dem Pilz. Ich kriege den Pilz nicht, lass uns weiter, lass uns weiter. Der Pilz, den kriegst du noch, der kommt doch gerade hoch. Oh, da sind sie wieder, da sind sie wieder. Nein, 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 ihr springt euch gegenseitig auf den Kopf, das ist das Problem. Ah, der erste Storm hat gesessen, ja. Und die wollten eigentlich nachtreten, da ist er am Boden. Das ist es, das ist es. Aber ich wusste es, ich wusste es, die springen sich gegenseitig auf den Kopf. Ja, das haben sie gut gemacht. Ja, sehr gut. Oh, er ist tot. Oh, stark. Das ist T-Spirit. Oder? Wir stehen da alle auf einem Haufen. Wie lange geht die Sendung noch? Ja, weg da mit dir, weiter geht's. Next, next, next. Ich wette, Leon hat das für eine komplette Leidung. Speedrun geht noch 22 Minuten. Das ist das Gute, dass man das zu viert machen muss. Ja, zwei, ja. Aber kann man es überhaupt alleine rocken, weißt du? Man muss es ja zu viert spielen. Nein, 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 die Aufgabe ist schon wirklich, dass sie zu viert spielen sollen. Alleine schaffen die es nicht. Das geht nicht. Wie sieht es bei Team Bondro aus? Wie weit sind die da? Haben die das Level absolviert? Alles gut, ich habe nur eins. Wenn wir leben, bekomme am besten ich und Mario. Ja, jetzt sieht es schon anders aus, das Level. Ich scheine mir dann ein Level weiter zu sein. Es ist noch nichts entschieden. Rein theoretisch kann ja auch Bondro einmal wieder scheitern. Also komplett. Oh nein, Pflanzen! Ja, ja, die Pflanze überfordert die gerade. Ich kann nicht schwimmen, ich bin hier unten drin. Oh, das ist Secret. Ja, Pils, let's go. Let's go. Ich bin reingesprungen, ich habe Pils, ist egal. Nein, 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 das ist nicht gut. Der hat mich gesnackt. Das ist nicht gut, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Die werden einer nach dem anderen gesnackt von der Piranha-Pflanze. Ich verstehe es. Aufrecht, aufrecht. Das muss die Aufregung sein. Wir sind sehr aufgeregt. Oh, das ist der Kaffee. Ich will hier, glaube ich, nicht aufpassen. Ja, dann gehen wir weiter. Oh, jetzt kommt ein Hammer, Bruder. Oh, Hammer, Bro. Oh, oh, ja. Oh, ist der runterfallen noch? Ich brauche einen Pilz und Barrio auch. Barrio braucht einen Pilz. Jetzt brauche ich hier mal... Ja, ja, komm her, komm mit. Ja, ich bin jetzt da. Die Matteo einfach ignoriert wurde. Oh, der ist nicht so. Den will ich, den will ich, den will. Lauf, lauf, lauf. Warte, warte, warte kurz, warte kurz. Ich höre dir schon mal alles hier. Was bin ich? Lass uns auf unten lang. Ich bin da reingeschaut, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Oh, nein. Oh, den Hammer gedodged. Sehr gut. Pilze drauf. Feuerblumen. Feuerblumen. Wie schwein. Okay, mein Wort kommt, der Tür fordert. Okay. Aber Leon macht es gut. Step by step. Nicht so vorrennen. Ich bin da abgeschmiert, weil ich dumm bin. Der räumt hier erstmal alles frei mit seinen... Oh, verliert die Feuerfähigkeit. Egal, weiter, einfach weiter. Oh, To Dead ist auch down. Oh, ich brauche aber einen Pilz. Na gut, scheiß drauf. Ich rutsche einfach runter. Einfach durch. Einfach durchrutschen. Oh, To Dead gedektoriert. Ja, ja. Ich habe dich. Hammer. Boot. Das ist Hammer, Jutsch. Kann ich nicht mehr geprüft? Sehr gut weggebrochen. Sehr gut, danke. Die kommen gut voran. Die kommen gut voran. Also, die verlieren zwar ein nach dem anderen, aber sie kommen irgendwie voran. Oh, ja. Sehr schön. Let's go. Ich glaube, die kommen gut durch, oder? Ich habe sogar ein Leben bekommen irgendwie. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Jetzt gehen wir zur Burgshütte und Leben kaufen für Gelb. Oh, ja. Ah, guck mal. Ah, es ist gleich in diesem Level. Aber sie müssen ein Leben nachkaufen. Und Simon hat es gerade gesagt, Gelbi hat hier nur noch ein Leben. Und To Dead nur noch zwei. Nein, nein, nein. Die Super Mario-Steuerung ist 1A, Chiara. Oh, nein. Auch hier, wie weit sie auseinandergezogen sind. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Das ist hier jeder für sich. Ja, sehr gut. Simon hat sich noch ein Leben. Killed den Hammer, Bro. Ja, Checkpoint. Sehr gut. Simon, nein. Aber das sind so Situationen, diese unglaubliche Ungeduld. Man sieht ja, das kann nichts werden. Wie ein Lemming in den Abgrund gesprungen. Das ist ein guter Vergleich. Oh, du leckerfüllst. Oh, du leckerfüllst. Oh. Das ist natürlich auch schwierig, den Überblick zu behalten. Seine eigene Spielfigur nicht aus dem Auge zu verlieren. Und es ist halt auch so, wie Nassi vorhin gesagt hat. Jedes Mal, wenn Power-Up eingesammelt wird, fließt am Bildschirm kurz. Aber hast du hier auch gerade gesehen, wie Luigi quasi geopfert wurde einfach? Niemand achtet drauf, dass er am linken Bildraum Probleme bekommt. Alle laufen weiter. Auch Luigi selbst sagt das den anderen nicht. Die Kommunikation ist hier dann auch ein bisschen entscheidend. Ja, das ist hier jeder für sich. Also das muss ein bisschen besser werden. Ja. Aber Level wurde beendet. Immerhin. It's something. Geil. Kann ich das haben? Guck mal. Oh, Team Bonjar. Auf dem Weg zum Bowser. Ja. Sehr schön. Oh, Mario. Oh, Lava. Oh, Leander Cary ist tot. Ja, ist down. Kann er sich auch zufrieden? Kann er sich Leben klauen? Ja. Okay, wir laufen weiter. Oh, und auch Galbi hat nur noch ein Leben. Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Weil sie hätten sich Leben kaufen können im Shop. Das kostet natürlich Zeit. Und die springen sich gegenseitig im Kopf. Das ist sehr gefährlich. Gelb ist tot. Gelb ist tot. Aber Luigi und, äh... Aber Edo-P, Edo-P... Uiuiui, sie weiß, sie muss warten. Aber Edo-P hat noch sechs Leben. Der macht das. Geil, willkommen. Da kommen sie alle wieder. Haben sie alle wieder zurück. Oh mein Gott. Nicht in die Lava landen. Warum dürften die jetzt wiederkommen? Weil Edo-P glaube ich, hat ein Leben gesammelt. Für alle. Okay. Ich glaube, es wurden genug Münzen gesammelt. Oh Gott. Und der Daumen. Eine Person noch da. Nicht sterben, nicht sterben. Ich try. I try. Oh, das ist vielleicht die Chance für Team Rocket Beans. Könnten wir es vielleicht noch mal im Split sehen? Wie weit ist Team Rocket Beans? Ist das dasselbe Level? Ja, ist das selbe Level. Da geht er auch. Tut der die direkt wieder. Oh nein. Geht auch in die Suppe wagen. Aber jetzt sind sie wieder gleich auf. Minimal. Bondra vorne. Das ist spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir es wirklich wieder auf Augenhöhe. So schnell kann das gehen. Das sind 10, 15 Sekunden. Guck dir mal die Lebensverteilung an. Also da ist bei Team Rocket Beans tatsächlich nicht mehr viel vorhanden. Da muss man sich ja vielleicht im Shop Magetas sich im Shop ein paar Leben kaufen. Die muss man sich ja spielen, glaube ich. Okay, Team Bondra ist weiter vorne, weil sie vom Checkpoint aus starten. Team Rocket Beans ist vorhin beim Checkpoint gestorben. Oh, ToDaddy geht down. Guck mal, wie Luigi einfach vorgeht und alle ignoriert. Ja. Alle bleiben hinten. Es mangelte Kommunikation. Aber es wird gar nicht kommuniziert. Oh, ToDaddy und Mario noch im Leben? Nein, nein. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, sehr gut. Nein, nein. Jetzt muss man. Geduld, Geduld. Er riskiert es. Er riskiert alles. Aber da müsste gleich ein Checkpoint sein. Ja, er wartet jetzt auch nicht. Nein, nein. Oh, mein Gott. Simon. Ja, da ist das. Game over. Alle nehmen weg. Nein, so funktioniert das nicht, Gronkh. So funktioniert das nicht. Ja, ich glaube nicht. Aber wir waren eh nicht weit. Ja, aber das war die Chance. Guck mal, Team Bondra, wie sie sich anstellen. Ja, da haut die Wahrheit rein wie ein Colony. Oh, mein Gott, hast du das eben gesehen? Ja. Team Rocket Beans muss ganz von vorne anfangen. Das ist ein Totschlag-Argument. Ja, sie sind einfach zu viel gestorben. Sie haben sich einfach nicht konzentriert. Sie wollten durchrushen, haben nicht miteinander kommuniziert. Guck mal, wie die jetzt rennen. Ja. Es passiert, Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Und das Schlimme ist, was sie ja hier auch nicht verstehen, die Leben, die sie hier in diesen vermeintlich einfachen Leveln verlieren, das wird ja hinterher zur Hypothek. Guck mal. Also da muss man sich doch hier vielleicht ein bisschen konzentrieren und die Level, die schwieriger werden, dann mit den Leben absolvieren, die man da spart. Oh, der hat einen Ball. Oh, ist das eckig? Ich bin klein, das heißt, ich bin One-Hit. Ja. Der wird gleich losrollen, oder? Aber man kann doch... Bombe! Oh, wie man hier einfach draufholt so rein. Okay, das war nix. Achso. Du müsst draufspringen auf den Kopf. Ja, das ist meistens so bei dem Mario-Gee. Danke, danke, danke. Er slidet jetzt hier. Achtung, der... Ja. Nehmt ihr den ein, sammelt ihr den ein. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, draufspringen, draufspringen. Sehr gut. Oh mein Gott. Wir kämpfen den. Achtung, der Ball kommt. So, zurück. Ja, sehr gut. Wir können einfach direkt draufspringen, wenn er runtergeht. Was? Was? Oh, was? Wie, du machst du es? Sehr gut. Sehr gut. Drei drauf den Kopf springen. Ja, haben wir saugut gemacht. Ja, hier. Hier, hier. Hier. Mann. Ey, guck mal, Tio, dein dritter Anlauf. Ja. Also man gewinnt ja mit Anläufen. Wer Anläufer hat, gewinnt, oder? Wie viele Punkte, oder? Sind wir vorne? Es werden mal Herzen, wenn wir vorne sind, bitte. Es werden keiner, wenn wir, was? Was machen wir hier? Wir müssen jetzt nach rechts, ne? Nach links, oder? Von vielen Herzen. Ich, links, vorne? Ach so, dann links, ja. Okay, wir sind fern. Wir sind vorne, wir sind vorne, wir sind vorne. Okay. Äh, was ist passiert? Oder haben wir es durch? Wir haben es das Spiel, das Spiel, das geht jetzt weiter. Ja, das ist durchgespielt. Wie lange geht es noch? Römer, bis die Zeit aus ist. Ja, wie lange geht die Zeit noch? Wenn ein Signal kommt. Speichern, feichern, feichern, ja. Nochmal, okay, und drüber, links, links, links. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. In die Wüste. In die Wüste. Aber wir können sich aussuchen, wo wir hingehen, sag ich. Äh, ja. Ja, aber wir wollen ja eh den kürzesten Weg, oder? Zum Buch einfach, ist egal. Links oder rechts, egal. Links oder rechts, egal. Let's go. Ich zitter richtig. Tja, auch vom Kaffee ab, Marc. Aber wie willst du denn am weitesten ermitteln, wenn Marc? Tja, ähm. Oh, ich tue mir so leid. Da kann man halt nichts mehr sagen, ne? Also Team Rocket Beans, es ist schwierig, das alles einzuholen. Das sind drei, vier Levels, die sie jetzt aufholen müssen. Ganz ehrlich, jetzt konzentrieren, weil die schon nach vorne gehen. Ja, never mind, ich bin keine mehr. Absolut. Und was mich da so ein bisschen enttäuscht, ist, dass dieses Spiel überschaubaren Skill hat. Es hapert jetzt nicht daran, dass du sagst, okay, das ist vielleicht ein Shooter, da bin ich nicht so gut drin. Das ist natürlich entschuldigt, aber bei diesem Spiel kommt es auf Dinge an, die erwarte ich natürlich auch von Team Rocket Beans. Kommunikation, Geduld. Geduld, Absolut. Weil da sind ja einige Veteranen dabei, ne? Also, gerade Nasti und Simon, die haben das schon mal hinter sich. Die wissen, worauf es ankommt. Warum nein? Weil jemand schon wieder gestorben ist. Ja, mich hat einfach, ich wurde... Und gerade Kiara mit ihrer E-Spot-Expertise müsste eigentlich wissen, dass Kommunikation das A und O ist. Ja, genau. Oh, sorry. Oh, nein, mein Gott, die haben wir weggebrochen. Das war mir so leid. Richtig geiler Dick-Move. Das sind halt auch einfach so Basics, die halt einfach nicht gekannt sind oder die keiner kennt. Also, hier mal runterrutschen oder so. Machen selten welche. Achtung, trüpfen. Ja, genau. Oh. Jetzt wieder auf Luigi, warte. Ja, ja. Also, wer hinten ist, ist tot. Dann kannst du länger springen. Und nicht tot. In einem Moment, wo du denkst, okay, ich fahr jetzt... Auch hier jetzt wieder. Toadette, du siehst es doch, Toadette. Toadette, warte doch auf dein Team. Wir sind doch nicht bei Speedrunners hier. Ja. Ihr seid doch ein Team. Oh, 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 oh. Was ist dort in der Vorbesprechung falsch gelaufen? Ja, es gab, glaube ich, keine Besprechung. Das ist halt die Kacke mit diesem alten Game, ey. Bin oben. Ja, oben macht oben. So alt ist das Spiel nicht, Krogi. Nee, das ist richtig gut. Das ist ja richtig geil. Oh, Toadette, warte doch. Du tötest deinen Teamkameraden. Ja, kein Thema. Okay, brauche ich nicht. Ich wurde zurückgelassen. Hey, geht es immer noch weiter? Es geht. Warum ist es jetzt länger im Leben? Weiß ich nicht, weil sie uns hassen. Ich kann nicht hüpfen mehr. Okay, geil. Damit reicht es. Oh, 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 das ist spannend. Das ist spannend. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut geschafft. Nein. Oh, ja. Oh, Gott. Oh, ja. Oh, Alter. Das macht sie gut. Gut gerettet. Richtig gut. Ich hoffe, Edo stirbt einfach. Wir haben es geschafft. Alter. Richtig gut. Bin ich Excedentl Speedrunner? Einfach in Mario? Das ist die Pause auf der Welt, ey. So, sind wir noch vorne, Chat? Gibt es die Kacke, damit man Leute aus dem Team kicken kann eigentlich? Warte mal, wir müssen jetzt kicken. Edo, oder? Das überlege ich dir noch. So. Ey, wir machen es jetzt immer so, wenn wir vorne sind, dann mit Herzen, weil dann wissen wir es einfach direkt. Ja. Ich guck mal, was gehört, oder? Ich kann mich vorhin schwitzen. Habe ich das gehört? Nee. Ich habe nichts gehört. Oh, Gott. Okay. Weiter. Nächste Buch, komm. Wir holen die nächste Buch. Links oder rechts. Oben, hoch, hoch, hoch. Ja, ja. Links oder rechts danach? Ist egal. Wir gehen dann rechts. Okay. Ist das? Okay. Was ist das? Eichhörnchen. Was ist das? Das ist Mopsi. Was? Ich bin nach dem Game fertig, ne? Da können wir einfach. Ich bin jetzt auch schon. Also, ich brauche einfach jetzt ein bisschen. Man, Toad, das kostet uns Zeit. Einfach A-Spam. Einfach A hoch. A hoch, A hoch. Alter, was passiert denn da jetzt? Wollt ich nicht. Seit wann gibt es überhaupt Hasen in Mario? Das gibt es doch gar nicht, oder? Er hat sich versteckt. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Liebes Team Bonjour. Macht nicht diese... Liebes Bonjour Team. Hört ihr mich? Ja, wir hören euch. Macht nicht diese Moxie-Levels. Die braucht ihr nicht. Ja. Okay, danke. Ich bin ein gelber Pilz. Das sind wir nicht. Ihr träumt wieder hart rein. Let's go. Hoch, hoch, hoch. Also müssen wir machen jetzt Level, ne? Ja, ja. Okay. Werden die Level eigentlich schwerer, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay, und Sprint. Pilze? Ich will einen Pilz. Bitte. Ich hab einen Pilz. Bitte einen für mich. Bitte einen für mich. Ich bin noch. Ich bin geblockt von dir. Blocks mich doch. Ich wahrscheinlich. Mann, ich weiß nicht, ey. Ja, es ist ein bisschen tricky. New Super Mario Bros. ist ein bisschen tricky zu viert. So, okay. Warum hab ich denn nur einen linken? Ey, es ist dunkel. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Okay. Oh Gott. Du hast einen Feuerspringer. Äh, ich hab Angst. Ach, ich bin gar nicht der... Du hast hier unten runtergesprungen. Ja, ich dachte, ich wäre du. Ich dachte, wie geil spiel ich denn gerade? Nein. Ich bin stolz auf dich, Matteo. Hier sind neben... Ja, danke, bitte. Warte, ich akkribier. Nee, ist... Wow. Okay, okay. Yoshi. Was bin ich? Yoshi. Schreibt euch den Yoshi. Was? Hä? Hä? Ich kann nicht auf den drauf. Nee, man kann nicht auf den drauf. Du hältst ihn. Du hältst ihn. Du hältst ihn. Ich kann nur wegwerfen. Ja, warum? Warum sollst du Yoshi werfen? Nein, lass uns weiter. Lass uns einfach weiter. Lass bitte weiter einfach. Ja. Oben? Oben oder ich? Nein. Das ist jetzt Eisende, Leute. Achso, egal. Komm, das schaffen wir auch so, oder? Ja, ja. Einfach weiter, einfach weiter. Welcher bin ich denn? Warum sehe ich denn jetzt so anders aus? Das bin ich. Nee, das bin ich. Einfach weiter, Leute. Einfach weiter. Nicht abhängen. Ich geh vor. Oh, was ist hier sicher. Hier ist ein... Ich hab ein Checkpoint. Ja, los. Einfach weiter. Let's go. Einfach springen. Einfach springen. Ich kann nicht sagen... Oh, nee. Ich hab den Platz. Nee, einfach weiter. Einfach guck. Einfach weiter. Einfach weiter. Let's go. Einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe weiter. Speedrunner einfach durch. Ich gehe weiter. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin Speedrunner. Ich bin tot. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Kann ich noch ein Leben? Okay, ja, warte. Nimm mich auf. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich bin komplett raus. Ich hab das. Die warten aufeinander. Die warten. Die warten. Denkt dran, ihr habt nur ein Leben auf gelb. Und zwar jeweils... Guck mal diese Kommunikation. Ich komm jetzt da gleich. Die warnen sich gegenseitig. Ich nimm dich nicht. Nein! Oh. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ob wir ein Level oder es ist knapp gerade? Ich weiß es nicht. Es ist um Himmelswindig knapp. Die kommen jetzt erst gerade wieder zum ersten Boss. Was sehr schade ist. Ja. Oh, gut. Den müssen wir jetzt fertig machen. Und dann kaufen wir alle Leben, die wir haben. Aber Unwissenheit schützt hier auch vor Moralverlust. Denn sie sind motiviert. Und wenn sie wüssten, wie es steht, wäre das vielleicht anders. Ja. Aber man muss ja auch sagen, es ist nur ein Punkt. Aber der eine Punkt kann natürlich auch entscheiden. Absolut. Ich mein, noch ist nichts entschieden. Noch kann auch Team Bonchoa mehrfach an einem Level scheitern, was die Möglichkeit gibt, aufzuholen. Das ist absolut noch drin. Es sieht nur nicht danach aus. Aber diesmal viel schneller, glaube ich. Definitiv. Das stimmt. Du kriegst noch Leben. Können wir uns jetzt schon Leben kaufen? War das das? Also, ich. Wollen wir nicht zur Pilzwälde jetzt eher? Einfach, damit wir noch ein weiteres Level in den Konten machen? Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Achso, wir müssen eh noch ein Level dazwischen machen. Oh Gott. Kommt, kommt, kommt. Ihr schafft das. Mach mal weiter. Die sind schon zwar bei den Gegner gerade, aber die werden wieder verkehlt. Die werden wieder verkehlt. Die werden wieder verkehlt. Dann sind sie wieder ganz vorne. Echt? Ja, die haben gespeichert. Ich weiß nicht, ob wir das hätten. Ich weiß nicht, ob wir das hätten. Ich meine, ihr habt keine Ahnung. Kann ja vielleicht mal jemand was sagen von den Kollegen da. Aber, warum? Wir waren schon da. Aber es ist ja sehr zu spät. Jetzt macht's keinen Sinn mehr. Ja, jetzt warten wir. Aber müssen wir fast weg. Ja, einfach nicht sterben, Simon. Natürlich erleichtert. Wir haben ja gerade gespeichert. Was ist das? Jetzt sind wir wieder schuld, ja? Also, ich würd mal sagen, hier ist es halt einfach nicht sterben, keine Kommunikation, keine Absprache, jeder ist sich selbst der Nächste. Schwierig. Ich hab Yoshi. Yoshi, renn nicht weg. Be my friend. Okay, dann. Be my friend, dann fick dich doch. Oh, Achtung, hier ganz viele Maulwürfe. Zumindest wahren sie sich jetzt gegenseitig. Das find ich gut. Das sind Fortschritte. Das sind Fortschritte. Step by Step. Oh, Baby. Scheiße, Mann, wie dumm kann man eigentlich sein, verdammter Kretschmer. Er hat eine Sekunde im Spiel. Er hat eine Sekunde im Spiel. Sie haben ja noch 23 Stunden, um ihre Freundschaft zu stärken. Ei, du hast mich einfach weggeschossen. Alles ist noch da, alles noch drin. Da ist so viel nicht in Ordnung mit diesen Blasen. Ja, das ist tatsächlich für die Psyche nicht unwichtig. Du warst ja letztes Jahr dabei. Mhm. Wie wichtig sind denn so die ersten Matches, um sich auch mental einzugrooven, um die Moral richtig auszurichten? Ich muss sagen, wir hatten ja am Anfang schon eine perfekte Teamkombination gehabt. Wir haben uns einfach abgestimmt. Wir hatten eine Teampose gehabt. Also bevor das Match bzw. Haus an Haus angefangen hat, wussten wir schon, ey, wir sind das bessere Team, weil wir zusammenhalten. Und ja, hier wirkt es noch ein bisschen. Die müssen noch ein bisschen dran arbeiten, was aber ja nicht unmöglich ist. Verzeihung, es ist erst das erste Spiel. Genau. Das ist das Gute. Und du hast es gesagt, es gibt einen Punkt. Ähm, das kann mit dem nächsten Spiel schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Und das ist das Positive für Rock'n'Beats TV. Wie wir erwartet haben am Spielfeldrand von Mario. Aber wie gesagt, das ist ja kein Problem. Die kann ja noch in der nächsten Disziplin Bonnen stärker werden, besser werden. Aus Niederlagen lernt man. Man wird besser. Also, ich immer. Manchmal zerbricht man auch dran. Und ja, da ist alles vorbei. Aber ich glaube nicht, dass dieses Team uns auseinanderbrechen wird. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dieses Team wird eher stärker. Ich glaube das auch. Ja. Von daher ist es vielleicht für sie sogar gut auf lange Sicht, dass sie jetzt hier mal eine Niederlage kassiert haben, um zu sehen, wo sie sich verbessern müssen. Genau. Mit dem Rücken zur Wand arbeitet es nicht besser. Aber wie soll das gehen? Ja, das ist jetzt eine Stelle, wo auch die Boardjumper hängt. Ja. Sie müssen den Walljump einsetzen. Ah, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie es. Oh, oh, oh. Durch die Tür. Durch die Tür. Sehr schön. Kommen sie zum nächsten Boss. Zum Drehen, der hier. Geht rein, 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 rein. Ich bin nicht drinnen. Ich kann nicht rein holen. Ah, die müssen rein. Ah, die haben es noch geschafft. Einer hat es reingeschafft. Und das reicht. Der nächste Boss. Diesmal ein bisschen erschwert. Es wird modifiziert von Kamek. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir sind langsam angespielt. Komm, komm. Was macht der jetzt? Er springt. Er springt. Er springt. Oh, der erste Faust sitzt. Aber der hat einen. Kassiert direkt. Sehr gut. Ja, dreimal muss man ihm auf den Kopf springen. Er verteilt hier richtig Handkattenschläge. Das ist das zweite Mal, dass er down geht. Und beim dritten Mal ist er dann GG. Aua. Oh. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Okay. Easy. Gut gemacht. Ich hab nicht einen Bossfight gesehen. Ich hab noch nie, keine Ahnung. Guck mal. Du bist erster, Matteo. Hey, ich bin erster. Ey, das ist einfach heftig das Game. Das ist Skill-based Matchmaking, deswegen krieg ich die ganze ganze Punkte. Liebes Team Bonja, könnt ihr mich hören? Die Burg haben wir jetzt, ne? Jetzt sind wir nach rechts, oder? Nach rechts. Hallo Team Bonja? Ja. Ist vorbei? 15 Minuten noch. Okay. Okay, keep it up, Jungs. Okay, dann einfach weiter. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, auf Toilette zu gehen. Alter. Matteo kommt jetzt wieder. Ist das schon der erste Spot? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist der erste Spot. Okay. Es ist, äh, ja. 12 vor 9. Da kam der erste Zauberliga. Ich glaube, Chad weiß genau, was wir denken. Chad schreibt die ganze Zeit Herzen. Weil wir vorne sind, ja. Weil wir vorne sind, ja. Genau, sehr gut. Das ist natürlich smart, wie sich die Community mit einbindet. Das Problem ist, wenn man darauf achtet, sind das wirklich die Bordler Leute? Ja. Das stimmt. Also, wenn jetzt zum Beispiel die Rocket Beans Leute sagen, okay, wir posten Herzen, obwohl sie hinten liegen, kann man sie natürlich in Sicherheit biegen dadurch auch. Kann ich mir vorstellen, dass Team Rocket Beans das eventuell auch machen wird. Bzw. Team Rocket Beans wird dann die roten Herzen benutzen, wenn Team Rocket Beans vorne ist. Oh, Luigi. Tschüssikowski. Ich hasse diese Scheiß-Laden bei Dingen einfach. Wollen wir warten? Die nächste Plattform? Die sind doch alle da, oder was? Nee, sonne da. Komm, komm, ihr schafft das. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Jetzt kommt! Ja, gut, der kann man wenig machen. Oh, yeah. Jetzt kommt rüber. Aber jetzt lass doch mal Simon hier holen bei der festen Plattform. Ich bin da, genau. Alle da? Aber auch hier wieder sehr wenig Leben, ne? Eins für Mario, eins für Luigi, eins für Toadette. Vielleicht könnten auch die zwei, die besser sind, die anderen Huckepack nehmen oder so. Das wär natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, vielleicht keine gute Idee. Das war's schon wieder. Ich hasse alles, ich hasse alles, ich hasse alles. Mach weiter, mach weiter. Okay. Denk da den extra Dreher. Warte, 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 warte. Warte, ich komm zu. Geht's in der festen Plattform einfach? Shit. Hat nicht geklappt. Ohhhh! Ich finde aber tatsächlich die Kommunikation sehr verbessert. Ja, definitiv. Da muss sich Team Rocket Beans mal loben. Sie haben gemerkt, oh, das funktioniert so nicht. Und jetzt sprechen sie miteinander und es funktioniert direkt ein bisschen besser. Hätte von vornherein schon sein müssen, aber hey, es ist die erste Runde. Kein Problem. Ich würde sagen, die kommen noch zurück. Ich glaube das auch. Nicht zurück, sondern die kommen noch rein. Die kommen rein, definitiv. Weil mit einem Punkt Vorsprung, das ist ja Peanuts. Das nächste Spiel, da können sie schon theoretisch überholen. Uiuiuiui. Uiuiui. Ja. Nur noch Krogi jetzt im Rennen. Mit ganzem Druck. Das geht schon mit dem. Mit ganzem Druck jetzt aufgeben. Okay, jetzt. Guck mal jetzt. Sie motivieren sich gegenseitig, geben hilfreiche Tipps. Das ist das Rocket Beans, was wir alle sehen wollen. Nicht das, was vorhin war. Nein. Aber jetzt sind sie da etwas zu spät vermutlich. Und jetzt rüber. Für diese Runde. Aber das gibt Hoffnung. Ja. Das gibt Hoffnung. Auch gut hier von Krogi. Gut gemacht. Aber nur zu spät für diese Disziplin. Ja. Das ist ja kein Problem. Oh, guck mal. Es wurden genug Münzen gesammelt. Alle sind wieder da. Na was, ein schöner Moment. Schnappt euch noch mal. Och, Krogi. Okay. Krogi hat sich den Pilz geschnappt. Los. Rein. High five, high five. High five, high five. Die Pilze sind riesig. Sprinten Leute. Ja, alle Sprinten halten. Auf Treppen. So, jetzt sprinten wir auch. Auf Treppen, ja. Auf Treppen. Wir müssen da rein. Ach, runter. Ist ein bisschen rot geschossen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Wir warten, wir warten, wir warten. Der nächste Boss-Fight hier. Achtung, 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 Achtung. Den kennen wir doch noch. Ja. Ausweichen von dem Ding. Oh, oh, oh. Auf seinen Kopf, auf seinen Kopf. Wir müssen die Kugel auf ihn drauf haben. Nein, auf seinen Kopf. Ja, einfach auf den Kopf. Nicht zu viel nachdenken. Ja. Ja, Krogi. Einfach drauf. Und jetzt ausweichen natürlich. Oh. Sehr gut. Jetzt haben sie es doch. Jetzt haben sie es doch. Dann ausweichen. Bumm. Bumm. Scheiße. Oh nein. Oh mein Gott. Alle. Aber wirklich alle mit einer Bombe. Dead's Flash Damage. Oh mein Gott. So, einmal müssen sie noch. Aber ... Oh, aufpassen. Auch Todett nur mit einem Leben. Ja. Jetzt, jetzt. Oh, oh. Oh, und jetzt passiert original das Gleiche noch mal. Schnappt ihr ein Pilt. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Geil, geil, geil. Alter, hab ich das denn überlebt überhaupt? Weiß nicht. Was ist gerade passiert? Ich dachte, ich bin Toad. Du bist Toad, ja. Ja, du bist Toad. Toad dead. Oh, 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 oh. Ich muss hier raus. Geht weiter, geht einfach weiter, geht einfach weiter. Oh, Treibsand. Die größte Furcht meiner Kindheit. Vor Treibsand. Ja? Hast du auch Angst vor Treibsand als Kind? Also, ich hatte Angst vor Treibsand, aber ich wusste nie, wo das Treibsand zu finden war. Das ist ja das typische an Treibsand. Oh. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott, war das klingt. Warte kurz auf Matteo, bitte. Wie geht das? Wie geht das? Ja, das ist der Lakitu, der wirft dir die ganze Zeit hier hinten auf euch. Wir kommen hier hoch. Wir kommen hier hoch. Oh, bobo. Pilspips. Stern, 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 jetzt lauft. Jetzt müsst ihr einfach nur rennen. Jetzt müsst ihr rennen. Aber Luigi muss den Toad zurückholen. Ja. Kein Toad bleibt zurück. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin eine Maschine. Lauf, bleib auf, warte. Checkpoint. Checkpoint, das ist gut. Ich hab Stern, Leon. Also das sieht wirklich aus wie Speedrunners hier gerade. Das sieht richtig gut aus. Ich bin Speedrunner. Ich bin Speedrunner. Ich kann dich aufhalten. Hör bitte auf, Matteo. Ich wollte vergessen, ich wollte vergessen. Hör bitte auf, Matteo. Wir sterben alle. Okay, stopp, 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 stopp. Okay, Matteo, du musst safe bleiben kurz. Ich hab grad gewonnen, das Level. Ich hasse dich so sehr, ne? Du darfst Matteo keine Kraft geben. Dann kann er mir die Jungen geben. Matteo, komm zurück, bitte. Ich hab ne Wolke wieder. Ey, wenn ich erstmal Power... Der ist für das schlechte Spider-Man, der nimmt mit der Fall. Ihr darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben. Ja, ich flieg einfach. Okay, flieg einfach hoch. Warte, 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 warte. Ich hole keinen von euch. Runter, geh runter. Runter, runter, runter. Let's go. Okay. Let's go. Oh Mann, ey. Habt ihr gesehen, wie ich da durchgebrettert bin? Ich war wie so ein Super-Saya drin. Wie wär's denn gewesen? Super Mario-Gin bin ich. Oh mein... Ey, ich hab grad das durchgespielt in 10 Sekunden, glaub ich. Oh mein Gott, bin ich gut. Das war echt stark, Matteo. Okay, so. So, direkt runter. Wie kommt man denn da rum? Wie kommt man denn da rum? Stopp, stopp, stopp. Wie kommt man denn da rum? Sind wir grad zurückgerannt? Läuft doch. Ich hab ein leichtes Déjà-vu grade. Ich bin mir nicht sicher. Sorry Leute, sorry. Aber vielleicht sollten wir das mal dem Team mal sagen, oder? Ja. Ja. Das machen wir. Liebe Regie, wir würden gerne mit Team Rocket Beans reden. Wir hören euch. Ihr hört uns. Seid ihr zurückgerannt und macht grad das Level nochmal? Ja. Warum? Weil wegen mehr Level. Weil wegen mehr Level. Oh, äh, ihr Lieben. Es geht darum, mehr Welten abzuschließen. Und lediglich, wenn ihr die gleiche Anzahl an Welten habt, entscheidet als zweites Kriterium, wie viel Level ihr innerhalb der letzten Welt gesammelt habt. Ja, das ist eine praktische Information, ne? Ja. Die gab es auch schon von Anfang an. Die gab es auch schon von Anfang an. Dürfen wir eigentlich in hier komplett Game Overs in das Safe High laden? Ja. Ah ja. Wir haben das erste Level nochmal gemacht. Einfach just for fun. Um uns einzuspielen einfach. Alles klar. Können wir noch jemanden grüßen? Äh, jetzt wollen wir uns trotzdem noch leben, oder? Ja. Machen wir das mal. Liebes Team, ihr habt noch ungefähr fünf Minuten. Was ist das? Ihr habt noch fünf Minuten. Also, wir gehen jetzt mal einkaufen. Okay, ja. Ja, fuck it. Das wussten wir jetzt halt auch nicht, ne? Was, was musst du tun hier? Ich hab nicht gehört, was. Also, kann sein, dass sie's gesagt haben. Ich hab nicht gehört. Echt? Ja, kann sein, dass sie's gesagt haben. Ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten Sekunden wurde gesagt, ja, wir hören euch nicht mehr zu. Du, ähm, das ist ein bisschen selber schuld, würde ich mal sagen, wenn wir denen erklären, was die Regen sind. Ja, das war vielleicht ein bisschen auch Hochmut, vielleicht auch ein bisschen Hochstimmung, Aufbruchstimmung. Ja. Man ist natürlich gerade zu Beginn so einer Show richtig energiegeladen. Man kann es kaum erwarten, wie so ein Stier, der kurz vor der Stierkampf-Arena steht und endlich rein will, weil er sich sein Leben lang drauf gefreut hat und rumstehen möchte. Ja, eigentlich ist das, was ihr, liebe Leute da draußen seht, diese Einblendung. Die sehen die Leute unten auch im Studio. Da haben sie noch extra einen Monitor für. Egal, aber alles gut, alles gut. Ich mach den Pilz, danke. Sorry, nee, ich hab nicht. Ja, sorry. Ey, mach weiter, mach weiter. Was? Was'n das? Okay, okay, okay. Geh, hier rüber, rüber. Geh, du vor. Oh, 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 oh. Nach rechts, nach rechts. Nee, links hoch. Schaff mir nicht. Oh, danke. Kannst du rein? Kannst du schon rein? Ich sterbe einfach. Da ist ein Pilz hier dran. Nee, dann bin ich alleine. Bist du alleine? Was für ein Pilz? Den da. Da kommt noch einer angesprochen. Oh, nice. Smart. Noch ein Pilz, noch ein Pilz. Der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Oh, nee, geht einfach rein, geht einfach rein. Wir haben nicht für Zeit. Was mit der Zeit? Was mit der Zeit? Schnell den Boss töten. Was mit der Zeit? Ich bleibe mal vor Feuer. Moment mal. Ja? Ein Boss kommt ohne mich, das schafft ihr nicht. Aber Theo. Stimmt. Theo, du bist eigentlich der Boss. Ja, stimmt. Drei Minuten ungefähr wird hier geschrieben. Okay. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt sterbe über Leon, bin ich raus. Ich hab noch ein Leben. Das ist stimmt. Ja, das war ... Okay. Oh, das ist ein Hammer. Oh Gott, das macht mich richtig nervös. Da musst du jetzt dodgen. Lass, Leon fordert mehr Leben. Ja. Leon, du machst alles, ich mach nichts. Der Stunt. Das müssen wir machen. Ich muss das kaputt schieben. Wir sind jetzt schon ... Oh! Okay, okay, okay. Wir müssen noch dreimal jumpen. Deutlich anspruchsvoller aus. Ja. Oh! Gut, gut, gut. Bisschen gut. Gut gedeutscht jetzt, Leon. Und jetzt rauf auf die Rübe. Geil. Ja, danke. Ich mach's gut. Vielleicht ist das alleine auch einfacher, weil man eben nicht mehr verwirrt wird durch die anderen Figuren. Ja, absolut. Das hat er gut gemacht. Das hat er richtig gut. Schöne Stampfattacke. Ich hab das Game studiert. Da wusste er genau, wann ist der Zeitpunkt, wo er aus der Höhle kommt. Und jetzt wieder. Stark. Ganz, ganz stark. Einmal klemmen. Wie kann man denn so performen? Absolut. Unter Druck geh ich auf. Und wir haben ihn alle wieder fünf liegen. Er lässt es so einfach aussehen. Okay, schaffen wir noch ein Level? Nein. Ja. Richtig schön. So, ist es over oder haben wir noch Zeit? Vielleicht schaffen wir noch ... Nee, ein Level schaffen wir noch nicht. Aber trotzdem, lass weiter ausbauen. Ja. Wir wissen gar nicht, wer vor mir liegen. Seht ihr euch sicher, was wir vor mir liegen? Ja, Ted sagt so. Ja, Ted sagt so. Ihr vertraut dem Chat? Ja, wir vertrauen dem Chat. Klar, klar. Du nicht? Ted hat immer recht. Ja, Team Rocket Beans hat jetzt hier jede Menge Leben gekauft, getankt. Aber das wird natürlich am Ende nicht reichen. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Aber ein bisschen für die weiteren Games. Das gibt dir nur einen Punkt. Das ist ja jetzt auch egal. Ja, das ist scheißegal. Oh. Da wird schon ... Das wird ziemlich angepasst. ... sich dran versucht, diese Niederlage jetzt zu relativieren, sie kleinzureden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch genau richtig. Man muss das abschütteln und direkt weitermachen. Abschütteln, weitermachen. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mit dem ersten Spiel das Feuer zu entfachen. Das ist zwar ein bisschen salzig gerade, aber trotzdem, das Feuern wird jetzt richtig heiß. Oh Gott. Jetzt haben die Bock. Mach's gut. Es interessiert uns nicht. Bitte, 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 bitte. Lauf dir jetzt nicht hin. Kommt nicht auf die Idee, dort hinzugehen. Kann man uns eine Einladel holen, bitte? Oh, jetzt ist der Hasen fritzen wohl. Lass schon mal. Ja. Ey, ganz schön. Ich will das noch schaffen. Nur noch Scheiße ist. Ja, noch geht. Es interessiert keinen. Ihr müsst auch A drücken, um weiter ... Ist er endlich weg? Ja, das Rohr ist gekrümmt! Warum? Den Level machen wir noch. Den machen wir noch jetzt. Komm. Egal, was alle sagen. Loch der Lunderschlangen. Klingt alles sehr sexuell. Reines Rohr. Okay, ich seh nichts. Weiter geht's. Let's go to the fireplace. Ich bin einfach reingenjumpen. Scheiße. Bist du. Oh, Scheißpflanze, ey. Wieso? Wer ist was denn da unten überhaupt? Oh, noch reingeschoben, weil ich kann ... Hier, hol mich. Rette mir. Oh, beide. Uff. Oh, 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 oh. Du kleines Arschloch. Soll ich laufen? Ja, lauf, lauf, lauf. Hol den Punkt. Wir haben maximal zwei Minuten. Ja, klar. Ich komm mal jetzt. 20 Sekunden. Oh, sehr gut. Gleich kommt ... Gleich kommt der Signal. Achtung. Gumba. Gumba. Ey. Ich glaub, wir können uns einig sein. Da passiert jetzt nichts mehr. Die letzten Sekunden laufen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Weiter, 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 weiter. Renn durch, renn durch. Und das ist das Ende. Oh, 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 oh. Es war zwischendurch relativ eindeutig. Doch zum Ende hin wurde es tatsächlich nicht mehr knapp. Oh. Okay. Das ist eine Lüge. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Team Bonjour zu Recht GG gesagt, würde ich mal sagen. Ja, denn das war eine klasse Leistung für Rocket Beans. GG. Ich muss sagen, wir hatten mal 4 und ich finde, das war ein gutes Game. Bonjour. Bonjour. Hallo. Hallo. Ihr habt drei Welten, beziehungsweise seid in die dritte Welt gekommen. Team Rocket Beans leider nur in die zweite Welt. Ach, wir waren die ganze Welt vorne. Man könnte sagen, es lagen Welten zwischen euch. Das ist unfair. Wir schauen einmal auf das Ergebnis. Wir haben einen neuen Punktestand. Oh, den ersten Punktestand. Den ersten Punktestand. Und dieser eine, der erste Punkt, geht natürlich an Team Bonjour. Das war eine sehr reife Leistung. Insbesondere das Teamplay, das Miteinander, die Kommunikation. Also, ja, ja. War wirklich hervorragend, muss man einfach so sagen. Und natürlich auch die Performance, die ihr gezeigt habt, Leon, gerade mit diesem fantastischen Bosskampf. Das war schon allererste Sahne. Der war halt Sahne. Vielleicht eine Frage mal an das zweitplatzierte Team. Man hatte gerade bei euch das Problem, ihr musstet erst mal in die gemeinsame Abstimmung, in die gemeinsame Kommunikation reinfinden. Warum hat das am Anfang so ein bisschen gehakt bei euch? Hat es? Das war jetzt auch meine Frage. Hat es doch gar nicht. Wir haben uns richtig gut verstanden. Wir haben gemeinsam Nintendo gehasst. Ja. Und dann sind wir komplett gestorben und haben alles von vorne gemacht. Das ist doch der Fehler gewesen. Wir haben alles von vorne gemacht. Wir wussten nicht, dass wir unsere Safe High laden dürfen. Wie weit seid ihr denn gekommen, liebe Bondras? Äh, Welt 3, wurde grad gesagt. Ja, Easy. Easy, Welt 3, das haben wir grad da, haben wir neu gestartet. Wir waren ein richtig gutes Team. Nee, also wir haben das ein bisschen verkackt mit den ... Wir dachten, es gibt für jeden gelegten Level. Und dann sind wir ja auch noch mal zurück, weil wir dachten, cool, ein alter Level, der ist leicht. Also wir haben eigentlich schon sehr konkret gedacht, wir waren einfach nur in der falschen Realität. Ah, so ein Ecker. Das kann man ja auch nicht wissen, dass wir euch das nicht durchgehen lassen, und dass ihr die einfachen Level einfach so oft spielt, bis ihr uneinholbar vorne liegt. Aber das wäre smart gewesen, oder? Nein. Das wäre ein guter Gedanke auf jeden Fall. Nein, auch das nicht. Okay. Cool, danke, ciao. So, es gibt ja noch neben den Siegpunkten die Credit Points. Die Credit Points. Genau, und da haben die Zweitplatzierten jetzt fünf Credit Points bekommen. Team Rocket Beans hat fünf Punkte. Und Team Bonja, ihr habt zehn Punkte erhalten, die ihr gleich natürlich investieren dürft. Und es gibt ja noch das Community Battle. Da gab's ja den Cookie-Klicker. Ganz genau. Da hat Team Bonja gegen Team Rocket Beats um die Wette geklickt. Und dabei ging es natürlich um eine Karte. Und die kann sehr mächtig sein im Zweifel. Und tatsächlich hat auch hier das Community Team Bonja gewonnen. Wie geil ist das denn? Deswegen wird jetzt jemand reinkommen, damit ihr euch eine Karte holen könnt. Richtig gut. Oh, das war wichtig. Ihr dürft jetzt einmal ziehen. Matteo, komm, Matteo. Ich nehme diese Karte. Oh, dann zeig sie doch. Und das ist Snooze. Das Schlafkontingent des eigenen Teams erhöht sich um vier Stunden. Nice. Matteo macht's gut. Wir sehen uns dann. Nee, aber die heben wir uns auf für wahrscheinlich ... Für den Schlaf. Für den Schlaf, genau. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine der beliebtesten Karten im Deck. Denn wir haben's auch im Vorfeld schon gehört, der Schlaf ist bei dem einen Team mehr als bei dem anderen schon im Vorfeld, ja, Grund zur Diskussion gewesen. Denn wenn man sich das mal durchrechnet, das sind zwölf Stunden grundsätzlich. Wenn man das durch vier teilt ... Nee, wir haben 20 Stunden. Ja, 20 Stunden. 20 Stunden. Die man aber durch vier teilen muss. Genau. Was ja rechnerisch gar nicht möglich ist. Außer man kommt auf fünf am Ende. Und fünf Stunden sind natürlich eigentlich zu wenig. Und wenn man dann noch mal eine Stunde pro Person dazubekommt, sechs Stunden Schlaf, ist das schon ein Unterschied? Ich brauch eine Stunde, um einzuschlafen. Ja? Das ist nicht cool. Naja. Wir haben natürlich jetzt diese Runde noch nicht vollständig beendet, wenn wir nicht noch unsere Credit-Punkte verteilen. Das gibt natürlich zehn für unser Siegerteam und fünf für unser Verliererteam. Jetzt die Frage zuerst an unser Siegerteam. Ihr dürft quasi zuerst einkaufen gehen. Wollt ihr das oder wollt ihr sparen? Zwei Stühle. Zwei Stühle? Wer glaub ich smart. Zwei Stühle nehmen. Ja, würd ich, oder? Ja, lass uns das machen, oder? Ja, die zwei Stühle nehmen. Genau, wir nehmen zwei von den Klappstühlen. Zwei von den Klappstühlen? Ja. Ja? Gute Wahl. Werden euch in Kürze geliefert. Mhm. Und ... Geil. Da kommen sie auch schon. Da kommen sie auch schon. Oha. Ich würd sagen, Matteo kriegt ein, weil er war ... Ja. Na gut. Oh fein, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich bleib gerne auf dem Boden drauf. Ich spür meine Beine überhaupt nicht mehr. Ja, ich bleib erst mal auf dem Boden drauf. Die beiden alten Männer. Die beiden alten Männer. Ah. Nee, nee. Machst du dich bequem? Das ist sehr amüsant, was bei Team Bonn schon als alte Männer bezeichnet wird. Ah. Wieso? Da können wir nur müde drüber lachen, während wir unser Rheumakissen einmal umdrehen. Nee, nee. Ich hatte tatsächlich Angst, dass wenn jetzt nur zwei Hocker gekauft werden, dass da Neid entsteht und das Teamgefälle dann eventuell zerbröckelt. Ja. Aber ich muss auch sagen, Matteo ... Nee, das waren die Älteren. Matteo hat auch dieses Angebot sehr schnell angenommen. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass er sagt, nein, nein, nimm du ruhig. Und zumindest mal versucht. Aber nein, also er hat schon relativ schnell ja gesagt. Ähm, jetzt die Frage an Team Rocket Beans. Wollt ihr vielleicht auch einkaufen gehen? Einen Stuhl zum Beispiel? Nö, keine Zeit für so was. Wir machen Sport. Oh, guck dir das mal. Wir bereiten uns für die nächste Session vor. Kein Problem, 100. So. So. Wir shoppen nicht, oder? Wir haben doch gar nix, oder? Wir haben fünf Credits. Will jemand einen Stuhl? Nein. Auf keinen Fall. Du hast Rückenprobleme. Ja, aber ich werde gleich schweben. Ja, wegen den Schmerzen, wegen Morphium. Auf keinen Fall will ich hier so einen schäbigen Klappstuhl. Geh weg. Na gut. Ich hätte ihn dir gerne gegeben. Ich will Cannibal Swings machen den ganzen Abend. Okay. Ihr habt euch entschieden. Ihr spart euer Geld. Vielleicht ist das ja am Ende eine kluge Entscheidung. Nicht verkehrt. Und bevor wir gleich eine klitzekleine Pause machen, wollen wir euch noch verraten, was euch als nächstes für eine Kategorie erwartet. Oh, und das ist ein Versus-Game. Das heißt, unsere Häuser werden jetzt gegeneinander spielen. Nach der Werbeunterbrechung. Und welches Spiel das ist, das erfahrt ihr nach der kurzen Pause. Ich bin der Mythos. Ich bin der Ruhm, den du ersehnst. Ich bin der Zorn. Die Zerstörung. Ich bin Aeternum. Herzlich willkommen zurück Haus an Haus Teil 2. Gerade ist das erste Spiel schon zu Ende gegangen. Team Bon Jova war siegreich bei Super Mario. So, jetzt beim zweiten Spiel die Chance für Rocket Beans zurückzukommen. Tja, und welches Spiel das ist, sehen wir jetzt in dieser Matz. Die kompakten Kämpfer von Tower for Ascension haben den Bogen raus. Aber gilt das auch für unsere beiden Teams? In diesem Upgrade eines modernen Klassikers schießen sich die Teams unermüdlich Pfeile um die Ohren. Nur die besten Schützen schaffen es dabei, zwei Pfeile aus der Luft zu angeln, während die Noobs schnell abgeschossen werden. Welches Team ist der bessere Schützenverein? Das erfahren wir jetzt. Tower for Ascension, das wird eine wilde Hatz. Bleibt natürlich noch zu fragen, wer wird denn ins Rennen geschickt von Team Bon Jova? Fangen wir da mal an. Ich höre Lachen, aber ich glaube, das ist... Ah, da ist Matteo. Ach, das war Matteo. Hallo, Matteo. Ja, hallo. Du spielst Tower for Ascension. Wer ist an deiner Seite? Leon. Und Leon. Leon. Sehr schön. Was ist mit euren Stimmen passiert? Das ist immer so, oder? Seid aufgeregt, ne? Ja. Ja, total. Was? Ja, sehr aufgeregt, ja, ja. Ich finde, unsere Frisuren gewinnen das heute hier. Ich hoffe. Definitiv. Aber ich kenne jemanden, der schon seit vielen Jahrzehnten mit der besten Frisur der Welt ausgestattet ist. Das ist natürlich Simon Kretschmer. Und ich hab schon seine dazugehörige Stimme gehört. Das heißt, du befindest dich auch dort oben in der Arena, richtig? Natürlich. Wir sind bereit. Nasti sitzt neben mir. Wir haben uns grade schon geeicht. Ich musste kurz den Bonja-Jungs noch mal erklären, wie das Spiel funktioniert, was wir gleich spielen. Ich hab's noch nie gespielt. Mach ich gerne. Das ist super. Wir werden gewinnen. Mach mir jetzt auch die Mäntelfrisur. Sollen wir die alle machen? Oh mein Gott, die ist ja fast genauso. Ja, mach sie dir auch, bitte. Die ist ja wirklich genauso. Die ist ja wirklich so. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich kann nicht voll gut Mario spielen. Ich mach's auch noch. Ich bin nur gestorben bei Mario. Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's auch noch gemacht. Das ist sehr gut. Kannst du das so bitte lassen? Ja, ich lass das so. Ja, okay. Nasti an deiner Seite. Nasti, wie sind deine Erfahrungswerte hier? Ja. Ja. Okay. Du hast es schon mal gespielt, oder? Ich hab's schon mal gespielt, ja. Du hast es schon mal gespielt. Ist eine Weile her. Wir können ja mal kurz die Regeln sagen oder kurz die Einblenden bekommen. Das ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, es werden maximal drei Sätze gespielt, also best of three. Und das Team, das als erstes zehn Siegpunkte hat, hat dann einen Satz gewonnen. Ihr müsst maximal zwei gewinnen. Oder minimal. Jetzt vorsichtshalber wird, ich weiß. Wir alle gehen davon aus, es ist relativ leicht zu verstehen. Aber man kann das nicht unbedingt für jeden voraussetzen. Liebe Rocket Beans, habt ihr die Regeln verstanden? Hä? Na, gewinnen oder was? Lügt einfach. Ich glaube ja. Gut. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, bedanken wir uns nochmal unseren Sponsoren MSU Digital, die halt diese Arena uns ermöglicht haben. und jetzt schicken wir noch eure Community ins Team. Äh, ins Spiel, meine ich. Ganz genau. Jetzt gilt es wieder auszulosen, was ihr da draußen spielen könnt, wie ihr euer Team jetzt während dieser Runde unterstützen könnt. Ich zieh einfach mal. Mach das mal bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, und wir haben wieder, das ist Zufall, ein Klick-Battle. Aber ihr habt jetzt gelernt, wie das funktioniert. Ihr wisst, gerade hat Team Bonjoa, Team Rocket Beans, jetzt aber sowas von alle gemacht. Und jetzt die Chance eben auch für die Community, nicht nur für Simon und sein Team, sondern auch für die Community, das wieder gut zu machen, was in Runde eins nicht funktioniert hat. Also, gleich wird es während dieses Spiels auf Rocket Beans TV die Möglichkeit geben, auf der Interaktionsfläche Cookie-Clicker zu spielen. Und diesmal seid ihr wirklich gefordert. Ja? Denn ihr wollt ja sicherlich nicht zweimal hintereinander verlieren. Niemand will das hier. Biert, bist du denn bereit? Ich bin bereit. Das ist jetzt die Möglichkeit für Team Rocket Beans, Team Bonjoa zu überholen. Oder Team Bonjoa baut dann die Führung aus. Denn hier gibt es zwei Punkte. Und ich würde sagen, wir können ja mal ins Ingame gehen. Sie sollten mal sagen, wer sie sind. Damit wir dann auch schon mal klarkommen, welcher Person welchen Charakter spielt. Es wird schnell unübersichtlich. Da hast du völlig recht. So, bevor ihr jetzt loslegt, bitte habt Geduld. Nicht einfach wild drücken. Machen wir das jetzt mal reihum. Liebe Nasti, bei dir beginnen wir. Welche Farbe spielst du denn? Ich bin gelb. Nasti ist gelb. Simon? Simon, welche Farbe? Ich hör euch nicht. Welche Farbe? Du musst sagen, welche Farbe? Ich bin rot. Ja, sorry, ich hab die Kopfhörer. Ich bin schon im Spiel, sorry. Hab für euer Entertainment da jetzt gerade keinen Nerven. Okay, Simon ist rot. Ich bin rot. Leon, welche Farbe hast du? Ich bin Lilla. Du bist Lilla? Ja. Und Matteo für dich bleibt dann noch pink. Ich bin pink. Also, Nasti ist gelb. Simon ist rot. Leon, Lila, das kann man sich merken. Und Matteo ist pink. Also, das müsst ihr jetzt versuchen zu verinnerlichen, liebe Zuseher. Denn es wird wild, falls ihr das Spiel nicht kennt. Ähm, vier kleine Pixelmännchen und Weibchen versuchen sich auf einem pixeligen Level gegenseitig mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Und ich würde sagen, dann können wir beginnen. Legen wir los. Okay. Oh mein Gott. Willst du irgendwas einstellen? Mach random, ja. Da haben alle was von. Mit Vibration? Oh Gott. Ja, also wir spielen jetzt erst mal eine Map. Und wer zuerst zehn Siege hat, gewinnt diese. Wer zuerst zwei Maps gewonnen hat, gewinnt die komplette Runde. Ich bin unten rechts mit. Ich bin unten links, ja. Ich weiß auf jeden Fall von Simon, der hier in Rot spielt, dass er dieses Spiel schon mehrfach kompetitiv gespielt hat. Ja. Wir hatten das. Und Simon ist tot. Und Simon ist tot. Jetzt muss Nasti das retten für ihr Team. Sie hat fünf Pfeile. Das ist völlig richtig. Man kann sich auch von Teos tot fallen lassen. Matteo ist tot. One on one. One on one. Leon hat nur noch einen Pfeil. Schön. Danke von Nasti. Oh. Oh. Leon hatte hier ein Schild. Und Nasti hatte nur noch einen Pfeil übrig. Und sie nimmt das Schild weg. Aber dann hatte sie keine Pfeile mehr. Und so geht der erste Punkt hier an Leon. Okay. Ich wollte nur wissen, ob ich mich verguckt habe. Das nicht. Jetzt weiß ich's. Jetzt geh ich oben über. Huh. Simon wieder down. Das geht schnell. Jetzt hast du ihn getötet. Jetzt kommt das wieder auf Nasti an. Und auch Nasti ist hier down gegangen. Okay, die beiden Teams haben natürlich jetzt keine Teams eingestellt. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Normalerweise. Deswegen müssen wir jetzt manuell noch mitzählen. Oh, das ist unangenehm. Und es ist jetzt ... Okay, ich bin unten. Ich bin oben links. Es werden Kills gezählt und nicht King of the Hill. Okay, ich hab jetzt ... Nee, aber nicht. Das warst du? Warum tötest du mich? Du hast doch getötet. Ich hab den Kampf gewonnen. Sicher? Ja. Wirklich? Relativ sicher, weil ich gewonnen habe. Liebe Spieler, wir müssen ... Ah, shit, 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 shit. Stark. Was müssen wir? Wir müssen mal kurz noch mal reinschauen. Ähm ... Ich hab die Falle auch nicht gedacht. Alles gut. So, ganz kurz, bevor ihr jetzt weiter drückt. Bevor ihr jetzt weiter drückt. Nicht weiter drücken! Okay. Pause drücken, Pause. Geh Pause. Wir müssen kurz Pause machen. Pause nicht bewegen. Pause machen. Dann spielt diese Runde bitte zu Ende, weil ich weiß nicht, ob ihr pausieren könnt. Es gibt nämlich gleich so eine Level-Begrenzung, die dann mit der Zeit kommt, um es schwieriger zu machen. Spiel bitte diese Runde vorbei und dann drückt ihr bitte nicht weiter. Okay. Okay. Dann geht's los. Okay, wir beide sind rechts. Ja. Okay. Jetzt sind sie alle ein bisschen vorsichtiger. Sie sind alle vorsichtiger. Gut, sie haben sich gegenseitig umgebracht. Du machst das, Matthias. Jetzt alle mit einem Schutzschild. Das heißt, sie können eintreten. Oh, Simon eigentlich gut mitgedacht. Aber jetzt wird's schwerer. Oh, der hat noch einen Reinschuss. Lass ihn gar nicht erst die ganzen Feile sammeln. Links oben, bei dir ist noch ein Feil. Wenn du jetzt runterhüpfst ... Das war stark. Das war stark. Aber auch sehr gut von Simon. Aber auch sehr gut von Simon. Sehr gut von Simon hier geholfen. Wir müssen jetzt einfach Pause machen. Nee, einfach nicht weiterdrücken. Okay. So, was wir euch jetzt einmal mitteilen wollten, euch und den Zuschauern. Normalerweise ist es bei diesem Spiel so, dass man in den Einstellungen einstellt, dass man als Team auftritt. Mhm. Das bedeutet, wenn jetzt zwei von euch überleben, dann wird das dementsprechend natürlich in den Punkten wiedergespiegelt und die Runde ist beendet. Ihr müsst euch nicht mehr gegenseitig töten. Ach so. Das ist richtig. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht mehr möglich, die Runde einfach neu zu starten. Ja. Deswegen ist jetzt das die Situation für Runde eins. Habt das bitte im Hinterkopf. Okay. Die Regeln sind ja zum Glück für alle gleich. Ich bitte euch dann nach dieser Runde einmal ins Menü zu gehen und dementsprechend die Teams einzustellen. Sollte es der Fall sein, musst du den Kill machen, damit du noch die ... Ja. Und dann wird noch geändert, dass es King of the Hill ist. Es geht darum, dass die Letzten überleben und es geht nicht um Kills. Okay. Okay. Gut. Das war's von uns. Bitte weitermachen. Danke euch. Okay, ich bin unten links. Ich bin rechts oben, Theo. Das ist ein Schild, da hab ich nicht. Warte, Frau. Geh auf der Seite. Oh shit, der blöde Block! Warte. Lass mal ... Ja, der ist oben gerade. Du bist alleine leider wieder. Lass jetzt oben. Warte, warte. Lass uns mal ... Nee, nee. Ganz vorsichtig. Lass dich ganz vorsichtig. Lass dich beide gleichzeitig rein. Lass dich jetzt noch rein. Okay. Geh mit. Oh, oh, oh! Oh. Ich bin gekillt worden? Oh, da ist kein Schuss mehr. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Lass ihn euch am Kopf springen. Geh da unten rein. Und? Was war da los? Was war da los? Wir sehen's im Replay. Ja, sie wurde einfach von ... Oh! Oh! Nee, nee, nee. Das war ein Pfeil. Ah! So ein Blitzpfeil, das ist abgesprungen. Das war ein Error. Ja, ja. Das war wirklich richtig, richtig gut. Alles gut, ey, ich bin auch ... Sie ist offensiv geblieben, ist nachgesetzt. Und das waren wichtige Punkte. Ja, ja, ja. Du hast jetzt ein Schild, Matteo. Ja, ja. Nutz es. Wenn man halt ein Nachteil ist, startet man mit dem Schild und startet man mit mehr Pfeil. Simon muss es finishen, schafft es sie aber nicht. Oh, er ist geschafft. Sehr, sehr gut. Und jetzt muss man natürlich klug sein. Jetzt müsst ihr klug sein. Jetzt muss man die kluge Entscheidung treffen. Richtig. Richtig entschieden. Maxis, glaub ich, jetzt kommt gleich mit mir. Ja. Sie hat sich geopfert. Er hat sich geopfert. Nee. Ah, okay. Ach so, geil. Du hast wieder ein Schild. So gesehen gibt jetzt diese ungeplante Regeländerung natürlich auch noch mal taktische Finesse irgendwo, ja? Ist ganz spannend auch. Oh, spannend. Simon hat noch Schild, setzt jetzt nach, holt sich den Kill. Er holt. Erstaunlich passiv von Matteo gerade. Bleibt da in der Ecke stehen. Guckt quasi gegen die Wand, wie bei Blair Witch, während er einfach von Simon mit Ansage hier gemeuchelt wird. Wo bist du? Nee, oben nehmen. Okay, okay. Simon startet hier mit Schild. Ja, Simon mit Schild. Alle anderen ohne Schild. Das ist natürlich ein immenser Vorteil für Simon. Jetzt kann er in die Offensive gehen. Im Schutz zu Schildes verliert dieses. Oh! Und geht direkt aus. Richtiger Ricochet. Da sehen wir den Pfeil. Bam! Ich hab das gemacht. Ja. Vor allem gegen die Wand gebounced. Ich bin gestorben, aber deswegen ist er weggekommen. Ich spiele es zum ersten Mal. Ich bin zum ersten Mal. Ey, ihr benutzt diese Arrows. Ich weiß gar nicht. Alter, dieser Dummelschein. Oh, Starki von Simon mit einem Kill. Ich glaub, den hat er so gar nicht gewollt. Jetzt ein Pfeil verliert sein Schild. Jetzt keine Pfeile mehr. Hier bei Matteo. Oh! Da wurde Simon geblättet. Habe ich? Ja, das ist logisch. Das Level ist irgendwie gut. Simon ist hier gestompt worden. Sie habt ihr aber auch wirklich alles reingebaut, was irgendwie nervt. Äh, warte mal, ich bin oben. Ich bin unten. Wer ist wer? Sie sehen sich so ähnlich. Oh, ist Simon? Simon hat Leon gekillt? Warne? Warne? Warne jetzt gegen Matteo? Gegen Matteo, ja. Simon hat das Schild. Hat jetzt neue Pfeile. Oh! Oh! Da holt sich das. Souverän zu Ende gespielt. Es gab wieder zwei Punkte für Simon. Drei sogar! Oh! Er hat also Nasti auch gekillt. Okay, du bist über mir. Ich bin unter dir. Okay, ja gut. Achtung, hier kommen Sie von der anderen Seite rein. Ja! Oh, richtig gut gemacht, Simon. Ah, okay. Jetzt taktisch taktieren. Jetzt muss man klug sein. Äh, jetzt sind wir beide nur noch. Ach, Simon! Da wird gar nicht lang gefackelt. Nee, nee. Wir haben aber gleich auf, glaub ich. Wirklich? Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, die sind gleich auf. Punkt auch entscheiden. Wen schickt man? Wie in der Formel 1, ne? Lässt man da überholen? Was war das für ein ... Für die WM? Ja. Wer sorgt für Wünsche hatten? Oh, das war so gut. Oh! Warum ist die Welt so wabbernd? I hate it. Okay, ich lebe noch. Simon und Nasti. Ja, was? Machen Sie jetzt? Wer will winkeln? Ich glaub, die realisieren grad gar nicht. Die reden nicht miteinander. Simon holt sich wieder den Kill. Okay, klar. Es ist wieder beim Thema Kommunikation. Ja, es ist einfach nur mach einfach. Aber es klappt. Oh, Leon noch ein Kill. Ja. Bist du unten links? Ja. Ja, ja, alles gut. Oh! 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 Ein Pfeil hat aber Leon erwischt. Oh, Simon geht hier fast down. Oh! Und da hat Leon. Und das kann schon das Ende gewesen sein. Das war ne Bombe. Gucken wir jetzt mal im Replay. Oh, stark, Leon. Du hast gesehen? Ah! Oh nein. Hat das gereicht für den? Ja. Das war sehr knapp. GG. Ich bin super getäuscht. Stark gespielt. Ich bin super getäuscht. Die erste Runde geht hier an Team Bonjoa in Person von Leon, der das hier nach Hause hält. Ja, das war natürlich jetzt der Modus. Die meisten Kills zählen auf Team-Mate-Kills. Wir werden jetzt hier gleich mal ins Menü zurückgehen. Ihr stellt das bitte um. Und ihr bekommt natürlich auch Hilfe da oben, dass ihr den richten Modus einstellen könnt. Währenddessen gehen wir mal ganz kurz auf unser Click-Battle. Oh, stimmt. Das läuft ja auch noch parallel. Können wir's mal kurz einblenden? Ich möchte sehen, wie die unsere Communities jetzt hier abschneiden. Oh, jetzt geht das hier richtig los. Jetzt müsst ihr natürlich dabei sein. Jetzt müsst ihr flicke Finger beweisen. Klick, 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 klick. Bonjoa liegt schon wieder vorne. Was ist da los mit den gichtgeplagten Fingern unserer etwas älteren Zuschauerschaft? Werden dort die Lebensjahre zum Verhängnis? Weißt du was? Ich klick mit. Ja, das ist gut. Können wir kurz hier einblenden, wie es ungefähr hier aussehen kann? Schneller, 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 schneller. Ich geb mir doch schon Mühe. Gebt ihr richtig Mühe? Wir sind natürlich hier auf einem Laptop. Das ist natürlich noch mal ein Handicap. Oh, oh, oh. Verkackt das bitte nicht. Oh, ich geb mir Mühe. Verkack ist doch einfach nicht. Ja, ich geb mir doch Mühe. Guck mal, guck mal, guck mal. Unglaublich. Wir sind doch pink, oder? Wir sind pink, wir sind pink. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Oh, ich glaub die Zweifingertechnik. Oh, 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 oh. Der ganze Tisch wackelt. Der ganze Tisch wackelt. Ja, aber der muss wackeln. Der muss wackeln. Der muss wackeln. Wie lang geht denn das Battle noch? Es geht bestimmt noch ewig lang. Ich kann das noch ewig. Ich kann es den ganzen Abend. Mach weiter, weiter, weiter. Du hast ja einen Timer da. Du hast noch 34 Sekunden. 34 Sekunden? Ja. Okay, okay. Kein Problem, kein Problem. Marie? Mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Und wenn ihr jetzt denkt, mein Gott, ich will aber gegen Wirt spielen, dann könnt ihr das natürlich auch machen, ne? Lockt euch dann hier auf der rocketbeans.tv-Seite ein und sucht euer Team aus. Und wie gesagt, ihr könnt nur für das eine Team routen. Schneller. Äh. Noch 10 Sekunden, 12 Sekunden, 11 Sekunden, jetzt 10 Sekunden. Ne, ne, ne. Wir wollen gucken, wer hier gewinnt. Wir wollen hier gucken. Ja, das gucken wir uns an, was Wirt hier rausholt aus seinen Fingern. Klick, 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 klick. Hä? Hä? 371. So, jetzt haben wir das auf einmal gezeigt, wie das aussieht. Und Hauself holt sich diesen Cookie-Klicker mal wieder nach Hause. Hauself ist Team Bonjoa. Die haben damit auch das zweite Spiel gewonnen, liebe Community von Rocket Beans TV. Ihr müsst ein bisschen ranklotzen und Glückwunsch an die Flinkfinger von Bonjoa. Jetzt schauen wir mal eben ganz kurz zurück zu Towerfall Ascension. Da wurden jetzt die richtigen Spieleinstellungen ausgewählt. Bedeutet, in der nächsten Runde kann man natürlich seine Teamkamera nicht mehr abschießen. Es geht jetzt darum, wer als letztes überlebt hat. Und der bekommt dann einen Punkt, ja. Und wir schalten mal zurück. Ja, wir schauen mal, ob die jetzt die Einstellungen richtig sind. Und ob die Charaktere auch so geblieben sind. Ja, das wäre natürlich von Vorteil. Das wäre von Vorteil. Die Übersichtlichkeit. Das ist ja kein Problem. Simon, Rot, Nasti, Gelb, Leon, Lila und Matteo, Pink. So sah das gerade aus. So war das. So soll es verfallen. Und bleibt bei diesen Farben. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich hatte Simon schon spielen sehen, Towerfall Ascension. Tatsächlich bei den Championships zum Beispiel. Ja, stimmt. Am Millern-Tor. Ja. Das waren beides, ja, wirklich kompetitive Events, wo der Druck hoch war. Und er hat bei den Championships sehr, sehr gut performt. Also da war er wirklich überragend gut. Definitiv. Dann hatte ich dementsprechend riesige Erwartungen an ihn, die dann am Millern-Tor beim Kongstar Gaming Day nicht erfüllt werden konnten. Er hatte schwierige oder starke Kontrahenten gehabt. Das ist richtig. Deswegen war ich sehr neugierig, wie er sich hier schlagen wird. Ich würde dich bitten, dass du einmal kurz rüber gehst und den Kollegen mal hilfst bei der richtigen Einstellung, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass das in der nächsten Runde jetzt alles richtig ist. Weil wir wollten natürlich, das habe ich ja auch im Chat so ein bisschen gelesen, der eine oder andere hat da den verzweifelten Appell an uns gerichtet, der könnte die Runde denn nicht neu starten. Nein, zum einen war das dann ja auch in Ordnung. Und zum anderen sind natürlich dann die bis dahin erzielten Punkte weg. Und wir wollten ja nicht das Team benachteiligen, was zu diesem Zeitpunkt Führung lag. Und es hat dann am Ende ja auch ganz gut geklappt. Der Wirt marschiert jetzt rüber. Diese Arena ist zum Glück nicht weit weg von uns und wird dort mit den Klicks weitermachen. Und ich finde tatsächlich bei Towerfall Ascension, wenn man mal das anfängliche Chaos durchschaut hat, kann man sehr schön die taktischen Feinheiten sehen. Vielleicht, wenn ihr das Spiel noch nicht so gut kennt, lasst mich euch das nochmal sagen. Man kann auf den Maps von oben runterfallen und kommt dann eben wieder oben hoch, so ein bisschen Pac-Man-mäßig. Das Gleiche gilt aber auch links und rechts. Man kann links aus dem Bildschirm und kommt dann rechts wieder raus. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine taktische Tiefe. Und dementsprechend muss man eigentlich auf alle Seiten achten. Man kann sich überhaupt nicht sicher sein. Dann gibt es verschiedene Feilarten. Es gibt Explosivfeile, die bleiben an der Wand kleben und haben dann einen gewissen Explosionsradius. Damit kann man sich auch gerne mal selbst killen, wenn man nicht aufpasst. Es gibt so Homingfeile. Und man muss natürlich dann auch das Schild immer mit einkalkulieren. Wir hatten diese eine Situation. Das hat Nasti sehr, sehr gut gespielt. Hat dort einen Feilhagel gegen, ich glaube es war Leon ausgeteilt, und hat sich ein Feil im Köcher behalten. Das war eigentlich eine sehr coole Idee, denn mit diesem letzten Feil hat sie ihn dann auch erwischt. Nur er hatte ein Schild und das hat sie nicht mit einkalkuliert, sodass sie mit diesem Treffer nur das Schild depleted hatte. Und dann wurde sie selbst getroffen. Sie haben es jetzt geschafft. Ich glaube, die Einstellungen sind richtig. Ja. Diesmal ist es Team Deathmatch. Ja. Also wir bleiben bei dem Deathmatch. Aber diesmal sind die Teams auch eingestellt. Also dieses taktische, du killst mich, ich kill dich, ist nicht mehr vorhanden. Genau. Ich bin immer bei Leon, der Profi. Ich muss immer, weil er so gut spielt. Kennst du noch den Film? Ja, natürlich mit Jean Geno. Jean Geno. Jean Geno. Nehmen wir hier. Ich muss immer an diesen Film denken. Ich bin die kleine Freundin von Leon, der Profi. Ich bin Natalie Portman. Ich bin Natalie Portman. Ich dachte, du bist eher die Pflanze. Ich dachte, du bist eher die Pflanze. Oh Gott. Guck ihn dir nochmal an den Film, dann wirst du den gleich verstehen. Ich hab den gesehen, danke. Ja, also, ihr seid hoffentlich bereit da drüben. Der traurige Blick die ganze Zeit. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns direkt wieder weitermachen. Okay. Genau. Nächste Runde. Legen wir los. Team Rot ist Team Rocket Beans, Team Blau ist Team Bonjour, werden wir gleich so sehen. Ja, jetzt kannst du mit dem Stick starten. Gehst du analog oder digital? Was meinst du? Also mit dem Analog-Stick oder? Achso, nee, hier da. Ah, okay. Hier da. Ist das hier da? Okay, ich bin oben rechts. Okay, ich bin dann direkt neben dir. Ich glaube, jetzt dadurch, dass wir in Teams sind, starten wir immer zusammen auf einer Seite. Wir müssen Powerhouse. Spawn erst in der Runde. Die Farben sind geblieben, aber es gibt jetzt Teams. Ja, also Team Rot ist dann natürlich Team Rot. Das macht ja total Sinn. Oh, das ging schnell. Geil. Das war ein Explosionspfeil, oder? Geil. Das hat Simon hier, oh, stark gespielt. Und jetzt sieht man auch schon die Änderungen zum Spiel eben. Es gibt jetzt hier einen Punkt gemeinsam für das Team. Oh, da kam der Explosionspfeil. Oh, nein! Oh, Nasti hier mit den Icarus-Flügeln. Einen kannte ich gar nicht. Musst du das erst mal lernen. Hier sieht man das. Ich hab auch einen Fall gefangen, ohne zu wissen, dass ich das kann. Ich weiß nicht genau, wer Leon ist und wer Matteo ist jetzt. Sie sehen sich sehr ähnlich. Sehr gut. Ich bin tot gerade. Ich glaube, Matteo ist der Blaue jetzt. Ne, Leon ist doch blau und Matteo ist der Pinke. Was machst du da eigentlich? Oh, was macht Simon? Oh, nein! Was zur Hölle? Was war das denn? Guck dir diese Bombe an, die geht so hoch. Ist Leon blau? Ist Leon doch blau? Ey, komm. Ja, Leon ist blau. Ich kenn mich nur spielen gar nicht. Hol dir den Punkt, 2 zu 1. Achtung, Achtung. Oh, hier ist heiß, hier ist heiß. Oh, das war gut. Da ging der Pfeil noch nach oben. Die reichen gerade noch bis zu den Fuß holen. Pfeile sind weg und sie sprengt deine Pfeile rein. Sprengpfeil, da hat sie sich selbst gesprengt. Da hatten sie eine 2 gegen 1 Situation und haben sich doppelt selbst aus dem Spiel genommen. Das tut weh, das ist ärgerlich. Das war stark. Das war richtig stark. Richtig stark. Schauen wir uns noch mal das Replay an. Lässt sich fallen und der doppelte Pfeil. Alter. Stark gespielt. Richtig gut. Weiter so. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, aber es war richtig. Aber es war gut. Oh, una. Oh! Oh. Das hat sich auch getötet. Sie ist da und jetzt muss Simon das ... Oh nein! Oh, was war das? Leon hat sich selbst umgebracht. Leon hat sich selbst umgebracht. Ein Fujifil. Reifique. Aha, 3 zu 3. Okay, okay, okay. Okay, ich bin unter der. Weg direkt runter. Oh, war das! Was wir bisher noch nicht gesehen haben? Pfeile fangen. Scheiße. Das kann man ja auch machen mit dem Dash. Ja, und man kann sie auch natürlich mit einem eigenen Pfeil ablenken. Und wieder diese Explosionspfeile. Aber das sagt man ja auch schon. Messer, Gabel, Schere, Explosionspfeile sind für Kinder nicht so geil. Und das haben die sich hier leider nicht gemerkt, mit diesem kleinen Rein. Da haben wir die Bombe eingesammelt. Ich wiederhole es, es ist eine Bombe. Oh, oh, oh. Das war ein Trade. Ziemlich gut von dir. Nein, jetzt hab ich dich getroffen. Oh, Friendly Fire. Oh, sie lebt noch. Leon ärgert sich zurecht. Aber Nasti ist noch im Spiel. Und Matteo ist noch im Spiel. Ein 1-1-1. Sie hüpfen Beine. Die Mapps. Ja. Oh, und jetzt muss Nasti was gegen ... Eie, die Gravitation. Da sieht man's noch mal, ja. Stark gemacht. Das war ne Jagd. Und jetzt muss Team Rocket Bean sich ranhalten. Sie dürfen diese Runde nicht verlieren. Dann war's das schon. Ja. Dann ist Team Bonjo in Führung. Oh, Simon muss jetzt diese Runde holen. Er lebt noch, und er muss ... Oh, er lebt. Oh, er versucht. Das war stark gespielt. Er hat sich gut gemacht. Er hatte die meisten Pfeile im Köcher. Das ist ein großer Vorteil hier. Vier gegen zwei Pfeile. Da kann man schön spam. Das macht sich hier bemerkbar. Da kann man schön spam ganz genau. Wichtiger Punkt, den Simon hier geholt hat. Fuck. Oh, oh, oh. Das ging aber fix. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Es ist schwer die Farben auseinanderzuhalten, muss ich sagen. Es ist halt sehr schnell, deswegen ... Noch drei Punkte. Dann hat Team Bonjo in diese Runde und auch das Spiel gewonnen. Oh, Simon, lass sie starten jetzt mit Schutschel. Das ist ein großer Vorteil. Den muss man aber auch nutzen. Das tun sie hier. Das war ne schnelle Runde. Ihr seht Explosionsradius, wie er sich selbst aufs Spiel genommen hat. Wenn man damit umgehen kann, sollte man vielleicht die Finger von diesen fallen lassen. Oh, sorry. Der Vorteil ist jetzt weg. Werden uns gegenseitig getötet? Und Leon holt diesen Punkt für Bonjo wieder. Er spielt stark. Noch zwei Punkte. Jetzt muss Team Rocket Beans zurückkommen. Oh, Schild ist weg. Sie verlieren den Schild. Guter Stomp hier von Lasty. Und Simon holt den weiten Kill. Gut gespielt, gut gespielt. Lässt sich fallen, die Spezialität von Simon. Der lässt sich gerne durch die Map treiben. Und das macht er auch hier wieder hervorragend. Ja. Da sprechen sie sich ab. Lasty ist down. Simon gegen zwei. Oh! Er segnet ihr das zeitliche. Springt hier in die Schuhsohlen rein von Leon. Und damit Matchball für Bonjo. Der kommt wieder runter. Der kommt wieder runter. Sensationeller Selbstkill. Trotzdem noch drei Matchbälle jetzt hier. Für Bonjo war ganz, ganz wichtig diese Runde. Stark. Aber es war ein Exchange. Jetzt kommt's auf an. Der geht down. Der geht down. Da geht der Punkt an Team Bonjo. Und auch der Gesamtsieg in Towerfall Ascension. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war stark gespielt von Team Bonjo. Aber ich muss sagen, es war spannend. Es war knapp. Es war knapp. Und es war spannend. Wir haben einige richtig gute, äh, Exchanges hier, äh, der Pfeile auf den Maps gesehen. Und ja, das bessere Ende am Ende für Bonjo. Und wir haben jetzt eine Situation, dass Bonjo alles, was bisher da gewesen ist, gewonnen hat. Ja. Denn ihr habt auch die Community-Interaktion bekommen. Ja. Ja, da werden wir euch gleich noch sagen, was ihr Schönes bekommt. Ähm, erstmal schauen wir jetzt gemeinsam auf den neun-Punkte-Stand. 3 zu 0 für Team Bonjo. Und null Punkte, beziehungsweise ich hab's ja schon gesagt. Das nächste Spiel könnte aber ein Unentschieden bringen. Natürlich. Das ist also alles noch im Rahmen. Alles ist möglich. Der Abend ist jung. Der Tag ist jung. Er hat grad erst angefangen. Er hat krass angefangen. So sieht das aus. Äh, wir haben natürlich jetzt auch, ähm, wieder ein paar Credit Points, die wir ausverteilen können. Zehn Punkte gehen ins Haus. Elf zu Bonjo. Und fünf Punkte gehen zu Rocket Beans. Wiert. Jetzt haben wir ja in der Community-Interaktion ja wieder das Click-Battle gehabt. Dort auch wieder ein relativ klarer Sieg, trotz deiner Teilnahme für das Community-Team Bonjo. Bonjo, was gibt's denn als Belohnung? Team Bonjo bekommt fünf weitere Credit Points, die sie investieren können. Und zwar in unserem Shop. Uh. Ja, wir können ja bei dieser Gelegenheit nochmal den Shop vielleicht auch nochmal anschauen. Äh, was so diese fünf Punkte wert sind. Das ist zum Beispiel ein Stuhl, ja. Mhm. Oder man könnte auch das Geld sparen und sich dann zum Beispiel eine Couch, ein Sofa holen irgendwann für 40 Punkte. Das ist halt die Frage. Die haben ja jetzt insgesamt, glaube ich, mit dem einen Sieg und den Credits von der Community 15 Punkte. Mhm. Was gibt's denn alles für 15 Punkte? Was können wir mit Kaffee holen? Also, ich glaub, die funktionieren ja richtig gut mit Kaffee, haben wir gemerkt. Mhm. Mhm. Oder die holen sich das Snack-Paket mit der liegenden Acht. Mit der liegenden Acht, dem unendlich Zeichen, denn wir haben unendlich viele Snack-Pakete. Ja, das war Towerfall Ascension. Ihr dürft jetzt auch schon wieder zurückgehen in eure Häuser und euch von euren Teams feiern lassen oder enttäuschte Blicke ernten. Ja. Je nachdem, wo ihr hingeht. Und bevor wir gleich die Werbung abgeben, möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Wirt. Danke, Nils. Du hast für den Moment dein Tagewerk verrichtet. Du wirst eine kleine Pause bekommen und wirst gleich ersetzt werden von meinem charmanten Kollegen Itiengadeh. Oh! Der einzigartige, der Quake-Spieler, der Mann, der Let's Plays erfunden hat. Ganz genau. Und bevor der hier gleich, oh ja, ein Kaffeesack wird hier nach uns geschleudert, so als wäre es unsere Schuld. Ähm, bald bei uns im Shop. Daraus wird langsam Gewohnheit, ja, dass Team Rocket Beans die Schuld bei den neutralen Kommentatoren, ähm, projiziert. Ja. So. Wir können ja gleich nochmal, wenn die Kollegen im Set sind, nachfragen, ob die von ihrem Geld was kaufen wollen, was sie sich da grade erspielt haben, sind, äh, denn, äh, die Bonjoa ist schon wieder zu Hause angekommen. Team Bonjoa, seid ihr zu Hause? Die schlafen. Oh, die schlafen noch. Na gut, dann dürfen sie gleich, äh, ihr Geld ausgeben. Machen wir das, äh, in der nächsten Runde. Ähm, wir können ja schon mal zeigen, welcher Kategorie die nächste Runde angehört. Nämlich. Versus. 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 Also gibt's gleich wieder ein schönes Battle. Badam. Mhm. So, lieber Wirt. So. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Man sieht dich ja nochmal. Man sieht mich nochmal und ich bin ja in der Regie. Äh, ich werd nochmal ein bisschen beobachten, was hier alles passiert. Ganz genau. Ich freu mich sehr. Ähm, und wir machen ein bisschen Werbung und gleich, wenn wir wieder da sind, sitzt hier Itenka D. USK ab 16 Jahren. Ich bin der Mythos. Ich bin der Ruhm, den du ersehnst. Ich bin der Zorn. Die Zerstörung. Ich bin Aeternum. Herzlich willkommen zurück bei Haus an Haus. Neben mir darf ich jetzt begrüßen meine lieben Freunde, credible Denka D. Hallo Nils Bohmhoff. Hallo, freu mich sehr, dass du da bist. Ich habe die Ehre, dich jetzt hier so ein bisschen noch mit einzuführen. Im späteren Verlauf werde auch ich noch mal ausgetauscht. Und dann muss ich den nächsten einführen. Absolut, deswegen musst du sehr, sehr gut aufpassen, was jetzt hier passiert. Aber es ist auch gar nicht so schwierig. Für alle, die gerade neu eingeschaltet haben, macht ihr gerne ruhig Notizen. Es steht 3 zu 0 nach zwei Spielen für Bonjoa. Das kommt daher, dass es für Spiel 1 einen Punkt gibt und für Spiel 2, 2 macht in der Summe. 3. Richtig, aber das Gute ist, dass in Spiel 3 3 Punkte auf die Spieler warten. Und das kann also schon der Ausgleich sein. Wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, was jetzt gespielt wird? Gerne. Was wird jetzt gespielt, Nils Bohmhoff? Wir zeigen es dir. Jetzt nimmt Haus an Haus richtig Fahrt auf. In der nächsten Runde spielen unsere zwei Häuser Breakfast. Ein sehr gutes Rennspiel und ein noch besseres Crashspiel. Im Demolition Derby geht es darum, den eigenen Wagen in die Karren des Gegnerteams zu lenken. Dabei muss man natürlich immer auf hinterhältige Attacken gegen das eigene Auto gefasst sein. Also anschnallen, Gaspedal treten, Augen zu und durch. Wreckfest. Wollen wir mal hoffen, dass die gesamte Ausgabe aus und aus nicht zu einem Wreckfest für Rocket Beans wird. Denn bisher wurden sie ganz schön gerackt. Ja, aber das hat hoffentlich aus Rocket Beans Sicht. Wir sind ganz neutral. Jetzt ein Ende. Ach, wir sind neutral? Wir sind neutral, natürlich. Wir sind selbstverständlich neutral. Schauen wir mal in unsere Arena. Dort haben sich nämlich schon die Kontrahenten versammelt. Drei pro Team. Wen darf ich denn begrüßen? Zwei tolle Teams. Zwei super Teams, denen ich beiden gleichermaßen die Daumen drücke. Danke, Elli. Dankeschön. Sehr nice. Da sehen wir also, Shorty darf diesmal mitspielen. Edo ist dabei. Matteo bleibt direkt sitzen. Krogi dürfen wir begrüßen neben Simon. Und Chiara kommt auch zum Einsatz. Bevor wir uns gleich um die Regeln kümmern, und das machen wir natürlich nur, wenn ich eure vollste Aufmerksamkeit habe. Nicht, dass wir kleines Missverständnis haben am Ende. Noch einmal die Frage, wollt ihr für eure gewonnenen Credits irgendetwas kaufen, liebe Teams? Wir fangen an bei Bonjwa. Die haben als Gewinnerteam die erste Wahl. Wir möchten zwei Klappstühle kaufen. Zwei Klappstühle bitte zum Mitnehmen. Sehr gute Wahl. Wir hätten gerne die anderen zwei auch noch. Danke. Die anderen, die mal ... Okay, aus dem Shop die Klappstühle bitte. Kann ich aus Erfahrung berichten? Natürlich. Unbedingt. Ja, also diese Klappstuhl-Geschichte ist eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Weil auf dem Boden sitzen auf Dauer macht keinen Spaß. Ja. Über mehr Sitzgelegenheiten kann ich nichts berichten. Gut. Es gab ja mal eine kurze ... Was? Sofa-Phase, aber die war ja relativ schnell dann vorbei. Liebes Team Rocket Beans, ihr habt natürlich nicht ganz so viele Punkte wie eure Kontrahenten. Wollt ihr trotzdem einkaufen gehen? Nein, es sei denn, jemand meldet sich jetzt und will noch was, weil bei mir bekommt jeder, was er will. Da steck ich gern mal zurück. Das ist sehr nice, aber ... Danke, nein. Nö, wunsch ist glücklich. Möchte jemand von euch vielleicht mein Kissen, also damit er ein Zweitkissen hat? Nö. Nö? Nein, es ist sehr nett. Na gut, wir sind ja nicht Bonja, wir sind ein Team. Das kann aber auch von Vorteil sein, denn, das erkläre ich dir jetzt auch noch mal und allen neuen ZuschauerInnen, die dazu gestoßen sind, wir haben auch ein Element, das nennt sich Glücksrad. Dafür muss das jeweilige Community-Team, in diesem Fall halt Rocket Beans, die Challenge gegen das Community-Team Bonja gleich gewinnen auf der Website rocketbeans.tv. Und wenn sie dann ein Glücksrad gewinnen, dann kann Rocket Beans dieses Glücksrad einmal drehen. Und dort sind alle Items drauf, die gekauft worden sind, mit Ausnahme der Essensgeschichten, also unter anderem auch diese Stühle. Und wenn dann das Glücksrad auf einem dieser Stühle anhält, dann bekommt den Rocket Beans. Das heißt, solange du keine eigenen Items gekauft hast, tauchen die auch nicht auf dem Glücksrad auf, können dir dann auch nicht geklaut werden. Das heißt, die Chance, dass jetzt Rocket Beans was gewinne, sind relativ hoch. Moment, nur, dass ich es verstanden habe. Sie können den Klappstuhl gewinnen, den Bonja gerade gekauft hat? Mit dem Glücksrad? Mit dem Glücksrad. Dafür müssen sie aber erst mal das Recht des Drehens von der Community bekommen. Und um festzustellen, ob das jetzt vielleicht der Fall ist, würde ich dich bitten, einmal hier einen loszuziehen. Ja, bitte die Augen verschließen. Wir hatten jetzt zweimal das Cookie-Clicker, vielleicht ziehst du mal was anderes jetzt. Oh ja. Schiffe versenken. Schiffe versenken. Also, gleich, während wir hier Wreckfest spielen, habt ihr die Möglichkeit, auf rocketbeans.tv mit der Interaktion eine Runde Schiffe versenken zu spielen und euer Team was Feines zu gewinnen. Aber ganz kurze Frage. Ja. Wenn ich jetzt auf Rocket Beans.tv gehe, woher weiß Rocket Beans.tv, für welches Team ich spiele? Nun, wenn du auf Rocket Beans.tv gehst und dich dort anmeldest, dann bekommst du die Wahl zwischen beiden Teams. Das heißt, auf der Startseite wird das dann eingeblendet. Dann entscheidest du dich einfach im Klick für eins deiner Teams. Das wird abgespeichert, du kannst es auch nicht mehr ändern. Und ab dann öffnet sich für dich das Interaktionsfenster. Dort ist unter dem Stream so ein kleiner Joystick. Der dongelt, wenn die Interaktion losgeht, rückst du drauf, öffnet sich ein kleines Fenster und damit kannst du dann mitspielen. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. So, jetzt wollen wir uns nochmal die Regeln anschauen. Wie spielt ihr eigentlich dieses Wreckfest? Also, gewinnt ein Best of Three im Modus Demolition Derby. Unten eins und zwei sind Team Deathmatch. Und sollte es dann unentschieden stehen, gibt es ein Stechen bei Last Man Standing. Da sind die Regeln auch nochmal eingeblendet. Ganz genau. Gibt es dazu Fragen? Nee. Nein, das ist übrigens auch für dich gleich wichtig. Ich hab auch keine mehr. Ach so. Vielleicht beim Team Rocket Beans immer nochmal nachfragen, ob alles angekommen ist. Das ist nice, ey. Ne? Diesmal ist aber alles klar. Nur um sicher zu gehen. Wenn man in diesem Community bitte, bitte, jetzt mal schön im Schiffe versenken, performen soll. Also seid motiviert, motiviert D4, Leute. Ja. Richtig Motivation. Für uns. Das ist gut. Wow. Immerhin gibt es bei euch noch was zu versenken. Dankeschön, Jens. Hm, hey. Dann würde ich vorschlagen, wenn du es mal bist, lieber Kollege. Gibt es irgendeinen Satz, die Spiele sind eröffnet oder sowas? Wie sollst du dir das ausdenken? Top. Die Wette gilt. Das ist keine Wette. Bereit. Alles bereit. Ich will mehr Game-Zone kommen. Auf was rück ich denn? Ja, los, bereit jetzt. Bereit, Leute. Ah, geht nicht der Code vorher? Ah. Geht nicht? Da links. Ah, oben steht. Also wir haben ja auch gewisse Erfahrungswerte mit dem Spiel. Noch von der Gamevasion. Und da muss ich sagen, da hat es bei mir relativ lange gedauert, bis ich geschnallt habe, wie man da gut punktet. Ja, man hat leider diese Zeit nicht. Ja. Man muss direkt funktionieren. Wir sehen jetzt hier Matteo. Es geht natürlich für alle, die das Spiel nicht kennen, einfach darum, sich stumpf zu zerstören. Also sich selbst natürlich nicht, sondern seine Gegner. Auch seine Kollegen sollte man entfrieden lassen. Das hat man hier fast nicht geschafft. Da kamen die beiden Bonge, was sich entgegen. Warte, 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 warte. Also tatsächlich gibt es natürlich die meisten Punkte, wenn man im finalen Treffer landet und ein Auto damit zerstört und umfahrbar macht. Weg hier, weg hier. Da kommt der BTV. L1 kann das schriften, glaube ich. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass es nicht so einfach ist, jemanden zu treffen. Oft fährt man gefühlt einen Zentimeter dran vorbei. Und dann knallt man in die Mauer rein. Und Speed aufbauen und dann rein rein. Und was halt auf jeden Fall gefährlich ist, an einer Wand stehen, weil dann kann man ziemlich sicher sein, dass jemand angerauscht kommt und eine volle Kanne erwischt. Ja, also weg von den Wänden. Oh, eine ist schon ziemlich schrott hier, die 68. Ja, ja. Ja. Die werden schon ordentlich abkommt. Wir werden auch gleich die Interaktionsschatten. Schiffe versenken, wird gleich losgehen. Also macht euch bereit. Wo ist es rüften? Oh, Mensch. Wo ist es rüften nochmal gewesen? Äh, L1, L1. Schaut die da in die Mauer rein. Warte, ich weiß gar nicht, welche Zerachter ist es schon, das Battle Chips. Wer war das? Edo? Genau. Schön von der Seite. Ja, das war ein erster Treffer, wohin gegen Bonjoa noch ins Wasser geschossen hat. Das erkennt man an den Symbolen. Und hier geht es jetzt heiß her. Oh, Shorty ist in Bedrängnis. Und einer ist gerade schon ausgenockt worden. Ja, aber vom Punkt stand noch sehr ausgeglichen. 2 zu 3. Also, es bleibt spannend. Es bleibt definitiv spannend. Kann man die wieder umdrehen? Hier sehen wir jetzt mal das, was mal ein Auto war von Mantle. Oh, und da fahren sie gegeneinander. Das ist natürlich keine gute Idee. Behalt an HP, Edo. Behalt an HP. Also, wer selber mal Wreckfest ausprobieren will, kann das hier natürlich tun. Und zwar kann man sich hier den Weekend-Deal sichern auf Steam vom 4.Elfen bis zum 8.Elfen. Das hat wehgetan. Also, dass das Auto von Matteo noch fährt, ist ein Wunder. Oh! Und jetzt... Das gab 14 Punkte hier für Rocket Beans TV. Die haben mehr Hits als Modern Talking. Gute Runde für sie. Aber kostet das nicht irgendeine HP oder so? Das weiß ich, aber ich war halt... 14 zu 2 die Führung. 16 zu 2. Mit einem Sieg in dieser Disziplin könnte Rocket Beans in der Gesamtwertung ausgleichen. Ja, und das ist wirklich wichtig. Ist einer hinter mir, ist einer? Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie deprimierend das ist, wenn man da schon sitzt, nichts zu essen, nichts zu trinken hat. Es ist ungemütlich. Und wenn du dann auch noch dauernd in den Spielen verlierst, das kann an der Psyche zehren. Ja. Und deshalb ist ein Sieg enorm wichtig. Aber Bonge war jetzt hier schon wieder dran mit 13 Punkten. Guck mal, da sieht man hier gerade das eine Bonge-Auto. Ist so gut wie hinüber. Es ist ein kleiner Zipfel, der da noch ihn am Leben und auf der Strecke hält. Jetzt sehr schön gerannt hier von Simon. Super gemacht. Das Auto auf den Rücken gelegt. Sagt man das aufs Dach? Auf den Rücken. Ja, alle Viere in die Höhe gestreckt. Ich weiß nicht, wer ich bin. Hier Chiara neu gestartet. 25 zu 13 jetzt der vorläufige Zwischenstand. Die haben noch eine Minute 18 auf dieser Runde zu fahren. Und bah, das war nicht schlecht von oben. Zusammenschluss 50 Punkte. Aber da fehlte dann noch der Speed, den Chiara nicht mehr hatte, um da zu finishen. Sie müssen den Vorsprung jetzt halten. Sie dürfen keine großen Hits mehr kassieren. Nur noch eine Minute. Und das wäre wichtig, auch mal in Führung zu gehen. Das Gefühl kennen sie noch gar nicht. Ja, das war gut. Gut von Simon. Aber da hätte er fast noch den Hit selbst kassiert. Das war riskant. Das war sehr riskant. Aber das ist genau das, was du angesprochen hast. Man verschämpft sich eben manchmal um Zentimeter. Man denkt, man hat ihn sicher. Und dann rauscht man vorbei. Auch hier, ne? Da hat sich mal wieder einer bekommen. Aber das war grundsätzlich gut von Chiara. Da ist das eine Bonjo-Auto. Hier sieht man das so gut wie down. Man muss jetzt aber auch finishen. Da sehen wir ihn. Jetzt versucht Chiara nachzusetzen. Wir haben den Hit jetzt nicht drauf gehabt. Oh, ich glaube, der hat gesetzt. 35 Punkte. Das war die Vorentscheidung für die erste Runde. Das würde mich doch sehr wundern, wenn OneDrive das noch aufholen kann in den letzten zehn Sekunden. Aber was man jetzt wieder sieht, diese Arroganz. Da liegen sie einmal in Führung und schon verhören sie den Gegner. Und ich sage dir ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt hier noch eine Chipser bekommen und das Match noch wegwerfen. Aber so kommt es nicht. 1 zu 0 für Rocket Beans. Der erste Sieg. Starke Leistung vom Team Rocket Beans hier bei Wreckfest. Aber es gibt noch eine zweite Runde. Und jetzt gilt es, diese Leistung in die zweite Runde und dieses Selbstbewusstsein mit in die zweite Runde zu übernehmen. Du hast es gerade gesagt, man hört schon die ersten überheblichen Zurufe. Tja, hoffentlich macht sich das jetzt nicht bemerkt bei der zweiten Runde. Wir werden es sehen, wenn es wieder heißt, demolieren oder blamieren mit Wreckfest Runde 2. Das gleiche nochmal. Sollte Rocket Beans den zweiten Punkt holen, gewinnen sie dieses Match. Sollte Bondra ausgleichen, gibt es ein Entscheidungs-Match. Sind alle soweit für den Restart? Okay, ich kann starten. Läuft das Battleship noch im Hintergrund? Das Battleship läuft im Hintergrund für die Zuschauer auf unserer Webseite. Da sehen wir nämlich mal hier das Ergebnis. Also, noch kein Schiff versenkt bei Bondra. Alles gut, alles gut. Und noch kein Schiff versenkt bei Rocket Beans. Doch, zwei versenkt bei beiden. Bei beiden sind die zwei versenkt. Und Bondra hat schon eins entdeckt. Also, das wird vermutlich eher ein Sieg für Bondra werden, wenn ich das richtig interpretiert habe. Eins zu eins jetzt übrigens in dieser Runde. Ist natürlich so, wenn man das einblendet, dann sehen die Zuschauer das ja auch und können dementsprechend dorthin schießen, oder? Na ja, Sie sehen natürlich das Gleiche wie auf der Webseite auch, weil die Schiffe werden nicht aufgedeckt. Ja? Okay, okay. Eben in der Grafik hat man doch die Schiffe gesehen. Genau, aber nicht da, wo die Schiffe stehen, sondern nur dort, wo die Treffer gelandet sind. Du hast lediglich gesehen, ging der Schuss ins Wasser oder hat er ein Schiff getroffen? Ah, okay. Na gut. Solche Anfängerfehler machen wir hier nicht. Noch nicht viel passiert. Das ist ja das Interessante an Rackfest, dass am Ende, wenn die Autos schon demoliert sind, dann gibt es auch die Punkte zu holen. Das heißt, jetzt am Anfang hat das noch nicht so viel Aussagekraft. Ja, auch wenn ein Auto kaputt ist und es dann resettet wird in voller Stärke, dann kann es natürlich auch rein von der Geschwindigkeit und vom Handling her die angeschlagenen Fahrzeuge gut jagen. Und dann hagelt es nochmal Punkte hier, Simon. Und das ist die große Gefahr. Das war... Anfänger zerstören sich eher selbst in diesem Spiel, sodass man vielleicht bei dem einen oder anderen sagt, bleib lieber in der Garage. Ich habe verstanden, was er machen wollte. Er wollte da den Weg abschneiden, aber... Oh, das ist nach hinten losgegangen. Hast du das gesehen? Ja. Sie haben sich nur gestreift, das war eigentlich ein Party, aber Simon ist in die Wand geknallt. Und das war ein fantastischer, sehr guter Treffer. Gab auch ordentlich Punkte, aber wird direkt gerecht von hier kassiert. Ja, Krogi jetzt wirklich in Trouble. Aber das sieht schön aus, sein Auto, oder? Ist eine schöne Form, aber punktetechnisch wird es ihm nicht übrigen. Sieht aus, als wenn er lächelt. Nur ein Punkt, nur ein Punkt. Der Wagen, das sieht man selten bei Krogi. Ja, worüber freut er sich? Bonjoa 1 ist fast down, glaube ich. Bonjoa 1 ist fast down, sagt Chiara. Ja, 6 zu 4 jetzt für Bonjoa. Es ist noch viel Zeit, also keine Vorentscheidung, es ist knapp. Wir frühen wieder, den tun wir nicht. Hä, wie kann das sein? Wie kann das sein, tja. Uh, das war ein Streifer. Die Kunst bei Wreckfest ist es natürlich, das gegnerische Auto so zu treffen, dass das eigene Auto dabei möglichst wenig Schaden nimmt. Das heißt, man muss die volatilen Stellen der gegnerischen Karosserie treffen. Das ist so schön gesagt. Zum Beispiel ist es immer gut, ins Heck zu rasen. Und den, oh, das war ein starker Hitscher-Schaden. Starker Hit, den Chiara da. Aber da hat sie auch ein Ziel geboten, kam dort fast zum Stillstand. Und wenn dann hier einer über den ovalen Parcours in vollem Tempo auf sie zugerast kommt, ja, dann gibt es natürlich saftig Prügel. Simon sieht aus wie sein Auto. Beschädigt. Hat aber immer noch einen guten Speed, habe ich das Gefühl. Aber vorne natürlich, die Motorhaube von seinem selbstverschuldeten Crash. Jetzt hat er ihn vielleicht, das war stark gemacht, aber er kassiert auch wieder selbst. Seitlich gerammt, gab aber gute Punkte. Er hätte ein bisschen weiter hinten oder vorne treffen sollen, aber das war schon gut von Simon. Und hier ist es zum Frontalaufprall gekommen. Haben wir gerade nicht gesehen. Ja, also das war fast schon eine Vorenscheidung. Aber das gab es... Seine Reine Reine. Oh, was macht er denn? Er will sich selbst sich rahmen. Ja, das macht Sinn. Mein Auto brennt. Oh nein! Er hat mich komplett gerammt. Überschlagen und... Aber er setzt sich zurück auf die Straße. Glück gehabt. Oh, warte, wo sind die? 16 zu 6. Also eine Minute Zeit für 10 Punkte. Das kann man machen. Das kann man schaffen. Von Schwa 1 ist fast down. Also da muss jetzt der Fitcher kommen. Und 25 zu 6. Oh, das scheint mir dann die Vorenscheidung. 25 zu 15. Da kommen sie nochmal zurück. Ist das vielleicht der Trick? Da kommen sie nochmal zurück. Aber wie viele Runden haben wir noch, wenn wir die... Keine Ahnung, das wird jetzt nichts mehr. Wir müssen nochmal das Spiel sehen, bitte, liebe Regie. Und nicht hier das Menü. 35 Sekunden. Es ist noch nicht verloren. 26 zu 15 für Bonjois. Ich konnte nicht. Aber Bonjois 3 ist... Rocket Beans muss jetzt hier ein Bonjois-Auto zerstören, um hier nochmal auszugleichen. Mindestens auszugleichen. 24, 26, da sag ich's gerade noch. Es reicht aber noch nicht. 17 Sekunden. Mein Gott, das ist ja spannend hier. Da muss noch ein Hit kommen, last minute. Wird es noch ein Lucky Punch geben? Wo sind die denn? Das kann dann die Entscheidung sein. Aber sie finden sich nicht. Wo sind sie denn, die Autos? Der Parcours wird größer und größer. Sie finden sich nicht. Da sind sie jetzt... Da kommt der Hintermann, gibt noch einen Punkt. Er gibt nur einen Punkt. Ich glaube, wir müssen einfach... Schiebung! 26 zu 25 in letzter Sekunde. Ein Hit zu wenig. Wir haben gewonnen. Wir haben natürlich einen Punkt gewonnen. Aber wie kriegt man nochmal Punkte? Das war not even close. Das weiß niemand. Wie hab ich das denn gemacht? Ich glaube, Rahmen gibt Punkte. Und bei denen hat einer gar nicht gerammt, oder? Einer hat voll viel AP von euch gekriegt. Nee, wir hatten einen, der hat gar nichts gemacht. Aber eigentlich, wer war das? Haben wir einen mehr gehabt? Weiß ich nicht. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Simon kam gar nicht. Ich war schnell raus, hab dann respawned, hab mich aber hingestellt. Ah. Ja? Ich war dann nicht mehr im Game sozusagen. Okay, aber gut. Kroge hat Zerplay gemacht. Ja, das war das sehr gut. Danke, Kroge. Aber das hast du gesehen. Wenn man stirbt, nicht respawned. Ja, genau. Und ich hab einfach Tafrika draufgedrückt, hab mich hingestellt, nichts gemacht. Okay, okay. Okay, das wissen wir gerade. Dann können wir nicht die Zerplay bleiben. Ihr Lieben, ich möchte euch ungern in eurer hitzigen Diskussion unterbrechen, aber ihr habt es selbst schon erfasst. Es steht eins zu eins, eine knappe Runde, 26 zu 25. Spannend bis zum Schluss. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Stechen, das die Entscheidung bringt. Genau, und das wird Last Man Standing sein. Das heißt, das letzte Auto, das übrig bleibt, gewinnt. Ja, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Ich denke, du hast das recht gut erfasst. Da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein, auch mit dem eigenen Auto möglichst Crashes gegen die Wand vermeiden, die dann natürlich die Fahrtüchtigkeit des eigenen Vehikels heruntersetzen. Seid ihr mit den Einstellungen soweit? Oder braucht ihr noch eine Sekunde? Einmal respawnedrückt, als ich auf dem Dach lage. Das ist okay. Ja, das ist ja was anderes. Oh, wir haben eine Frage, Leute. Hört ihr uns? Ja, natürlich. Immer. Die Frage war, und das betrifft alle, wenn jemand komplett die Energie komplett unten ist und er respawnt, also volle Energie hat, darf er da noch teilnehmen? Oder muss er sich dann irgendwie rausziehen? Oder wie läuft das? Weil wir hatten jetzt ein bisschen die Diskussion, was davon... Also, der Modus, der jetzt gespielt wird, heißt Last Man Standing. Wenn man respawnen könnte, würde dieser Modus natürlich anders heißen. Aber hätten wir es eben machen können? Weil wir haben uns ja gerade, aus Nettigkeit hat sich der Kroge ja gerade aus dem ganzen Match rausgezogen, weil er nicht wusste, dass er teilnehmen darf. Welche Antwort würde dir jetzt besser gefallen? Ich hab ja bei der ersten Runde aber auch nicht respawned. Ich hab auch nicht respawned. Wir sind auch nicht respawned. Wir waren ja auch tot. Dann passt es. Ich meine, ich wollte natürlich jetzt die Credits für mich mitnehmen, aber wir haben es gut gelöst. Gut abgeblockt, muss ich sagen. Mit auch ein schönes Leder, Nettigkeit, einfach abgeblockt. Das ist so richtig falsch. Ja gut, aber jetzt... Aber dürfen wir jetzt respawnen? Nein, nicht respawnen. Wenn man tot ist, ist man tot. Aber hier geht es eh nicht. Hier geht es eh nicht. Ach, mir ist es egal. Last Man Standing. Oder auch Last Car Driving. Ich glaube, deutlicher kann man es eigentlich nicht machen. Ich hoffe mal, die Teams sind startklar. Ja, und ich glaube, sie fahren schon los. Dann schalten wir mal schnell lieber zurück auf das Geschehen. Und hier geht es direkt schlecht los für Bonjoa Mantle, der hier in die Zange genommen wird. Sich direkt mal gedreht hat. Oh ja, er hat natürlich clever gesehen, wo ist die weiche Flanke. Jetzt ist es natürlich spannend, wie wird die Strategie sein. Und natürlich will man überleben, also auch möglichst wenig Schaden bekommen. Aber du musst ja auch die Gegner rauskatapultieren. Also einfach allen Crashes ausweichen, wird auch nicht zum Erfolg führen. Boah, geil. Komplett zerstört. Oh, da gab es eine Zerstörung. Oh mein Gott. Schau, ich bin hinter dir. Ich fühle mich schon so angestrengt, dass sie mich überhaupt nirgends gegen fahren. Ja, also Shorty macht einfach eine Sonntagsfahrt. Die geht ihr alle mal aus dem Weg. Vielleicht schauen wir mal jemanden an, der ein bisschen mehr Action bietet. Da zum Beispiel. Dankeschön. Kannst du respawnen? Sehr guter respawn. Ja. Das wird ein Aufpraller gedodged. Hier musste ein Respawn einmal angewendet werden von Edo. Oh, schöner Hekt, schöner Hekt. Ui, das war stark. Ui, das war richtig gut. Das Auto ist ganz schön gewellt. Dann geh raus. Also nicht mehr ran. Ich nehme jetzt einen Asphalt. Ich nehme jemanden mit. Und das hat sehr gut geklappt, was er sich vorgenommen hat. Er hat gesagt, ich nehme noch einen mit und besser kannst du einen. nicht mehr mitnehmen. Es sei denn, du arbeitest bei der Deutschen Bahn. Frontal runde. Wie regelt das, Jungs, ne? Matteo nahe zu. Bleiben befleckt. Nur vorne ist es rot. Ja, einfach rein. Wenn du kannst, reinrammen. Ja, ich habe es versucht. Ich habe ihn nur leicht getroffen, leider. Alles gut. Oh ja, Edo ist ganz schön rot. Da muss man jetzt aber auch gezielt Jagd auf die Schwachen machen. Ja, will ich. Denn sobald du numerisch in der Überzahl bist, kannst du natürlich so ein richtiges Jagdgeschwader bilden, wenn man sich hier gut koordinieren kann. Ich habe jetzt noch... Oh, da gab es den links. Haben wir schon gesehen. Da hat RBTV richtig einen abbekommen. Brennt von dem schon einer? Ist schon einer raus? Ah, das raus von dem, glaube ich, oder? Da sieht man RBTV3. Fährt auf der letzten Felge. Ich glaube, ich. Wirklich? Ja, ja, da versteckt sich einer am Rand. Den hole ich mir. Macht euch keine Sorgen. Das mache ich. Ah, Matteo geht auf die Jagd. Was ist gerade passiert? Ja, das war... Außenring ist super weird. Da kennst du dich gar nichts aus. Ich glaube, man muss ja aufpassen, dass man, wenn man rammt, nicht an den kaputten Teilen rammt, weil man sich sonst sein eigenes Auto... Tja, aber lebst du noch? Ja, seht ihr? Es geht super schnell. Tja, aber lebst du noch? Ich lebe noch. Okay, gut. Dann fahr einfach nur rum. Ja, okay. Versuch gar nicht zu kämpfen. Okay. Ja. Ne, 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 du musst dich einfach kontaktieren. Rechte oben ist ein Counter. Achtung. Wie, was? Ihr fliegt aus dem Spiel, wenn ihr passiv seid, ne? Liebe Kandidaten. Ja, es geht darum, wer überlebt. Ja. Ja. Wer keinen Schaden zufügt, bekommt einen Countdown. Der wird dann oben rechts eingeblendet. Ja, das wusste ich aber auch nicht. Ach. Wart mal, was wissen wir nicht? Oh, das ist ein Frontal. Ich komm, ja. Komm jetzt, Kircher, ich ramm her, ich halte ihn fest. Jetzt komm her. Ramin, Ramin. Ja, super. Sehr gut. Oh. Das mit dem rauswerfen wusste ich aber echt. Okay, wir müssen jetzt weiterspielen. Ist jetzt gerade egal. Kjara muss es jetzt rauswerfen. Es ist übrigens gute Tradition vom Team Rocket Beats TV in jeder Runde die Schuld. Ja, ich habe einen Punkt. Wir haben nur noch einen Gegner, oder was? Kommentatoren oder den Organisatoren. Um dieses Events zu suchen, da ist fast Bonjoa raus. Kjara ist raus. Aber auch ein Bonjoa-Auto ist nahe dem Exitus. Da musst du dich dran gewöhnen, Eddy. Ich finde sowas nicht gut. Ich würde sowas nicht machen. Ja, nee, keine Frage. Ich habe mich beim Leben noch nie beschwert beim Videospielen. Das kann ich bestätigen. Mach Frontalstoß gegeneinander. Genau, mach Frontal. Ist die hinter mir? Ich glaube, ich werde in meine Richtung. Ja, jetzt. Da ist die. Da unten. Ah, Fasskanapé. Holen Sie die. Das ist Cody. Oh, ja. Ja, ja, ja. Shorty. Klack, 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 klack. Und? Wer? Ich weiß nicht. Oh, ein was ist passiert? Der Knockout. Ja! Er hat es gerade gewonnen. Und wir haben gewonnen. Unfassbar. Einen Sieger, der rot trägt. Ja, man ist trotzdem miserabel. Ein Herzschlag-Finale. Also das müssen wir ganz kurz einmal rekapitulieren. Wir haben also ein Doppel-Knockout gesehen. War das zwischen Shorty und Chiara? Nee, Shorty und Krogi. Nee, Shorty und Krogi. Und ich bin noch erster gewesen. Stand doch da. Ja, aber ich wollte nur wissen, ob du abseits des Crashes einfach nur als letzter standest und die beiden sich gegenseitig durch den Crash aus dem Spiel genommen haben. Ich bin gefahren. Oder hast du diesen Crash-Partizipanten gewesen? Okay, du hast diesen Rammstoß gesetzt, den finalen Rammstoß. Das kann ich bestätigen. Stark gespielt. Edo ist mein Zeuge. Stark gespielt. Ich hab nichts gesehen. Ich hab's auch gesehen. Das war sehr stark. Auf der letzten Felge. Aber es hat gereicht, um Shorty mitzunehmen. Sorry, Shorty. Ganz genau. Und damit haben wir tatsächlich zum ersten Mal an diesem Abend ein Siegesgeräusch aus den Rocket Beans-Mündern vernommen. Beide super gemacht. Und wir schauen direkt mal auf den neuen Stand. Da steht es nämlich 3 zu 3. Spannend. Sehr spannend. Es ist exakt das eingetroffen, was wir gesagt haben. Das kann jetzt natürlich einen Push geben. Es wird sehr spannend sein. Und ich glaube, diesen Push werden Sie auch brauchen für die nächste Disziplin. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber da kommt es auch darauf an, selbstbewusst zu sein, um hier die beste Leistung dann abrufen zu können. Also zum richtigen Zeitpunkt gepunktet. Team Rocket Beans. Definitiv. Aber es haben ja nicht nur die Rocket Beans im Studio gegen Bonjoa gekämpft, sondern auch die Community hat untereinander bei Schiffe versenken um einen wichtigen Bonus gekämpft. Und da wollen wir euch natürlich nochmal zeigen, wer da jetzt gewonnen hat. Auch dort hat Team Rocket Beans gewonnen. Unfassbar. Was kriegen wir jetzt? Ein Glücksrad. Wir können entweder den Nito oder einen Stuhl kriegen. Was kriegen wir? Den Nito oder einen Stuhl? Den Nito oder einen Stuhl gibt es, glaube ich. Hä? Aber wir brauchen keinen von Bonjoa. Nee, echt. Ihr könnt ja bald den Scheiß. Jetzt passiert folgendes. Liebe Freunde draußen im Studio, hört mal bitte ganz kurz zu. Eure Community, damit meine ich jetzt das Team Rocket Beans, hat tatsächlich dieses Match gewonnen und euch ein Glücksrad erspielt. Jetzt ist es so, dass der Zeitpunkt kaum besser hätte sein können, da ihr ja eure Punkte noch nicht ausgegeben habt und ihr jetzt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit habt, einen der Stühle von Bonjoa zu klauen. Ja, das heißt, ihr dürft jetzt einmal das Glücksrad drehen und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Äh, da ist er fallender Seite, okay. Äh... Ja! Die Miete! Ja. Ihr habt die Miete. Also, das bedeutet, ihr dürft euch jetzt Matteo nehmen. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komm runter. Ich ziehe das Shirt. Ja, komm, 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 rüber. Bei uns wärst du der King. Wir würden dich feiern. Ja, wirklich. Nicht so wie dein Team. Wir würden dich runtermachen. Uns Alben. Okay. Gut, also. Ja, ja. Wir haben hier zweimal die Rocket Beans als Sieger, aber am Ende hat zumindest der Community die Sieg nicht so viel gebracht, denn es ist die Minute geworden. Aber jetzt sind beide im Spiel. Ich hab das Gefühl, beide brauchten ein bisschen Anlauf, bis sie angekommen sind und das ist jetzt passiert. Äh, gleich wird noch jemand anderes hier ankommen und das ist natürlich Dennis Richtarski. Der wird gleich hier Platz nehmen und mit dir zusammen weiter kommentieren. Im Laufe der Nacht und des Abends und des Morgens wechseln hier die Kommentatoren immer mal wieder durch. Das ist der Vorteil. Wir dürfen uns ein bisschen ausruhen. Bei den Kandidaten ist das ein bisschen weniger großzügig gehandhabt mit den Ruhezeiten. Ich liebe diese Seite von Haus an Haus. Oder? Das ist ein bisschen besser. Das ist die bessere Seite. Bisschen besser, genau. Ich freu mich sehr, dass du gleich den Zuschauern auch aus deinem Erfahrungspool vielleicht noch ein paar Anekdoten mit auf den Weg geben kannst. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, eine andere Perspektive für dich. Wir schauen noch mal gemeinsam, welcher Kategorie denn das nächste Spiel angehört. Es wird wieder einen Speedrun geben. Es wird wieder einen Speedrun geben. Welches Spiel dann dabei rauskommt, das erfahren wir erst nach der Werbung. Okay. Ich verabschiede mich von euch. Wenn alles läuft wie geplant, sehen wir uns morgen zum Ende dieser Show noch mal. Falls es früher zu Ende sein sollte als gedacht. Daneben nicht. Wir werden es herausfinden. So sieht es aus. Vielen Dank, Nils, für die bereits großartig geleistete Arbeit. Ich hoffe, in diese großen Fußstapfen treten zu können. Ich habe keine Ahnung, was ich alles machen muss. Aber ey. Du wirst es herausfinden. Snacks kaufen. Genau. Du wirst es großartig machen. Für euch gibt es jetzt ein bisschen Werbung. Ich sage schon mal Tschüss. Viel Spaß mit den kommenden Stunden. Bleibt dran. Es lohnt sich. Macht's gut. Ich bin der Mythos. Ich bin der Ruhm, den du ersehnst. Ich bin der Zorn. Die Zerstörung. Ich bin Aeternum. Herzlich willkommen zurück zu Haus an Haus 2. Und es hat ein fliegender Wechsel auf der Kommentatorenposition stattgefunden. Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist. Denzel Dennis Richtarski. Hi. Hallo, hallo, Eddie. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich bin schon gespannt. Ich habe gehört, eben gerade hat Rocket Beans gewonnen. Also ich komme gerade rechtzeitig. Das scheint richtig spannend zu sein. Es ist richtig spannend. Gut, dass du es sagst. Wir schauen direkt mal auf die Punktetafel. Denn nach den ersten zwei Disziplinen sah es nicht so gut aus für Rocket Beans. Da ist Bonjoa deutlich in Führung gegangen mit 3 zu 0. Aber jetzt bei Wreckfest hat Rocket Beans zurückgeschlagen und es steht 3 zu 3. Wir sehen ja, mit jedem Spiel gibt es auch mehr Punkte zu gewinnen. Ja. Und ja, jetzt ist natürlich erstmal die Frage an das Gewinnerteam von eben, also an das Team Rocket Beans. Könnt ihr mich hören? Und wenn ja, wollt ihr etwas im Shop kaufen? Danke, Eddie. Danke, Denzel. Freut mich sehr, dass du uns fragst. Wir haben uns gerade schon hier besprochen und wir wissen leider nicht genau, wie viele Punkte wir haben. Sind es 1000? Mindestens. Es sind genau 1000 minus 980. Schnell ausgerechnet. War wirklich? Wir haben nur 20? Ihr habt nur 20? Überleg mal, was du da alles kriegst. Einmal gewonnen ziehen. Na gut, okay. Dann nehmen wir, wir hätten gern die Sixpack Fritz Cola Zuckerfrei in Endlos. Okay, ich wollte, eine Sache steht nicht auf der, es gibt ein Secret Menu. Du, Simon, kannst für 20 Coins, kannst du jetzt auch einmal kurz aufs Klo gehen. Ich lass laufen, ich hab ja mein Kissen dabei. Okay, also ihr wollt das Sixpack Fritz Cola Zuckerfrei. Das kostet aber nur 10. Das habt ihr noch 10. Da habt ihr ja, da könnt ihr ja zwei Sixpacks unendlich. Wir sparen einmal, verlieren, bis wir dann das Snackpaket kriegen. Ja, das leckere Snackpaket. Mit den guten Würstchen. Okay, ansonsten für 20 könnt ihr euch auch die Benjamin-Blümchen-Torte kaufen. Moment, bleib mal, bleib mal so. Schauen Sie, schauen Sie. Schauen Sie. Gut, gut, gut. Bitte schön. Die Benjamin-Blümchen-Torte ist damit jetzt passé. Also, ihr seid versorgt. Und jetzt geht es natürlich darum, was hier überhaupt gespielt wird. Wir haben es gesehen, die nächste Kategorie ist Speedrun. Du bist persönlich mit dafür verantwortlich für das nächste Spiel. Ich freue mich sehr drauf, du hast es vorbereitet. Und wir schauen uns eine kleine Matz an, die dieses Spiel vorstellt. Reisen wir nun an einen gottverlassenen Ort, der von einer üblen Seuche heimgesucht wird. Die verfallene Stadt Janam. Kenner wissen Bescheid, es geht natürlich um FromSoftware's Meisterwerk Bloodborne. Mit Klingen und Feuerwaffen kämpfen unsere Teams ums Überleben und wagen sich in die düsteren Schatten einer gefährlichen Welt. Es hat ja niemand gesagt, dass Haus an Haus leicht werden würde. Der Chat rastet aus. Völlig zu Recht. Bloodborne. Genau, das will ich sehen. Ja, ich freue mich, dass jetzt nochmal richtig schön das, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber es ist nichts Schöneres, als sich jetzt hier schön hinzusetzen und die ganzen Pansen zu sehen, wie sie versuchen, Gascoin zu legen. Weil das wird die Regel sein. Das ist die Regel, die können wir auch mal kurz einblenden. Und dafür haben sie, glaube ich, 45 Minuten Zeit, wenn ich das rechne. Ein bisschen mehr, glaube ich. Ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen mehr, wobei, das erfahren wir bestimmt gleich. Es sind 45. 45 Minuten. Und ein Spieler, die dürfen in der Kategorie Speedrun die Spieler durchwechseln. Also jeder darf mal ran, ist egal. Es zählt natürlich die beste Zeit. Genau, wer ihn als erstes legt, das ist gar nicht so einfach, das kennen wir. Ja, aber eigentlich, wenn man ein gut geübter Spieler ist, kommt man, wenn man relativ konsequent durchgeht, da ziemlich genau in 45 Minuten hin. Der Weltrekord, das komplette Spiel durchzuspielen, liegt bei 20 Minuten. Also wenn man richtig gut ist, dann hat man ihn wahrscheinlich nach fünf Minuten. Aber ich glaube, das wage ich zu bezweifeln, dass das heute eintritt. Es ist möglich, aber du darfst dir wirklich nicht viele Fehler erlauben. Vielleicht ein, zwei, drei, viermal sterben, aber mehr auch nicht. Das war's dann. Es ist sehr interessant zu sehen gleich, wer überhaupt gegeneinander spielen wird. Denn natürlich konnten sich die Teams vorbereiten. Und Simon Weismann ist zum Beispiel ein Speedrun-Fan. Und auch die Bonjois sind bekannt dafür, dass sie die Souls-Reihe gerne mal speedrunnen. Also da wird man sehen, ob die sich vielleicht auch vorbereitet haben. Vielleicht sehen wir hier Speedrunning-Tactics. Bist du dir da sicher? Ich dachte, die Spieler durften sich nur in der Kategorie Versus vorbereiten. Und das hier ist ja jetzt Speedrun. Ich glaube, sie dürften jetzt überrascht sein, dieses Spiel zu sehen. Oder sehe ich das falsch? Weiß keiner. Das ist korrekt, das ist korrekt. Sie wissen von nichts. Ihr seid überrascht. Ich bin überrascht. Wie die hier alle sitzen, ne? Ihr seid überrascht. Komplett überrascht. Ihr seht überhaupt nicht überrascht aus. Doch, sind wir. Wir sind einfach erschrocken. Freut ihr euch denn wenigstens? Ich hab richtig Bock. Leon freut sich auf jeden Fall. Leon, ey, was ist das? Oh man. Was denn? Ich hab's noch nie gespielt. Stimmt das wirklich? Ich hab's wirklich noch nie gespielt. Also ich hab's angespielt, aber nie durchgespielt oder irgendwas. Okay, wer im Team Bonjois ist denn hier der Blackboard-Experte? Hat's überhaupt jemand von euch gespielt? Nein. Nein. Keiner von euch. Wir haben's nicht durchgespielt. Keiner hat's durchgespielt. Aber ich kenn den Boss damit. Was ist, wenn wir den Boss nicht finden? Was passiert dann? Dann verliert ihr. Ja, genau. Relativ einfach. Wir haben auch nicht gesagt, wo der ist. Also ich geb euch einen Tipp. Der wohnt auf einem Friedhof. Genau, folgt den Leichen. Team Rocket Beans, wie sieht's bei euch aus? Wer ist bei euch Bloodborne versiert? Also ich hab's natürlich gespielt, aber wir haben uns schon auf Chiara geeinigt, weil die besser ist in den ganzen Souls-Games. Und wenn wir den Weg zum Spiel finden, du machst das schon. Ja, aber das ist nur fair, oder? Ja. Ja, du kriegst das in Chiara. Leer noch's Maul, du Sau! Chiara, komm doch her! Komm du doch her! Ich mach dich fertig. Okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Also macht euch schon mal ready. Ihr könnt schon mal einen Charakter erstellen. Und jetzt geht's natürlich auch noch um den Community-Battle. Oh ja, den Community-Battle. Dazu ziehen wir einmal aus diesem wunderschönen Gefäß. Ich soll ziehen, okay. Ich hab's dir in den Geil. Du hast es mir aus der Hand genommen. Und was steht da drauf? Da steht drauf, Schiffe versenken. Oh, das mag ich gerne. Hatten wir eben auch schon. Da hat die Rocket Beans-Community gewonnen. Also, noch mal Schiffe versenken. Und dann gibt's die Chance aufs Glückrad für die Community, die gewinnt. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob die beiden Teams denn soweit sind. Seid ihr ready, Team Bonjois? Ich bin bereit. Wir sind ready. Never. Okay, Leon hat schon die Hand am Pad. Okay. Du darfst ja einen Charakter aussuchen, völlig egal was. Das ist soweit nicht wichtig. Aber wir wünschen euch viel Glück. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, alle ... Schwierig. Sehr schwierig. Gerade wenn man aus Souls kommt. Das ist dann doch noch mal ein anderes Feeling. Wir fragen mal Rüben. 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 Bei Team Rocket Beans. Wer will noch was hören? Ja, äh ... Bist du bereit, Chiara? Wir sind bereit. Und übrigens, wir haben jemanden aus Bonjois nachgebaut. Vielleicht erkennen das dann die Leute. Könnt ihr dann in den Chat schreiben. Ich bin jetzt schon wütend. Wir sind sehr gespannt und beide Teams sind bereit. Ich frage, ob die Regie bereit ist. Dann legen wir los. Speedrun in Bloodborne. Top. Die Wette gilt. Erst mal landet man noch bei diesem Hub-Ding, oder? Diese Hub-Welt. Oh je, oh je. Also da sieht man schon Hub-Welt. Hab ich noch keine gesehen in Bloodborne. Ach doch, es gibt eine Hub-Welt. Ja, es gibt eine Hub-Welt, aber nicht am Anfang. Hab ich hier schon eine Waffhörer nicht? Die kommt gleich. Aber merkt euch, die Gesichter und die Stimmung, die dürfte jetzt rapide, kontinuierlich runtergehen. Wir wissen alle, es ist ein frustrierendes Spiel. Ich glaube, man muss eigentlich nicht da viel zu sagen. Die einzigen Leute, die das Spiel nicht kennen, scheinen die Teilnehmer zu sein. Ja, das wird interessant zu sehen sein, ob überhaupt jemand zu Gascoin kommt, geschweige denn, ihn es auch dann schafft. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so versiert ist in dem Spiel, ist das nämlich ein ganz schöner, harter Boss, muss ich sagen. Das stimmt. Aber hier scheint Chiara doch schon... Die ist sehr hart. Aber in 55 Minuten ist das machbar. Ich muss zugeben, du hattest es ja gesagt, ich habe das versucht zu timen und rauszufinden, was man in der Zeit erreichen kann. Und ich hatte immer dich, Eddie, im Hinterkopf. Ich dachte immer, what would Eddie do? Der kleinste niedrige Gesender, wenn Eddie sind 45 Minuten, schafft jeder in 45 Minuten. Ist das, was du da sagen wolltest? Ich kann mir das nicht sagen, aber schön, dass du es getan hast. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann hier ablaufen wird. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass beide es nicht schaffen. Was ist denn dann eigentlich, wenn keiner Gascoin schlägt? Ja, dann gibt es wahrscheinlich für beide Nullpunkte, ne? Gibt ja noch genug andere Disziplinen, in denen man dann Punkte holen kann. Ist ja kein Problem. Okay, also ich muss nach links auf jeden Fall dann gleich laufen. Hier übrigens sehr klug, dass sie gleich... Okay, dann geht es darum, wer am weitesten gekommen ist. Donner-Loot-Damage. Nehmen wir das hier einfach, oder? Hier, was ist das hier? Okay. Ah, okay. Also die Regie sagt gerade... Das ist ein bisschen schwierig, weil... Wer den Boss für Norgescoin dann als erstes gelegt hat. Ja, den... Ich weiß gar nicht, ob man den legen muss. Der ist optional. Der ist optional. Genau. Wir schauen mal... Wir haben ja hier versierte Leute, die das dann bewerten können, ne? Nee, gar nicht. Du? Okay. Hier wird sich jetzt erst mal die Startwaffe ausgesucht. Der Meat Cleaver, die stärkste Waffe im Spiel tatsächlich. Komplett aufgelevelt, macht sie am meisten DPS. Ich mag sie nicht am liebsten, also es ist nicht meine Favorite-Waffe, aber sie ist objektiv gesehen, macht sie den meisten Damage-Output, wenn man sie komplett aufgelevelt hat. Den meisten Eiferschaden, sagt man. Da oben ist ein Item benutzen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Bloodborne gespielt habe, es macht so Bock, wenn diese Waffe so einmal so rauskingen und dann dieses Transformen der Waffe. Das hat schon Spaß gemacht. Geht ja auch im Kampf für den Extra-Style. Kiara jetzt an den Chalice-Dungeons. Das ist reine Zeitverschwendung, was Kiara da macht, da ist noch nicht viel los. Aber ist na klar, sie weiß jetzt natürlich noch nicht, wie das Spiel funktioniert, checkt erst mal im Hub alles aus. Aber sie kriegt auch keine Hilfe, im Gegensatz zu Team Bonjois, wo von der Seite viele gute Tipps reinkommen und deswegen führen sie auch schon. Aber also dafür, dass Bonjois sagt, dass sie keine Ahnung haben, gehen sie schon direkt den richtigen Weg. Das stimmt, das wird sehr schwer für Team Rocket Beans. Sehr zielgerichtet, hier direkt die Gegner werden auch ausgelassen, also Speedrun ist hier tatsächlich Programm. Leute, ich muss vielleicht die Steuerung umhindern. Macht das mal. So, Bonfire, das Community-Spiel findet jetzt auch statt. Vielleicht können wir es kurz einmal einblenden. Wir haben hier natürlich wieder Schiffe versenken, also wer mitmachen will, meldet sich an bei rocketbeans.tv. Auf das kleine Joystick-Symbol klicken, wenn es wackelt und dann könnt ihr für das jeweilige Team antreten. Aber ich sehe keine Möglichkeiten, die zu ändern. Kiara, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das, was ich da bei Bonjois sehe, das sind Speedrun-Tactics. Dadurch diesen Mob durchzurennen, das machst du nur, wenn du weißt, dass man das machen kann. Ja. So spielt man Bloodborne in der Regel nicht, wenn man es noch nie gespielt hat. Ja. Das, äh... Ist das Verwirrungstaktik dann gewesen, als Leon meinte, er hätte es noch nicht gespielt? Du kannst die ausklappen, du kannst die ausklappen. Scheint so. Ich weiß es nicht, aber zumindest kann mir jetzt keiner mehr von denen sagen, dass sie nicht sich mal schon mal einen Speedrun zu Bloodborne angeguckt haben, weil das ist 1 zu 1 Speedrun-Tactics. So weit waren wir beide noch nie in so kurzer Zeit. Ne, tatsächlich. Das ist so wie ratzfatz. Du kannst da gar nicht so gut durchrennen, wenn du gar nicht, wenn du gar nicht weißt, wo dir das Gegner-Placement ist. Bestimmt. Wobei hin und wieder sieht man, dass sie natürlich noch nicht hundertprozentig drin sind. Genau. Der Chat hat natürlich recht. Leon hat gesagt, er hat es noch nie durchgespielt, aber das kann natürlich sein, dass er den Anfang dafür schon 700 Mal gespielt hat. Ja, er sagt, er hat es angezockt und das suggeriert natürlich eigentlich was anderes, als das, was wir hier sehen. Na gut, aber auch jetzt weicht er von dem Weg ab, aber wir sehen auf der anderen Seite Chiara, da sieht man legit, so sieht das tatsächlich aus, wenn man Bloodborne zum ersten Mal spielt, man stirbt beim ersten Gegner. Chiara ist ja eigentlich eine unglaublich gute Gamerin. Hätte ich jetzt bei Bloodborne viel von mir erwartet. Simon hat es ja auch gespielt. Vielleicht wird er irgendwann das Pad aus der Hand reißen, wenn es ihm zu viel wird. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass da keiner irgendwie geschrien hat, Bloodborne Lieblingsspiel. Also es ist ja so ein beliebtes Spiel und man hört immer wieder, wie viele Fans es hat. Und jetzt haben wir hier acht Hardcore-Gamer sitzen, die das hauptberuflich machen. Und keiner hat hier wirklich eine größere Bloodborne-Erfahrung offensichtlich vorzuweisen. Ja, und wir sehen, dass Team Bonjoa tatsächlich jetzt hier sozusagen schon auf dem Weg zum ersten Boss ist. Und somit schon mal das Torverhältnis, wollen wir mal sagen. Für sich entscheiden. Also falls keiner von beiden es schafft, wird das Team gewinnen, das diesen Boss hier gelegt hat. Die Kleriker-Bestie. Ja, die Kleriker-Bestie ist optional, muss man gar nicht machen. Gibt Wege vorbei, aber natürlich, der reguläre Weg führt in der Regel auch an diesem Boss vorbei. Selbstverständlich. Und er erinnert einen so ein bisschen an Dark Souls 1, den Taurus-Dämonen auf der Brücke. Ja, jetzt wo du es sagst, er ist auch so ein bisschen fuzzy. Ja, und spielt sich auch ähnlich. Schön da ran, durchrollen, fuzzy, furry, ja. Das sind ja die viele Gegner. Das war ja so ein bisschen das neue Feature von Bloodborne, dass die alle so ein bisschen Fell haben und so. Ja, ich bin gespannt, ob sie, also viel hat er noch nicht verloren. Die Kleriker-Bestie. Oh, das ist der Grab, der ist sehr gefährlich, der kann einem auch richtig wehtun, aber Leon lebt noch. Wie viel habe ich? Ich lebe ein 6. Weil ich versuche mal zu pairing einmal. Einfach nur, dass ich es habe. Geh in der Arbeit. Das ist riskant. Aber das ist schon ein wichtiger Meilenstein, denn wenn beide es nicht schaffen, Gas-Coin zu legen, dann wäre Leon hier in Führung, wenn er es schafft, jetzt hier das Kleriker-Best als erstes zu legen. Ich finde das schön, dass Bongeard ja direkt hingeht. Ich könnte auch kein Boss stehen lassen, wenn er so in der Nähe ist. Das gehört einfach dazu, finde ich. Ich bin ja ein bisschen langer auf den Einflug. Ah, okay. Chiara jetzt an der Stelle, wo wir Bongeard vorhin gelobt haben, dass sie doch so weit sein. Aber sieht ein bisschen verloren aus. Aber auch sehr schön zu sehen, hier die Waffe noch überhaupt nicht hochgelevelt. Deshalb macht Leon natürlich auch noch nicht wirklich viel Schaden. Ja, aber es kommt ganz gut hin. Er hat die Hälfte seiner Wiles noch und ungefähr die Hälfte der Kleriker-Best hier. Ja, man muss jetzt aufpassen. Kaum noch Energie, ein Grab und er ist tot. Und dann muss er wieder komplett hinrennen. Ja, aber da war die Heilung. Während Chiara immer noch ein bisschen im Level umherirrt, nicht so ganz weiß, wo sie hin soll. Und auch immer noch so ein bisschen in den Menüs unterwegs, guckt, was ist denn hier eigentlich was. Jetzt nochmal ein Item aufgesammelt. Ich finde es ganz interessant, dass Bongeard in Form von Leon die ganze Zeit aufgelockt ist auf dem Gegner. Also Bosskämpfen ist es häufig so, dass Leute, die es häufiger gespielt haben, eigentlich eher das Lock-On deaktivieren. Du bist eigentlich auch ein Freund davon, weil schnell die Kamera denn so ein 360 macht, wenn das Viech um dich rum flitzt und dich dann irritiert. Ja, ich mag, ich mach immer Lock-On, aber es hat mich auch schon sehr viele Tode gekostet tatsächlich. Aber ich hasse es auch dann, den Gegner aus den Augen zu verlieren. Zweite Phase. Insofern, ja, ist einfach auch Geschmackssache. Man kann es ja auch immer wieder an und aus machen zur Not, aber ja so. Das sieht aber gut aus, aber keine Wiles mehr, sehe ich gerade. Jetzt ein bisschen Regain, aber das wird sehr, sehr hart. Jetzt muss es perfekt sein. Er kann sich vielleicht noch ein, zwei Treffer leisten. Oh, oh, lexer Treffer könnte das Ende von Leon sein und dann hat er hier einen richtig langen Kampf gehabt. Und keinen Ertrag. Ich würde jetzt defensiver spielen an seiner Seite. Aber er geht weiter in die Offensive, ist ja eigentlich auch richtig bei Bloodborne. Man kann durch die Offensive natürlich Energie zurückgewinnen, aber das reicht hier nicht. Perrin ist halt so wichtig. Ich kann ihn, glaube ich, unbedingt machen. Und hier hat er jetzt das zeitliche Gesichter. Wir sind Chiara, ist jetzt an der gleichen Stelle. Das kann sein, dass jetzt der Vorsprung, den sich Bourgeois geholt hat, eliminiert wird. Da ist übrigens der Abgang, wo der kleine Wolf jetzt, ah, und jetzt ist auch Chiara gestorben, aber da geht es übrigens runter Richtung Friedhof. Also man muss hier die Klerikerbestie gar nicht bekämpfen. Man kann sie auch auslassen. Das stimmt. Ich hoffe, die anderen wissen auch nicht, wo die sind. Na, Chiara. Du hast viele Herzen auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt was gewesen, wenn Chiara hingeht und... Ja, da hatte ich auch gehofft gerade, das hätte es richtig spannend gemacht, wenn sie wirklich... Oh, ich sehe gerade, guck mal, Chiara hat das Bonfire oben gar nicht angezündet. Zentrum von Yharnam, wir sehen hier sehr schön den Vergleich, den Startpunkt von Leon, also den Rücksetzpunkt auch gleichzeitig. Wenn man stirbt, dann immer da, wo man die letzte Lampe angemacht hat. Ich sage Bonfire, mich ist das ein Bonfire, noch aus Dark Souls, aber es heißt natürlich hier, glaube ich, Laterne oder so. Bonn-Laterne. Ich glaube, die Böcke ist richtig. Und das ist natürlich ein Fehler. Ich weiß nicht, warum. Jetzt gucken wir mal auf Chiara, da ist nämlich jetzt diese Laterne, die muss aber aktiviert werden. Und sie rennt wieder vorbei, sie weiß überhaupt nicht, dass das eine Laterne ist, die sie... Ja, das ist natürlich... Warum sagt denn ihr im Team niemand was? Das kostet natürlich unglaublich Zeit. Das ist in dem Fall jetzt noch nicht ganz so schlimm, weil die Laterne relativ nah am Startpunkt ist, aber das ist natürlich... Es können trotzdem 30 Sekunden sein, die du brauchst. Chiara wird da noch drauf kommen. Sie ist jetzt einfach unter Druck und unter Druck und Adrenalin. Kann das sein, dass einem vielleicht die eine oder andere Unachtsamkeit passiert? Und ich denke aber, dass Chiara, wenn sie ein bisschen besser drin ist, da wahrscheinlich drauf kommt, dass sie eigentlich diese Laterne berühren muss. Weil das ist mega wichtig. Riesiger Nachteil, wenn sie das nicht tut. Kostet sie nach jedem Tod enorm viel Zeit. Und darum geht's ja hier. Ist immer noch ein Speedrun. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Einfach so reinrennen. Sie sollte sich heilen. Aber jetzt ist sie schon wieder hier oben auf der Brücke. Und hier geht's nämlich rechts runter dann. Ja, die Typen sind am Anfang richtig schwer. Ja, und sie hat nur noch drei Weils, wenn sie sich jetzt heilt. Ja, das wird sehr schwer. Einfach ignorieren die ganzen Leute und zum Boss. Aber sie hat kaum noch Energie. Ich hoffe, sie hat einen Blick auf den roten Energiebalken. Oben links. Das ist der entscheidende. Das tut weh, zuzusehen. Vier Heiltrecke. Sie heilt sich nicht. Warum sagt ihr denn niemand, dass sie sich... Jetzt heilt sie sich mitten im Kampf. Okay, hat geklappt. Aber nur noch drei Heilpotions sehen wir bei Chiara. Sie will ihn gar nicht bekämpfen, oder? Ich bin mir nicht sicher, was sie will. Ich glaube, sie sucht den Weg und kann sich einfach nicht mehr richtig dran erinnern. Sie wusste, hier geht's noch irgendwie lang. Aber dass das gar nicht Giscoin ist und dass es hier gar nicht lang geht, das ist hier gerade gar nicht bewusst. Sie hat ein bisschen Glück, oder alle haben ein bisschen Glück, dass hinter dem Boss so ein Nebeltor entsteht beim Bosskampf. Ansonsten würden die ganzen Wehrwölfe von der Brücke und dieser dicke Typ mit dem Stein in der Hand wahrscheinlich schon lange hinter ihr stehen. Kurze Erklärung für alle, die Bloodborne nicht kennen. Oben links ist der rote Balken, natürlich die Energie und man sieht so einen weißen Strich und manchmal befindet sich der noch im roten Bereich. Das bedeutet, man kann dann die Energie zurückgewinnen, wenn man Schaden aushalten. Genau, das ist die sogenannte Regain-Funktion, die ja beim Souls-Like hier exklusiv bei Bloodborne noch zu finden ist. Genau, damit sollte bewirkt werden, dass man mehr in die Offensive geht und nicht so viel mit einem Schild in die Defensive geht, wie das bei Dark Souls ja gerne gemacht wird. Ja, eine kleine Nuance, die aber wirklich auch sehr viel Sinn macht und auch funktioniert. Ja, absolut. Und die Weiterführung davon hat man dann sogar in Sekiro gesehen, wenn man teilweise wirklich von Gegner zu Gegner schnetzelt. Stimmt, du hast recht, ja, da war das auch. Naja, es ist halt eher so ein Mittelboss, der, glaube ich, nur dafür da ist, um halt dich von einem... Das ist vollkommen richtig, was Simon jetzt, der Chiara, sagt. Nämlich, dass das ein Boss ist, den man gar nicht machen muss. Aber ich muss zugeben, hätte ich das jetzt nicht vorbereitet, wäre ich auch irritiert, wie komme ich direkt am schnellsten zum Friedhofsmeister Gascoyne. Ich bin nur froh, dass sie überhaupt zwei hier sind, die aber scheiße, Alter. Vor allem jedes Gebäude sieht aus wie eine Kirche. Ja. Ihr verdammten Goten. Alles sieht gleich aus. Können wir uns noch mal bei den Spielern bemerkbar machen? Hört ihr uns? Jetzt sind die natürlich alle weg. Liebe Teams, hört ihr uns? Einen kleinen Tipp vielleicht, weil es sieht so aus, als ob ihr noch ein ganzes Stück von dem Hauptziel entfernt seid. Falls es dazu kommt, dass beide Teams es nicht schaffen, Gascoyne zu besiegen, würde das Team gewinnen, was als erstes die Kleriker-Bestie besiegt. Das war sie doch von eben. Das war sie eben, ganz genau. Ihr wart beide schon bei der Kleriker-Bestie. So viel darf ich verraten. Das ist quasi ein Milestone, den ihr machen könnt. Das große Ziel heißt nach wie vor Vater Gascoyne. Aber falls ihr das nicht schafft, dann ist das Etappenziel entscheidend. Und das ist die Kleriker-Bestie. Nochmal zum Verständnis, wirklich nur wenn ihr Gascoyne nicht legt, wenn keiner von euch den legt, dann kommt das zum Tragen. Sonst ist auch die Kleriker-Bestie nur Schall und Rauch. Danke. Also, hier gibt's noch irgendwo Loot. Das Ding ist, Vater, was ist das wieder heiß? Gascoyne. Der ist so stark, dass den Chiara niemals legen wird in diesem Run. 100% nicht. 100% nicht. Die Schützen machen wir echt zu schaffen. Da ist vielleicht ein bisschen was dran, da aufgrund des Zeitmangels natürlich das Leveln und das Sammeln von Seelen beziehungsweise Blut oder wie das nochmal hieß, hier ein bisschen zurückgestellt werden muss. Und mit so einem niedrigen Level gegen Vater Gascoyne zu kämpfen ist fast Selbstmord. Da muss man schon richtig, richtig gut sein. Ja, es gibt ein paar Schieß-Taktics, die ziemlich gut funktionieren, die wird aber wahrscheinlich keiner von beiden kennen. Und deshalb ist die Taktik, die Mantle hier gerade anspricht, wirklich gar nicht so schlecht, sich vielleicht lieber auf die Kleriker-Bestie zu konzentrieren. Dann hat man das schon mal sicher, diesen Milestone. Das war wirklich sehr klug tatsächlich, hast du recht. Aber, ja. Und auch gut eingeschätzt. Wobei, das werden wir natürlich mal sehen. Vielleicht wird Chiara gleich noch in ihre zweite Form wechseln und dann hier alles platt machen. Ah, an die erinnere ich mich. Alter! Ja, die sind ausüben. Aber gut, alles geholt, nice. Das Item? Wir können derweil ja vielleicht nochmal ganz kurz unser Schiffe-Versenken-Spiel einblenden, liebe Regie, um mal zu gucken, wie da denn der Status ist. Könnt ihr Herz machen, wenn ihr uns hört gerade? Die haben geschrieben, gute Idee, Chef. Die hören uns. Okay, sehr gut. Die haben eben schon gesagt, Matthäus klug. Okay, dann haben sie es doch nicht. Die Flotte von Team RBTV hat schon gewonnen. Also, ich glaube, der Checker hat darauf reagiert, dass ich gesagt habe, das haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen. Das ging offensichtlich sehr schnell. Aber das ist zumindest schon mal ein kleiner Bonus für das Team Rocket Beans TV. Und diesmal geht es übrigens nicht ums Glücksrad, sondern sie bekommen eine Karte. Wir suchen jetzt das Bonfire da. So, ich bin tot. Okay. Mann. Aber die liegen jetzt da. Die muss auf jeden Fall jetzt holen. Macht dir keinen Stress. Alles gut. Ich will nicht wissen, ob es überhaupt ein Bonfire gibt. Das glaube ich. Also, Dennis, ich muss sagen, diese 45 Minuten waren schon optimistisch, finde ich. War ja. War sie. War sie. Und sie ist gestorben. Ja, wobei, hm. Also, 45 Minuten Klerikab. Bestie wäre ich bei dir. 45 Minuten. Father Gascoin finde ich schon auch als erfahrener Spieler, wenn du bei Null anfängst, durchaus anspruchsvoll. Ja, es ist nicht ganz so anspruchsvoll, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr von den Teilnehmern erwartet. Du darfst einfach nicht so sehr von dir selber ausgehen. Ich habe schon klein tief gestapelt. Chiara jetzt hier im Bosskampf. Also, das ist natürlich eine Chance, die würde jetzt, wenn Chiara hier gewinnt, die Taktik von Mäntel natürlich ordentlich durchkreuzen. Denn, wenn Chiara jetzt hier das Riesen schlägt, hat sie nicht, weiß sie nicht, kann sie nicht wissen. Woher soll sie das wissen? Naja. Aber wie auch immer, wenn sie jetzt hier das Klerikabiest schlägt, dann ist Bon Joi ein Zugzwang und muss direkt eigentlich zu Father Gascoin. Aber, sie werden es nicht wissen. Aber wir könnten es ihnen sagen. Das stimmt, aber das wäre, weiß ich nicht, wahrscheinlich Wettbewerbsverzerrung, oder? Aber das wäre ja ein Tipp. Aber es würde es natürlich noch spannender. Das stimmt natürlich. Aber wir sagen natürlich nichts. Ich will eigentlich, ich habe schon Favoriten, der muss ich ganz neutral zugeben. Schönen Dank. Wenn wir den haben, holen wir es in Vergangenheit. Ich bin komplett objektiv. Da war schon wieder eine Visceral-Takt. Und jetzt nach vorne. In die Schnude, in die Schnude, in die Schnude. Oh Mann. Das hat immer richtig Bock gemacht. Und das geht bei, ich glaube, nahezu jedem Boss, dass man so viel Damage aushält, dass man ihn staggern kann und dann eine richtig fiese Attacke machen kann. Oh, jetzt aber erst mal in die Defensive und was trinken. Eine Weile, zwei Weiles. Okay. Jetzt hat sie noch zwei. Und hier sehen wir natürlich auch sehr schön die zweite Form vom Kleriker-Biest. Erst die Hälfte der Energie abgenommen, noch nicht mal. Ja. Ich glaube, er hat sich gerade regeneriert. Das ist dieses Rote, was wir da sehen. Team Bonge war jetzt mit kurz vorm Kleriker-Biest, aber kaum noch Energie. Also da kann eigentlich Leon direkt wieder zurück zur Laterne. Das wird so nichts. Und er schafft es eh nicht, weil er wieder an den Wehrwölfen hängen bleibt. Jetzt haben wir Chiara ohne Weile noch mit 50% beim Kleriker-Biest. Da muss sie jetzt richtig, richtig gut spielen, aber es ist machbar. Ja, geil. Das war eine Visceral Attack, die sie da gerade gemacht hat. Scheinbar aus Versehen, sie weiß selber gar nicht, warum. Ja, jetzt regelt er sich eher. Oh, Vorsicht. Oh, sehr schön. Immer noch. Keine Energie verloren, die letzten 25% des Gegners. Scheiße. Interessant, dass sie auch gar nicht die Pistole benutzt oder die Gun. Und er hat echt nicht mehr viel Power. Jetzt kommen die... 18 Schuss noch. Ja, genau. Könnte man auch mal benutzen. Gucken, was passiert. Ja, auf der anderen Seite ist das natürlich erstmal eine Trial-and-Error-Geschichte. Das muss man erstmal üben. Und hier erstmal ein bisschen üben im Bosskampf. Ja, 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 und das reicht leider. Das reicht. Das ist eine richtig miese Attacke in dieser Form. Aber das war schon richtig gut von Chiara. Eingangs hab ich gedacht, uiuiui. Aber jetzt nach dem, was Chiara da gerade geleistet hat, sieht das doch nach einem harten Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Hier sehen wir leider die nervig langen Ladezeiten von Bloodborne. Und wenn man einen Kritikpunkt hat, dann sind es mit Sicherheit die Ladezeiten bei diesem Spiel. Alles gut, alles gut. Aber ich hab das Gefühl, Chiara hat jetzt einen Plan. Absolut. Chiara ist auch einfach eine Videospiele-Autodidaktin. Egal, welches Spiel du ihr gibst, fünf Minuten ist es im Grunde wie so ein Deep Learning, was denn bei ihr vorgeht. Zack, dann die macht dann in ihrem Kopf alle Möglichkeiten durchgehen und zack, ist sie nach fünf Minuten Profi. Noch kurz nachdem sie sich das einmal angeschaut hat. Es gibt allerdings bei Bloodborne ein Problem und das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Im Gegensatz zu anderen Souls-Spielen bekommt man hier nicht die Viles automatisch wieder, wenn man an die Laterne geht. Ihr seht es, beide Spieler haben momentan keine Viles. Deshalb muss man sogenannte Vile-Runs machen. Das heißt, es gibt Gegner, wo man, die droppen immer Viles. Manche Gegner droppen sogar zwei. Es gibt verschiedene Runden, die man drehen kann, um dann eben auf die Maximalanzahl zu kommen. Das ist jetzt natürlich, das kann man nicht erwarten, dass die beiden das wissen. Aber so ganz ohne Viles zu sammeln, würde ich mich auch nicht zum Boss trauen. Man sieht es ja hier, ein Schuss, schon die Hälfte der Energie weg. Das ist natürlich dann der Trade-off der Geschwindigkeit. Du möchtest schnell durch, aber Zeit ist Geld und Geld ist in diesem Spiel deine Lebensenergie. Das kostet dich. Wenn es ein bisschen langsamer geht, verlierst du natürlich Zeit, aber sparst deine Energie. Vielleicht wäre es doch klüger, die Taktik ein bisschen zu wechseln, wobei es natürlich jetzt zu spät ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die so schnell vorbei sind, aber die haben es aber auch wirklich sehr, sehr eilig. Ja, ist auch nicht meine Lieblingsmechanik gewesen bei Bloodborne. Diese Vile Runs, ich erinnere mich da immer, ich hatte dann immer ganz gute Routen und irgendwann gegen Ende hatte man meistens auch genug, aber da hätte man das Souls-Prinzip durchaus beibehalten können, finde ich. Das war teilweise ein bisschen nervig. Ja, das stimmt. 20 Minuten noch in diesem Spiel. Gascoin zu legen, vor allem in dieser Verfassung mit wenig Viles und so low Level, wird schwierig wahrscheinlich. Und Leon ist hier auf dem Weg. Nee, er hat nur den Rundgang geöffnet, also den Shortcut. So, jetzt können wir von hier, wollen wir von hier immer nur Runs machen auf den Typ? Können uns die Teams hören jetzt? Ja, wir hören euch. Okay, ihr habt noch 20 Minuten. Macht 20 Minuten lang nur Runs auf den Typ. Ja. Und es geht halt nicht anders. Nur Runs auf den Typ? Ja, die sind schon bei den Gastronen. Run 20 Fuel statt Runs für Low Fuel. Vielleicht einmal versuchen zu farmen und dann einen? Ich muss einmal diesen Wolf da auf der Brücke töten. Da haben sie sich jetzt gerade gegenseitig gehört und Chiara die Taktik der Gegner kurz erspäht. Die Lagerzeiten sind halt im Gegner. Das ist natürlich vom Vierstein. Aber was ist die Taktik der Gegner? Sie wollen jetzt tatsächlich das, was du gerade sagtest auch und das, was Matteo auch schon seinen Teamkollegen gesagt hat, in sich konzentrieren auf das Kleriker-Bies. Und ich glaube, sie wollen Viles sammeln. Genau. Hier zum Beispiel im Haus gibt es einen, der sitzt da im Rollstuhl, der bringt immer zwei Viles. Der hier. Jawohl. Ja, dann loot ihn doch. Die anderen haben uns gehört. Warum haben uns die anderen gehört? Liebe Regie, warum schaltet ihr uns zu dem anderen Team durch? Ne, 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 das stimmt nicht. Die anderen haben euch nicht gehört. Die haben euch nicht gehört. Die hören Stimmen. Das macht das Spiel. Es ist ein sehr, sehr, sehr psychedelisches Spiel, was sich auch auf euren Körper auswirkt und auf eure mentale Verfassung. Ich hatte das übrigens, falsch in Erinnerung, der gibt Bullets, nicht Viles. Die Dicken geben die zwei Viles da unten. Das sind so zwei dicke Typen mit so Backsteinen. Ja, mit denen sollte man sich einfach gar nicht anlegen. Diese Wehrwürfe, ja, ganz genau. Die sind da am Anfang wirklich. Die sind auch zu zweit. Ja. Aber das ist das Schöne an Bloodborne. Wenn man später hochgelevelt ist, hat man keine Angst mehr von denen und macht die einfach so platt. Und man weiß noch, wie sie am Anfang einem das Leben schwer gemacht haben. Das ist immer so schön, ne? Das ist sehr schön, das stimmt. Man sieht, der eine von diesen Wehrwürfen hat leuchtende Augen. Das bedeutet, der hat die Jungs von Bongeois, in diesem Fall den Leon, das letzte Mal erledigt. Und es sieht so aus, als würde Leon diese Seelen wiederhaben wollen. Und er kennt die Schießtaktik an der Tür. Die kennen wir auch noch, oder? Ja, die kennen wir auch noch. Ich muss trotzdem nochmal die Regie fragen, was passiert denn im Fall, wenn beide das Kleriker-Biest nicht schaffen in der Zeit? Was ja auch durchaus realistisch sein könnte. Was ist denn, wer mehr Energie abgezogen hat, in all den Versuchen? Oder wie? Also am weitesten war, glaube ich, bislang der beste Versuch, ja? Okay. Der beste Versuch gegen das Kleriker-Biest wird dann gewertet. Ich glaube, da müsste Chiara vorne liegen. Hätte ich jetzt auch gesagt, der eine, wo sie ihn auf 25 Prozent hatte. Leon war vorne. Aber die Regie sagt Leon, okay. Die Regie ist Boss. Ja, wir sehen schon die ganze Zeit den Chat. Aber es ist halt so, wir sehen die netten Dinge, wir sehen die gemeinen Dinge. Naja, die haben sich gar nicht gegenseitig gehört. Die sehen tatsächlich den Chat, darum ging es, okay. Nee, du musst links zu dem Brunnen. Dürfen die den Chat lesen? Wir holen eine Abkürzung. Hol dir die, du sollst die holen. Okay, das kostet 180, wir haben 0. Kannst du was verkaufen? Kannst du was verkaufen? Das ist alles verkaufen? Okay, der nächste Versuch bei Bonjour. Auch wenn es noch so wichtig ist. Das ist vielleicht gut. Die Regie hat gerade Etienne's Frage beantwortet. Es dürfte tatsächlich alle den Chat lesen. Dazu ist er da. Dann wundert es mich noch mehr, dass hier die eine oder andere komische Entscheidung getroffen hat. Naja, gleichzeitig Bloodborne zu spielen, unter Zeitdruck und dann auch noch den Chat zu lesen. Aber das ist zum Beispiel sehr schlau, was Chiara jetzt macht. Gibt hier ein bisschen Geld aus, um sich Fiolen der Heilung zu kaufen. Okay. Hat jetzt immerhin fünf Stück. Mit fünf Stück kann man schon mal einen Versuch wagen gegen das Klerikerbeast. Wir sehen jetzt hier Leon ohne Wiles. Also der darf hier nicht mehr viel einstecken. Was man auch versuchen konnte, ist natürlich einen der NPCs da zu legen. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist. Oh, da ist der Grab. Das wird er überleben, aber da bleibt nicht mehr viel. Hat hier auch noch sieben Mollis, die ich aber jetzt in diesem Versuch wahrscheinlich dann auch nicht mehr benutzen würde. Aber du musst eigentlich nur rollen. Du musst wirklich nur vor diesem Stammfahrt dich in Acht bringen und jetzt einfach super... Eieieie! Und Bonjour Down. Leons Versuch gescheitert. Chiara wieder auf dem Weg. Darf ich halt nur nicht auf dem Weg gehittet werden? Ich finde es ganz interessant, dass das so einfach geht, da durchzurennen. Ich hatte das eigentlich immer in Erinnerung, dass man bestraft wird fürs Durchrennen. Aber wenn man es so konsequent durchzieht, dann scheint das doch ganz easy zu funktionieren. Ist jetzt aber hier auch ein kleiner Vorteil für Bonjoa, dass sie den Shortcut schon aufhaben. Man ist hier wirklich durch das Haus und dann auf der Brücke. Und dann bist du schon beim Boss. Also das ist jetzt natürlich... Allerdings, die kaufen sich keine Viles. Also Leon versucht es hier immer ohne Heilung. Ich weiß nicht, was die bessere Lösung ist. Der lange Weg jetzt hier von Chiara mit den Viles oder der kurze Weg ohne. Das werden wir jetzt vielleicht gleich sehen, weil beide sind beim Boss. Chiara mit Viles, Leon ohne. Wenn Chiara sich jetzt anstrengt, könnte das die entscheidende Nummer sein. Nicht, dass ich das Leon nicht zutraue, aber ohne Viles ist halt schon schwer. Wir sehen jetzt hier, Leon hat auch sieben Mollis. Die machen durchaus Schaden hier bei diesen Fellbiestern. Und Chiara ist schon tot. Oh nein. Was ist denn da passiert? Da habe ich jetzt mal eine Sekunde auf den Bildschirm von Leon gehunkter Bars schon wieder gelaufen hier. Sie hat aber nur eine Vile verbraucht, also ist der Tod gar nicht so schlimm. Hätten sie alle verbraucht, das wäre natürlich bitter. Sie kann direkt einen neuen Start mit Viles, aber leider nur drei. Leon schlägt sich aber ganz gut dafür, dass er keine Viles hatte. Er hat immer noch nichts verloren und schon, sagen wir mal, 10% abgezogen. Vielleicht schon ein bisschen mehr, 20%. Ja, ich würde trotzdem ihm empfehlen, die Molotov-Cocktails einzusetzen. Da kriegt er die ersten Hälfte. Sieben Stück, das sind über 700 Damage. Ja, aber die sollte er wahrscheinlich erst am Ende einsetzen, weil wenn er sie am Anfang einsetzt und stirbt, sind sie natürlich weg. Er muss sich heilen. Er hat nichts zum Heilen. Er hat nichts. Da war ja was. Oh, 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 oh. Ja, ja. Schön in Bewegung bleiben. Der Klassiker, zwei Schläge einmal rollen. Damit kommt man durch jedes Souls-Spiel. Ja, jetzt wird auch mal hier die Knarre benutzt. Beim richtigen Moment kann das nämlich richtig helfen. Und jetzt die Chance hier, eine Visceral zu machen. Nee, da ist es auch schon wieder vorbei. Ja, es kann aber unter Umständen sein, dass ein Visceral weniger Schaden abzieht, als wenn du mehrere starke Hits landest. Das kommt ganz drauf an. Der hat nicht gesessen. Das war nur ein Warnschuss. Und das war's. Leon. Chiara, sechs Weils. Nein, er lebt sogar noch. Ich dachte, das war's schon. Aber Leon lebt noch. Sollte jetzt die Mollis hier nicht mehr ausgehen, den Kampf wird er eh nicht überleben. Na, jetzt macht das doch. Ja, wenn du die Runde holst. 160 macht der. Wenn du die Runde holst, mit so wenig HP. Das stimmt natürlich. Wenn er das mit so wenig HP schafft. Jetzt verballert er natürlich für den nächsten Versuch seine Mollis. Make it count, sag ich mal. Und nicht in die Sackgasse gehen. Oh, dann mit so einem leichten Wischer. Chiara auch schon wieder auf der Brücke. Egal, einfach nochmal rein. Einfach nochmal rein. Ey, das ist interessant, dass wir den eigentlichen Gegner, der hier geschlagen werden soll, noch nicht einmal gesehen haben. Ja, das stimmt natürlich. Kann man Sachen verkaufen? Wie viel Zeit ist noch? Zehn Minuten circa. Also es ist gut, dass ihr sagt Heilung kaufen. Ihr müsst sagen, wo und wie wir Sachen verkaufen können. Wir gehen mal zurück zum Schreien. Ja, guck mal, ob sie aus, wenn ihr rauskommt. Ja, Facebook. War ein bisschen. Wir haben noch zehn Minuten, oder? Zwölf Minuten. Liebe Teams, ihr habt zwölf Minuten. Das ist, glaube ich, ein Run. Einmal kurz holen, wir verkaufen. Oh, gut. Nee, bin hier nicht. Wo ist er? Ich bin drauf und locker noch nicht vorausgebracht. Mir gefällt Simons Gesicht aus Druck. Es ist mittendrin. Wie kann er denn in der Luft durch die Richtung wechseln? Mehr kämpfen, weniger flüchten. Ja, das ist bei Bloodborne sehr tricky. Das Spiel ist schon so programmiert, dass wenn man versucht, auf Distanz zu gehen zum Gegner, dann wird es meistens unangenehmer. Das ist etwas, das wir auch in Dark Souls 3 zum Beispiel sehr viel gesehen haben. Wer glaubt, sich den Gegner auf Distanz halten zu können, segnet meistens schneller das Zeitliche als jemand, der sich dem Kampf stellt. Da ist was Wahres sagen, absolut. Okay, okay. Du hast jetzt wieder Kugeln. Jetzt wird... Das Problem ist, dass du jetzt eigentlich nochmal kurz leveln müsstest, damit du noch ein bisschen Violen kriegst. Ich hab's halt gelesen im Chat, deswegen muss ich auch sagen, es gibt einen Shortcut auf der Brücke. Also, Team Bonjour in Form von Leon, der das Pad nicht abgibt. Seine Teamkameraden wollen ihm da nicht die Butter vom Brot nehmen und glauben, er ist der beste Mann. Ist ja auch tatsächlich gar nicht schlecht, muss man mal sagen, dafür, dass er es nie durchgespielt hat. Hat sich jetzt aber gerade Viles geholt und zwar sechs Stück. Das ist ein halbes Dutzend und das ist sehr, sehr viel. Ja, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie weit er schon gekommen ist ohne Viles, könnte das jetzt wirklich der entscheidende Run sein. Auch so ein bisschen, wenn wir auf die Zeit gucken, vielleicht die letzte Chance, weil Viles kostet natürlich auch Seelen und davon hat man natürlich jetzt am Anfang auch nicht ohne Ende. Dafür müsste man erst wieder Gegner killen und das kostet auch wieder Zeit. Also, wie man's macht, es ist schwierig, es ist schwierig. Chiara mit nur zwei Viles, dafür aber noch neun Patronen. Leon hingegen gar keine Patronen, wird sich vollkommen auf den Nahkampf verlassen, hat auch nur noch zwei Molotovs und es geht los. Das könnte jetzt der Finale oder einer der letzten Gruppen sein. Chiara entdeckt aus Versehen den Weg zu Father Gascoin. Ja, wenn sie den jetzt lügt, wäre auch nicht schlecht. Hier runter? Ich weiß nicht, wer jetzt woanders lang gegangen ist, aber das sieht auf jeden Fall nicht aus, als wäre es ein Shortcut. Ja, nee. Ah, naja, gut. Aber sie würde ihn nicht schaffen. Also, es ist absolut utopisch, meiner Meinung nach. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber sie macht jetzt zumindest den Shortcut auf. Absoluten 800-Gegner. Nein, nicht so weit, das ist eine Falle. Ist so track! Ja, 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 der schießt. Er schießt. Sie sollte sich konzentrieren auf das Klerikerbis. Man sagt ja auch, schlechter, bleib bei deinen Leisten. Egal, ob du noch eine aufnommen musst. Simon sag's dir doch. Er sagt's, aber er traut sich nicht. Da war der Shortcut. Das war eine dumme Idee. Wir müssen jetzt hoch und den killen. Naja, gut. Kommt da aber jetzt nicht mehr hoch. Da kann man nicht mehr hoch. Aber man kann da unten die Typen killen und dann kann man von denen Biles kriegen. Aber die sind genauso schwer wie die Klerikerbis teilweise. Ja, am Anfang sind die natürlich noch ein bisschen schwieriger. Das stimmt natürlich. Deswegen hören wir teilweise den Sound ganz schön. Aber jetzt ist guter Rad teuer. Am besten wäre, sie würde sich einfach killen lassen und neu rennen. Das ist halt wirklich ganz anders. Ja, sie muss auch komplett durch die Kanalisation. Also wenn wir die Laufung finden, können wir halt nochmal zurückreißen. Das ist unrealistisch. Ja, ich denke auch. Ab diesem Punkt ist es nicht mehr realistisch. Jetzt Gascoin, da müsste man schon richtig krasser Pro sein und genau wissen, was man tut. Also du bring dich um, weil das ist Quatsch jetzt. Ich geh kurz dahin, muss noch Mut, da geh ich schnell hin. Ja, der Loot, ne? Wer lässt den Loot gern liegen? Ich hasse dich, aber jetzt haben wir... Naja, wenn du jetzt getötet wirst, ist der Kalten Tau an sich ja dann schlecht. Ja, okay. Okay, wir haben, glaube ich, nur noch Zeit für einen Versuch. Wir gucken rüber, was Leon macht. Drei Viles, nicht mehr viel Energie, gleich sind es nur noch zwei. Wenn er sich nicht gleich heilt, ist er nämlich tot. Da ist es passiert. Zwei Viles und noch nicht wirklich viel Damage gemacht. Das hat er schon besser hingekriegt. Ja, wobei wir auch aus Erfahrung sagen können, die Versuche, die am Anfang so ein bisschen verhunzt werden, sind am Ende dann doch die besten manchmal. Also es ist noch alles offen. Okay, wir gehen schnell zurück. Braucht ein Kram. Ja, das können wir vielleicht noch einmal versuchen. Sieben Minuten sehe ich gerade. Sieben Minuten noch. Ein paar Mal daneben geschlagen, der Leon. Aber er ist jetzt auch dazu übergegangen, das Kleriker Peace nicht mehr einzulocken mit dem Fadenkreuz, sondern kämpft jetzt freihand sozusagen. Ja, jetzt hat er es wieder eingeloggt. Ja, kann man so machen, ne? Den Wechsel weg. Genau, für den 180. Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einen Molotow-Cocktail zu werfen übrigens. Um das für das Fingerschen abzulocken. Und ich frage noch mal in der Regie nach. Also, ihr sagt, wenn keiner das Kleriker-Biest schafft, dann gewinnt der oder diejenige, die am meisten Schaden beim Kleriker-Biest gemacht haben. Also der beste Versuch. Und da liegt Leon vorne. Sehe ich das richtig? Seid ihr euch da sicher? Ja? Okay. Also, das heißt, Leon hier in Führung. Jetzt wieder weg. Im Prinzip. Gut. Ja, ich fände es ein bisschen schade, wenn es so zu Ende gehen würde. Weg, Leon. Darf man das Chiara sagen? Dass sie weiß, was... Oder ist das... Ich glaube, das wäre fies, Eddie. Das können wir nicht machen. Nee, anderes. Okay. Nee, aber diese... Ich meine jetzt nicht, wo sie steht, aber das wäre am meisten Energie abnimmt, falls keiner es schafft. Machen wir weiter. Ich würde sie jetzt nicht mehr irritieren, weil ich glaube, diese Info würde jetzt ihre Leistung nicht mehr verändern. Das kann natürlich sein, ja. Oh, Leon down. Ich bin einfach nicht gut. Sorry. Jetzt wird es von der Zeit natürlich knapp. Und es könnte sein, dass Chiara jetzt mit den verbleibenden fünf Minuten diesen letzten Versuch des Abends startet. Mit acht Viles. Das ist enorm viel. Sehr viel Versprechen. So viel Viles hat man lange nicht mehr gesehen. Und jetzt... Und jetzt... Ja. Das heißt, es gibt nochmal ein Stechen oder sowas. Gucken wir mal, ob Chiara das noch richtig... So, ich gebe den Teams jetzt mal diese Information. Die müssen ja wissen, was die Wind-Conditions sind. Bei dem Boss. Könnt ihr mich nochmal zustellen? Ja, wir hören dich. Okay, also... Jetzt nicht nerven. Hä, jetzt nicht nerven. Okay. Nerv uns bitte. Mit uns kannst du reden. Was ist los? Nee, mach raus. Nee, jetzt mach aufhören, bitte. Okay. Uiuiui. Chiara kommt nicht gut rein, aber das macht nichts. Sie hat noch fünf Viles. Eben waren es noch acht. Schade. Aber sie... Ja. Hat auch leider noch nicht viel abgezogen. Das sieht leider nicht so gut aus. Sie ist viel zu... Hektisch. Verständlicherweise aber auch. Komm, Chiara. Bei Leon mit null Viles, das wird nix. Naja. Es ist jetzt quasi das Kopf-an-Kopf-Rennen. Sehr schön. Wahrscheinlich der letzte Versuch. Kopf-an-Kopf. Ich könnte noch einen Hit einstecken. Macht Chili. Das ist das einzig Richtige jetzt. Tatsächlich. Das ist ein ganz komischen Rhythmus, muss ich sagen. Oh, das ist der Grab. Sehr schön ausgewichen bei Chiara. Das hätte sie noch mal eine Weile gekostet. Dann vielleicht sogar mehr. Und... Schön wird er aufs Bein gegangen. Der Spritz ist richtig schön. Vielleicht dürfte er down gehen. Und da gibt's die Chance für den Vicerail. Oh, da ist sie. Yara zieht noch mal richtig versatz zu 185. So. Ich hab's hier noch eine mitgegeben. Ja, jetzt chill wieder. Oh, da ist der Grab. Ist nicht schlimm. In der Form ist es noch nicht schlimm. In der zweiten Form ist es schlimm. Da ist es ein One-Shot. In der Phase des Spiels. Man muss lieber zu hauen. Vielleicht ist es dann besser. Ist ein bisschen schneller halt. Das ist mal ein guter Tipp von Simon, mal ein bisschen die Waffe zu wechseln. Man kann sie ein- und ausklappen, wie du schon gesagt, des Eingangs. Und vielleicht ist die kurze Waffe hier besser. Bald schneller. Vier Minuten noch auf der Uhr. Noch noch mehr Damage, dass sie fragen. Noch nicht mal drei Minuten. Das macht mehr Damage, das ist langsamer. Also das ist hier die letzte Chance für beide. Keine Weils mehr. Bei beiden. Die gute Rückenschelle hat Kiara erledigt. Und Kiara ist gestorben. Aber ohne Scheiß, Kiara, du gibst dir ja echt alles. Das ist wirklich nicht deine Schuld, ne? Das ist einfach mega... Und hier haben wir den Doppeltod. Ich glaube, er hat es noch nie versucht, dass wir nicht mehr Damage haben. Doppeltod. Ja, aber gib nicht auf, so lange, bis die Zeit ab ist. Okay. Scheiß. Aber Eddie wollte was sagen eben, oder? Äh, ja. Ich wollte euch noch kurz sagen, dass wenn beide es nicht schaffen, das Kleriker-Biest zu besiegen, dann zählt der beste Versuch gegen das Kleriker-Biest. Ich weiß nicht, wie lange ist Kiara dran. Let's do try. Wir liegen vorne. Ja, dadurch, dass ihr den Chat lesen könnt, könnte es Bon Jois natürlich zugespielt werden, dass sie sich eigentlich in sicheren Gewässern befinden und schon vorne liegen. Ja, und Leon ist schon wieder da. Also dieser Shortcut, das ist natürlich... Also Leon hat jetzt sicherlich schon 5, 6 Versuche mehr beim Kleriker-Biest. Also den Herzen nach zu unterhalten, dass du zu seiner Tränen von Leon, ja. Kiara verliert da auf dem Weg sehr viel, ohne Wiles und nur 30% HP. Ist sie da jetzt auf der Brücke angekommen? Sie ist jetzt quasi halbtot auf der Brücke angekommen, ohne Heilmöglichkeiten. Er biegt sie nochmal ab, um sich da vielleicht eine Weile zu holen. Und geht leider drauf bei diesem Versuch. Das war nur ein Kaltblut, das braucht sie in dieser Situation jetzt nicht. Das hat sie das Leben gekostet und noch zwei Minuten. Schön, der Damage. Holy moly. Keine Weiles mehr bei Leon. Kann er hier nochmal sein Ergebnis von vorhin verbessern? Ist hier die Frage. Ich glaube nicht. Sieht schwierig aus. Darf natürlich keinen Hit mehr kriegen. Ich glaube nicht, dass irgendein Hit noch hier aushaltbar ist mit so wenig HP. So, genau. Schnell ran, wenn das Biest schreit. Gib ihm, gib ihm. Schade. Ja, und da ist auch Leon gestorben und ich glaube, an der Stelle... Man, das ist so unbefriedigend. Ja, die letzte Minute ist angebrochen. Ich denke, es ist trotzdem gewonnen, weil der erste Run halt wirklich... Das ist so unbefriedigend. Ja, klar. Aber das habe ich auch gesagt. Keins von den Teams wird diesen einen Boss jemals überhaupt sehen. So, könnt ihr mich wieder zuschalten zu den Teams? War mega spannend. Ja, das ging, glaube ich, ein paar Prozentpunkte oder so. Ihr könnt die Pads zur Seite legen. Die Zeit ist um. Oh, Scheiße. Ja, 20 Sekunden noch ist egal. 20 Sekunden noch, ja. Das wird dir eh nichts mehr. Ja, ja, wer weiß, aber Respekt an beide Teams. Außerdem stimmt das gar nicht. Es ist 23.25 Uhr, der Computer lüht nicht. Und ich darf verkünden, gewonnen hat Team Bonjoa. Herzlichen Glückwunsch. Weil der eine Versuch am Anfang richtig, richtig gut war. Der hat euch die ganze Zeit gecarried, sozusagen. Ihr konntet in der langen Zeit nicht noch ausbauen, sozusagen diese Führung, auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr geführt habt. Aber ganz ehrlich, ihr habt das super gemacht, nur leider keinen Boss gelegt, was ein bisschen enttäuschend ist. Aber da müssen wir ja nicht weiter drüber reden, oder? Nee, aber es war sehr spannend und es war auch sehr knapp vor allem. Denn auch Chiara hatte einen Versuch dabei. Da waren es, glaube ich, nur noch 20 Prozent Energie oder so. Also, ich weiß nicht, ob die Regie uns einen Fotobeweis liefern kann. Ich habe selber dreimal nachfragen müssen, ob sie sich sicher sind, weil es so knapp war. Also, ich hätte es jetzt auch mir nicht zugetraut, aus dem Kopf zu entscheiden. Sehr schwierig. Aber der Wied in der Regie hat das wahrscheinlich getestet. Und, ähm ... Beweise. Es wird bestimmt noch Beweise nachfragen. Chiara, wenn du mich hörst, GG an dich. Ja, GG, Chiara. Ich bin echt froh, dass wir beide den Boss nicht gelegt haben. Es ist sehr schön, übrigens war das noch nicht mal der Boss, den wir angedacht hatten. Das ist übrigens ein optionaler Boss. Den muss man ja auch gar nicht machen. Ah, hä? Man hätte auch direkt zum Vater Gascoint machen können. Und Chiara, du bist einmal sogar aus Versehen auf dem Weg gewesen, da durch die Kanalisation. Ach, das war's. Dann war ich ja doch richtig kurz. Ja, aber es war ein bisschen spät. Das war schon klug von Simon. Da wärst du in der Zeit nicht mehr durchgekommen. Da war es schon klug, dass ihr euch wirklich dann konzentriert habt und eure eigenen Stärken doch richtig eingeschätzt habt, ob ihr es überhaupt schafft, zu Gascoint zu kommen oder nicht. Das war schon klug, sich zu konzentrieren auf das Kleriker-Best. Und ein Gamechanger war natürlich auch, dass Leon den Shortcut aufgemacht hat, den ihr nicht aufgemacht habt. Und dadurch einfach auch noch mal viel mehr Versuche hatte bei dem Kleriker-Best, während Chiara immer den beschwerlichen Weg gehen musste. Das war richtig knapp. Und es war trotzdem knapp, ja. Könnt ihr mal sagen, wo der Shortcut war? Weil wir haben echt den die ganze Zeit gefragt. Ja, du hattest es schon richtig gesagt. Ins Haus und dann die andere Tür noch öffnen. Du hattest es einmal so vor dich hingemurmelt. Da ist noch eine Tür, aber ist egal. Ja, das war dann nicht. Aber ich dachte auch, okay, wir müssen jetzt diesen Boss legen. An dem Punkt war ich sogar frei. Ich sag mal so, an Türen und Treppen mangelt es dem Spielen nun wirklich nicht. Wir haben ein Beweisbild. What? Alter, wie? Das ist halt ein Hits. Das ist ein, zwei Hits. Aber das ist ein schönes Paar. Das glaube ich. Das ist das Gesicht von Leon. Alter, Leon genutzt es richtig hart, ey. Hammer. Da sehen wir es. Wunderbar. Vielen Dank an den Keller in Köln für diese Videoüberprüfung. Und ja, dafür haben wir gute Nachrichten für den Community-Battle für das Team Rocket Beans. Denn da hat erneut das Team Rocket Beans gewonnen gegen das Team Bonjoa im Schiffeversenken. Yes, Community. Sehr gut. Und das bedeutet, ihr dürft eine Karte ziehen. Ja, die Karten werden reingereicht. Chiara zieht eine Karte. Chiara als Spielerin wird als Kartenzieherin auserkoren. Und ihre magischen Finger spüren eine... Hitman. Eine Hitman-Karte. Das Gegner-Team darf einen bestimmten Spieler in der folgenden Runde nicht einsetzen. Ja, das ist doch mega. Das ist doch mega heftig. Das haben wir auf jeden Fall gebraucht. Geil, danke. Danke, Community. Richtig wertvoll. Ja, behalten wir doch, ne? Ja, wir wissen ja nicht, was passiert. Verdammt, sie werden mich ausschalten. So, dann gehen wir an die Punkteverteilung. Das bedeutet, House Rocket Beans bekommt fünf Credits. Ach so, wir machen erst mal die Gesamtpunktzahl, genau. Hier sehen wir natürlich, vier Punkte gab's für dieses Spiel. Das heißt, in der Gesamtführung gibt es sieben Punkte für Bonjoa und immer noch drei Punkte für Rocket Beans. Und jetzt gibt's natürlich auch noch mal Credits, die im Shop ausgegeben werden können. Nämlich fünf für House Rocket Beans und zehn für House Bonjoa. Und da möchte ich auch direkt einfach mal fragen, möchte ein Team etwas kaufen? Was habt ihr den Wunsch? Wie war das Snack-Paket? Okay, fünf Cent. Also, mehr können wir nehmen? Seid ihr alle mit der Ecke? Ist natürlich viel Geld. Wir nehmen das Snack-Paket. Warum das Snacks? Wir nehmen gerne das Snack-Paket. Das Never-Ending-Snack-Paket hätten wir gern. Oh! Ähm, es ist ein Ending-Snack-Paket, aber ... Nö! Hier, Unendlichkeit, das hat der Nils extra noch gesagt. Ach ja, okay. Ja, ganz genau. Auch für die Getränke hier. Ja, du hast recht, Simon. Du kannst so viele Snacks essen, wie du willst, heute. Das stimmt, natürlich. Du hast vollkommen recht. So nämlich. Besser geht's doch gar nicht. Ich war mal einkaufen, Leute. Oh, schön. Ede! Ja? Ich wollte euch natürlich nicht beleidigen, ne? Oh, scheiße. Nein, nein, du hast ja vollkommen recht. Es war ein sehr kritischer Moment. Ich hab das überhaupt nicht persönlich genommen. Das war vollkommen richtig. Du hast deine Teammate geschützt vor unseren Informationen. Absolut in Ordnung. Es hat mir aber auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich muss nicht. Du hast auch viel Applaus dafür gekriegt. Boah, schau mal, das Snack-Paket. So was hätt ich jetzt natürlich auch gerne. Hier, Cookies. Da ist das Unendlichkeit-Snack-Paket. Team Bonschmar, wollt ihr auch was kaufen? Das sind 30. Ja. Ja, hallo? Ja. Sind wir grad drauf? Haben wir nicht vielleicht ein bisschen mehr Punkte und die sind ein bisschen verloren gegangen? Weil wir haben ja drei Runden gewonnen, das sind schon 30 Punkte. Dann haben wir zwei Runden verloren, das sind auch nochmal ... Eine verloren. Eine verloren, das sind fünf. Und wir haben einmal, glaube ich, von der Karte sogar noch Punkte bekommen. Von der Community. Genau, von der Community in der ersten Runde. Ich frag die Regie, weil für mich klingt das sehr plausibel. Ihr habt Klappschüle gekauft, genau. Ja, aber die Klappschüle sind ja insgesamt fünf pro Stück. Wir haben vier Stück, sind 20. Okay, jetzt bin ich komplett raus. Ich bin halt, jetzt geht's ums Rechnen. Jetzt geben wir ab an die Regie. Ihr habt noch 20 Punkte, sagt Wirt. Das ist doch gut. Danke, Wirt. Ja. Für 20 Punkte könnt ihr euch fast alles kaufen, außer einer Couch. Wollen wir saven? Ja, wir saven. Wir saven, wir brauchen nichts. Also das heißt ja, ihr wollt ja dann die Couch vielleicht kaufen, weil, wie gesagt, es gibt nichts, wo es sich sonst zu safen lohnt. Wirklich lügsam. Alles andere könntet ihr aber schon kaufen. Ja, ja. Aber wir heben uns die Punkte auf. Okay, cool, 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 cool. Ist ja vielleicht gar nicht so doof, weil Dinge können ja auch gestohlen werden. Was ist denn mit der Benjamin Blümchentotter? Wieso kann sich denn dafür keiner begeistern? Na gut. Ist ja vielleicht auch ein bisschen überteuert mit 20. Ja, das stimmt. Die Preise hier sind wirklich happig. Happig für so eine Torte. So, wir schließen das vierte Spiel und, ähm, ja, machen jetzt erst mal eine, machen wir eine Werbung, liebe Regie? Genau. Wir machen eine kleine Werbung und dann erfahrt ihr, welches Spiel als nächstes gespielt wird. Bis gleich. Ich bin der Mythos. Ich bin der Ruhm, den du ersehnst. Ich bin der Ruhm, den du ersehnst. Ich bin der Zorn, die Zerstörung. Ich bin Aeternum. Willkommen zurück bei Haus an Haus 2, dem wilden Wettkampf der zwei Häuser. Bonjoa gegen Rocket Beans. Ja, das war sehr, sehr spannend eben gerade. Tut mir leid. Das, äh, ich war gerade noch, uff. Es war, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, dass wir, dass wir keine Bosse haben fallen sehen. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Aber trotzdem wurde es ja noch spannend am Ende. Und das hätte ich dann nicht erwartet, dass es so knapp war. Wir haben am Ende gesehen, Chiara nur so ein kleines Stückchen vor Bonjoa, Team Bonjoa gewesen mit Leon. Und jetzt haben wir ein Spiel, das ist was ganz anderes. Das ist wirklich was ganz anderes. Das, äh, erfahrt ihr nämlich jetzt, welches Spiel als nächstes kommt. Treadnoughts ist ein physikbasiertes Duellspiel, in dem sich knuffige Kettenfahrzeuge in ihre Einzelteile zerbomben. Dabei gibt's eine Menge praktischer Power-Ups, zum Beispiel Ketten, die an Wänden haften, oder Booster für Luftsprünge. Und natürlich einige wuchtige Waffen, darunter Laserkanonen und Zielsuchtgranaten. Ganz im Ernst, hättet ihr gedacht, dass man mit Panzern so viel Spaß haben kann? Die Frage geb ich doch direkt mal weiter. Hättest du gedacht, dass man mit Panzerspielen so viel Spaß haben kann? Doch, da hab ich vielleicht ein bisschen Erfahrung drin. Aber ganz ehrlich, Treadnoughts ist ein sehr unterschätztes Spiel. Und nicht nur, dass es sehr viel Spaß macht, sondern es ist auch sehr, sehr kompliziert. Es sieht einfach aus, aber easy to learn, hard to master. So sieht es aus. Und dann gucken wir doch mal auf die Kandidaten, um zu schauen, wer hier überhaupt was mastern könnte. Wer tritt denn an fürs Team Rocket Beans? Da sehen wir schon wieder, Chiara. Die wird hier in jede Schlacht geschmissen. Sieht ein bisschen überfragt und überrumpelt aus, aber überrumpeln wir sie mal. Ja, na ja, ich bin nur überrumpelt, weil ich ja, ich war ja gar nicht dabei, als diese Spiele verteilt wurden, wer was macht. Und deswegen hab ich noch nie gespielt, aber ist ja kein Problem für mich. Nee, eben, das glaub ich dir. Hab auch noch nie Bloodborne gespielt, war trotzdem knapp. Ja. Oh ja, das haben wir gerade gesagt, das stimmt. Simon, hast du Lust, Treadnoughts zu spielen oder jemanden auszuerkehren, Koren, wie sagt man, kiakieren? Ich kann jemanden jetzt anders, also jetzt spielen lassen? Also ich meine, ich biete es meinem Team natürlich gerne an, dass mein Team immer, wenn es der Ansicht ist, es kann es besser, mich ersetzen darf. Okay. Deswegen haben wir ja auch bei Bloodborne das so gemacht. Weil wir angenommen haben, Chiara hat deutlich mehr Erfahrung, ich bin auch unter Druck, bin ich einfach Wasser und Schweiß und Angst. Ich wollt's auch machen, trotzdem, weil da machen wir die Erfahrung. Also tatsächlich könnt ihr niemanden mehr wechseln, das war ein kleiner Scherz. Ja, toll. Wie sieht's denn bei dir aus? Erinnerst du dich, dass du das schon mal gespielt hast? Treadnoughts. Das Gesicht sagt ja. Du hast das schon mal gespielt. Wann? Ich hab das schon mal gespielt, also musst du es auch schon mal gespielt haben. Äh. Aber ja, das, nee, weil tatsächlich nicht, aber dann muss das sehr schnell gegangen sein, dass wir da gestorben sind oder so. Ich kann mich ja kaum auf das erinnern, aber es sieht aus wie ein lustiges Spiel. Ich mein, hüpfen, schießen, äh, what's not to like. Das doch, das war, hier, der Chat sagt, es war an einem Beanstag, aber ich hab auch nur noch vage Erinnerungen. Ähm, wir fragen mal drüben beim Team Bonschmar, wie sieht's denn da aus mit Treadnoughts-Erfahrung? Gespielt noch nie. Ich fahr nur Privatpanzer, aber ich hab's, äh, nee, keine Ahnung, noch nie gespielt. Wir haben grad eben die Steuerung gelernt. Äh, sieht komplex aus. Hm. Okay. War das auch geil mit deiner Breite. Danke. Okay. Also, Matteo, du trittst an dann anscheinend, oder wie sieht's aus? Äh, nee, ich sitz einfach nur so, hier so. Ich mach das. Ah, okay. Ja, also ich bin da und, äh, Edo ist auch dabei. Ich übernehme das. Wir haben die Farbe aus Versehen geändert. Wir schauen mal ganz kurz auf die Regeln, damit ihr überhaupt wisst, ähm, wie hier überhaupt zu Punkten gekommen wird. Denn es wird gespielt in einem Best-of-Three-Last-Man-Standing-Modus und, ähm, erhaltet pro Runde zehn Siegpunkte. Also, okay, ich höre grad aus der Regie. Nichts davon stimmt, was da steht. Ähm, es sind, äh, neun Siegpunkte und es ist Team Deathmatch. Genau, neun Wins sind einen Satz und wer drei Sätze hat, gewinnt. So sieht es aus. Sind die Teams denn ready jetzt? Noch nicht. Jetzt ist es richtig. Ah, okay. Wir machen nix. Wie drückt man ready? Ich bin ready. Hier, das, ähm, die Drei-Strich-Ideen-Option. Ach, echt? Ach so, genau. Wir haben auch noch das Community-Battle. Das ist jetzt, ähm, Schere, Stein, Papier... Nee, Quatsch, das muss ja gezogen werden. Ja, das ziehen wir mal ganz kurz. Willst du diesmal ziehen, Eddy? Ich ziehe gerne. Bitteschön. Ist hier aber auch auf so vielen Meta-Ebenen. Und es ist zur Abwechslung mal Schiffe versenken. Uh, das ist wahrscheinlich aber auch das Beste. So, und... Stimmt, ob ihr eine Aktionskarte einsetzen müsst, sollten wir vielleicht nochmal fragen, ne? Genau, möchte eines der Teams eine Aktionskarte einsetzen? Dann wäre es jetzt der Zeitpunkt, liebe Teams. Nein, wir möchten keine setzen. Ihr wisst, dass euch die vielleicht auch abhandengehen können, wenn ihr sie nicht einsetzt, durch Pech. Äh, ne. Also ja, trotzdem. Wir möchten keine setzen. Okay, Team Rocket Beans. Zählt das denn für die Runde? Zählt das jetzt für diese Runde? Das zählt jetzt für diese Runde, natürlich. Also wir können jetzt einen von den beiden Horschis hier rausholen aus dem Spiel? Ja, wenn das auf eurer Karte steht. Wir haben ja einen. Aber ich glaub, hier bringt's uns nichts, weil die's auch noch nie gespielt haben. Ich bin saugut. Ich bin der Beste. Die beiden, ja gut, okay, komm. Nee, dann lassen wir's mal. Wie ist das Leon dann hier ist, oder was? Das ist ja Quatsch, wir haben ja gerade die beiden. Ich bin nicht mit dem Sammel an der Schublade. Was wollt ihr? Nee, wir machen mal nix. Wir machen nix. Okay, also. Kein Team setzt eine Aktionskarte ein. Beide Teams sind bereit. Liebe Regie, seid ihr bereit? Dann geht es jetzt los hier mit Runde fünf. Ich bin, glaub ich, oben. Ich bin oben. Okay, Windmühle ist ein bisschen schwierig. Das ist eine Windmühle. Oh Gott, was mach ich hier? Hilfe! Nicht mich abschießen, bitte. Oh, oh, nein! Oh, scheiße, ich bin direkt reingefallen. Wir haben gewonnen, natürlich. Okay, alles gut. Vergleichbar zum Beispiel mit Spielen wie Towerfall Ascension. Es geht direkt los. Man hat eigentlich kaum Zeit, das Spiel richtig zu üben, weil schon die Projektile auf einen fliegen. Man sieht hier, du bist natürlich der Panzerexperte, du kennst dich gut aus. Wie realistisch ist dieses Panzerspiel? Es ist extremst realistisch, wenn nicht sogar das realistische Panzerspiel, das es gibt. Und besonders schwierig ist es natürlich, seinen Panzer über Kopf an der Decke zu steuern. Da muss man nämlich ganz schnell umdenken. Und das ist hier auch der Fall. Aber man muss tatsächlich so eine gewisse Ballistik mit einkalkulieren, also die Flugkurve der Raketen. Wer das meistert, hat hier einen Vorteil. Okay, einfach ein bisschen vorsichtiger. So, Team Rosa ist... Das war der Zeitpunkt, liebe Regie, wo ihr mir aufs Ohr sagt, welches Team Rosa ist. Team Rot, Rocket Beans, Team Blau ist Bourgeois. Und parallel ist auch schon das Community-Battle gestartet. Da sehen wir es noch mal. Was für ein Sieg! Mann, Meister der Ballistik! Ausgleich. Oh, das wird nichts. Oh, gefährlich. Punkt für Bourgeois. Das geht ganz schön schnell. Das geht sehr fix, du hast vollkommen recht. Also, wer zuerst neunmal gewinnt, gewinnt den, das erste Match in diesem Best-of-3. Genau. Oh, guck mal. Ausgleich wieder. Okay, okay, mega knapp. Oh, okay. Ich denk, dass mit voranschreitender Zeit die Matches länger dauern werden, weil die Leute dann eingespielt sind und vorsichtiger spielen werden. Aber am Anfang noch ein bisschen chaotisch. Ja, es sieht so einfach aus, aber die Physik ist in der Tat sehr komisch, weil die Panzer springen können, an den Wänden kleben. Und je nachdem verändert sich natürlich dann auch immer wieder der Schusswinkel. Ich hab mich ins Wasser fahren, das war echt nicht gut. Okay, ich bin unten. Es geht hier um fünf Credits übrigens. Ich bin tot. Sehr gut. Warte. Oh, wundergeschwungen. Nice, sehr gut. Das war gut. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut, richtig gut. Richtig gut, richtig gut. Richtig gut, Richtig gut, Richtig gut, Richtig gut. Come on. Nee, es sind viele rum. Okay, ich muss das mal checken, ja. Oh Gott, okay. Äh, ich bin... Oh, Kanone, Kanone. Oh, scheiße. Ach, du Scheiße. Man kann die Räder schießen. Schieß einfach. Dreh dich anders. Die Räder werden quasi auch noch angekriegt von den Schiffen. Ich bin das. Haha, du bist das die Kacke. Ja, ich wusste, ich dachte, du wärst tot. Punkt für Team Rocket Beans. Da gehen wir das erste Mal in Führung. Genauso weiter, ey. Du bist vorsichtig. Ja. Oh, direkt. Sehr offensiv gespielt jetzt hier vor Team Rocket Beans. Jetzt zwei gegen eins. Oh, Mann, du machst es gut. Simon ist noch am Start. Ah, ich hätte vielleicht defensiv. Das Spiel ist ja wild. Vielleicht. Oh, das ist spannend. Das Spiel ist ja wild, ey. Das macht mega Spaß. Ja. Wasser, Wasser, Wasser. Bin ich oben oder was unten? Ich bin aus unten. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Mann, das ist doch voll. Das Schwierige ist wirklich, in dem Moment, wo du in die Decke springst, dreht sich die Steuerung natürlich, weil du überkauft bist. Genau. Nee. Oh, nein. Du hast nur ein Sprungbrett in den Tod. Es hat geklappt. Aber sehr ausgerechnet, fast abwechselnd, wie hier gewonnen und verloren wird. Ja. Zwei sehr gute Teams. Interessant auch, man kann die Projektile wohl abschießen. Ja. Komm. Oh. Punkt für Bord. Perfektes Teamplay. Oh Gott. Okay. Okay. Wo bin ich? Du bist oben. Wo warst du das immer? Hä? Hä? Scheiße, sie haben mich. Chiara hat jetzt den Higher Ground. Ich war entgegen, ich war entgegen. Kann sie damit was anfangen? Ja, den machen wir. Jetzt muss sie aufpassen. Das war gut, der Sprung. Und der hat tatsächlich... Oh, ich bin down. Ich bin down. Oh, ich bin down. Chiara. Hammer. Hammer Move gerade. Ja. Jetzt geht es um die richtige Position. Das meinte ich jetzt. Oh, schade. Splash Damage muss man mit einkalkulieren. Flip und kill. Ja, ich hätte abhauen wollen. Ich hätte High Ground. Okay. Ja, das ist auch recht schwer für mich. Ich bin unten. Alles klar? Scheiße. Hab ich nicht? Jetzt ab ihn. Vorsicht, ich sterbe hier. Mach es, mach es, mach es. Mach es, mach es, mach es. Ja. Es ist tatsächlich von Vorteil, wenn man sich an die Decke begibt, da ist man schwieriger zu treffen. Und die Schwerkraft spielt für einen selber. Aber wie ausgeglichen das ist hier. Sieben, sieben. Wo bin ich? Das ist richtig wild. Oh, ich wurde tot. Ich bin leider bei ihm gelandet. Komm, das machst du einfach nach oben. Bleib am besten oben. Nee, nee, nee. Warte. Nein! Du hast gewonnen! Ein eigenes Partikel getroffen, glaube ich. Okay, Double KO? Double KO. Wow. Okay, das war wirklich ein Double KO. Also keine Punkte für eines der Teams. Ich bin unten. Alles klar. Alter. Uiuiui. Ja. Das ist auch eine gute Taktik, da unten einfach die Schüsse abzuglocken. Und es ist wieder Chiara gegen Mäntel. Wer wird es denn zuerst machen? Na? Wir sind nicht gewonnen. Wir sind nicht gewonnen. Wir sind nicht gewonnen. Wir sind nicht gewonnen. Ja, kann passieren. Okay. So, Matchball jetzt. Hey, das ist noch nicht vorbei dann. Warte. Ich werde nicht spinnen. Was ist denn das für eine verrückte Karte? Oh, Matchball denied. Tatsächlich. Oh nein. Jetzt kommt es zur Entscheidung für den ersten Satz. Ist das spannend? Ich bin unten. Ja. Okay. Guter Schuss von da oben. 4 zu startig. Hier die Möglichkeit 2 gegen 1 für Rocket Beans. Los von mehreren Seiten. Einfach ballern. Auf ihn draufballern. Man darf da nicht so stehen bleiben. Das ist zu riskant. Das ist sehr gut. Jetzt. Und das ist der. Das Ziel da rein für Rocket Beans. Ja. Das ist noch nicht der Sieg. Das ist der erste Satz. Der Sieg im ersten Satz natürlich. Wie knapp das war. Einer von dreien. First of Three. Also wenn Rocket Beans jetzt noch einen Satz gewinnt, ist schon durch. Okay. Es geht hier um 5 Credits für den Shop übrigens. Ja. Nochmal? Ja, ihr könnt direkt weiterspielen, wenn ihr wollt. Einer fehlt. Das ist nochmal drücken. Das war ja nur der erste Satz. Motifatoren oder was? Jetzt könnte Team Rocket Beans nicht endlich zurücklehnen. Die Gegner kommen, lassen sich zu Fehler zwingen. Stark. Denn eigentlich steht der Punktestand auf ihrer Seite. Ich hab nichts mehr gemacht. Achso, okay. Irgendeine. Okay. Okay, alles klar. Und ab geht ihr fast. Ja. Sehr verwirrendes Level hier. Muss man erstmal überhaupt checken, was hier abgeht. Ich bin tot. Eins gegen eins. Die oberen haben wir natürlich gewonnen. Und Edo schießt. Der war wirklich gut. Geil. Das war unfassbar gerade. Den finalen Treffer. Wow. Du bist oben. Also jetzt bist du oben. Direkt raus. Okay, du musst es alleine machen. Vorsicht. Vorsicht. Das ist gut. Was war denn das? Das war nie dargesehen. Was war denn das? Das war nie dargesehen. What the? World first. Holy shit. Punkt für Rocket Beans. Und was für einer. Was für ein Move von Chiara. Ich trau mich gar nicht. Warte kurz. Ach du, du musst ballern. Sitz mich alleine. Wenn sie so dicht auf dem Haufen stehen, geben sie ein dickes Ziel ab. Ich hab Angst, dass ich dich treffe dann. Schieß lieber auf die Tafel, weil die bewegt sich ja, wenn man trifft. So geht es gegen uns. Okay. Dann haben wir doch Deckung, wenn die zu uns kommen. Ist doch geil. Aber die kommen ja nicht, weil sie feige sind. Feige. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das die richtige Taktik ist, diese Tafel über sich zu haben. Und was für ein Sprung. Okay, okay, okay. Irgendjemand versucht hier. Oh, die Tafel wirklich da drüben haben? Was macht die Tafel? Die macht gar nichts. Oh, und der versucht hier aber oben drauf. Guck mal, hier sehen wir ein paar Rocket Jumps. Ja. Teil dich. Und hier. Oh Gott, jetzt müssen wir uns bewegen auch noch. Ja, wir haben einen. Bleibt uns bewegen. Geil. Was ist das Ding? Sutton Death oder was? Out of Bounce. Das war Sutton Death, glaube ich. Das war Sutton Death, genau. Ich bin nicht von euch, sondern von so einer Rakete. Ich bin oben unten. Was ist denn jetzt mit der ... Ja gut, ich seh mich nicht, aber ist nicht wichtig, oder? Im Spiel. Okay, jetzt wollen sie aber wirklich nicht mehr, dass hier noch irgendeiner überlebt. Nein! Jawoll, ey, was wird das denn? Wir können mal vielleicht ganz kurz das Schiffe versenken einblenden, wenn's ne Gelegenheit gibt. Okay, das ist ... Okay, nach links vorne. Oh, schnell wandern, schnell wandern. Oh, wir sind beide tot. Das eben ist. Oha. Ganz kurz. Ja, ja, Kopf in Kopf. Wobei Bonjoa vielleicht eine Führung für Bonjoa. Boah, ja. Gut. Oh, 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 oh. Guck mal, das ist ein schönes Kopf in Kopf. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und Rocket Beans gewinnt hier die Runde. Scheiße. Geld hier in Führung und ... Das wär so unangenehm, jetzt blau zu sein. ... kämpft sich in Richtung Sieg. Alle gucken, alle sind enttäuscht, ganz Bonjoa de-abonniert. Jetzt ... Nice, come on. Oh, schade. Wichtiger Punkt. Äh, okay. Haben wir gewonnen. Aber der Panzer ist noch da, ne? Aber komisch, du bist wohl tot. Ja, ja. Okay. Okay, okay, okay. Da werden die Shots nicht nur beim Panzerfahren gefeuert, sondern auch in der Gaming-Area. Stark. Also da unten ... Schneller Sieg hier für Bonjoa. Ja. Das ist gefix. Das ist echt hart, ey. Okay. Ja, ja. Ich bin einfach runter. Okay, blau ein wenig. Hey, lass das nen Zef machen. Und ... Das ist jemand ... Bleib einfach oben. Bleib einfach da ausschießen. Die zwei, die ungestartet sind ... ... sind einfach abgestürzt. Nee, sonst noch höher schießen. Ja. Nee, scheiße. Gut, natürlich, das führende Team sollte jetzt defensiv spielen, ne? Aber dann hatte Heiko auch den ich nicht. Ja, was macht man jetzt? Das ist die Frage, ne? Was würdest du machen? Einfach warten? Beduldig sein? Ich könnte nicht warten. Ja, wenn ich Team Bonjoa-Spins bin, auf jeden Fall warten, weil Team Bonjoa muss ja rankommen. Die liegen zurück. Ja, mach mal. Und wer rankommen muss? Und wer rankommen muss? Ha, 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 ha. Okay. Bleib lieber oben, ey. Bewege dich! Achtung. Interessant. Sehr gut. Jump. Das ist schön. Nochmal jumpen. Ja, das sind die Sudden-Death-Raketen, die jetzt gefeuert werden. Ja, jetzt muss Kiara nur überleben. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ein weiterer Punkt. Sehr gut ausgesessen. Diese Runde. Konzentration. Jetzt kommt's doch an, wer behält die Nerven, denn mit jedem Kill kommen wir jetzt dichter an die Entscheidung ran. Und jeder Fehler kann das jetzt weiter beeinflussen. Kommt ganz schön viel nach hier ran. Oh, da fliegt ordentlich was durch die Luft. Warte, ich komm hier nicht wirklich raus. Oh, nicht um meine Schüsse. Oh, nee. Du hast mich platt gemacht. Wir haben eins gegen eins. Wir haben eins gegen eins. Wir haben vier raus. Du hast mich platt gemacht. Oh, da kommt jemand rüber. Simon versucht hier vielleicht jetzt offensiv zu spielen. Ja, die Plattform jetzt ist natürlich nicht schlecht für Simon da. Wie so ein Schutzschild. Wie komm ich runter? Ich will nicht jumpen. Leichter Jump. Oh, wow, 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 wow. Eieiei, über diese Brücke. Ich weiß nicht. Simon will offensichtlich einen Move machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, ja. Gut gemacht. Eieiei, ah, an den Rand darf man nicht mehr kommen beim Sudden-Death. Ich hab gesehen, warum ich gekillt wurde. War das so ein Autokill? Das war so ein Autokill, ja. Ich bin wieder oben, ja. Schon wieder? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Und warum springt er da am Anfang rüber? Komplett unnötig. Ey, der Level ist wirklich dämlich. Ja, man, ich würd's wieder platt gemacht. Du hast es super gemacht. Eins gegen eins. Komm noch her. Ähnliche Situationen wie eben. Mal gucken, wie Chiara sich jetzt hier fällt. Ich kann mich selber abschließen. Ich muss aufpassen. Wird sie da über die Brücke? Nee. Nee, ich wollte nicht springen. Mach doch weh eben gerade. Kannst du gleich ausweichen bei Sudden-Death. Pff. Oha. Ja, jetzt hat Franchwa etwas höheren Ground. Es ist nicht schlecht, dass Matteo da auf diesem Ding bleibt. Hat dadurch vielleicht sogar einen Winkel, von dem aus Chiara getroffen werden kann. Warte lieber auf das finale Ding. Jetzt wird's langsam hekel. Jetzt muss man auch noch hier den Sudden-Death-Raketen ausweichen. Oh, da ist es passiert. Und Chiara holt hier den nächsten Punkt. Zwei Punkte vor. Die nächste Runde. Ich bin reingefahren, weil ich ausweichen wollte. Wir müssen jetzt performen. Du bist unten. Ja. Wir müssen jetzt performen. Ah, ich hab wieder diese blöde Position, wo ich fast nichts treffe. Ihr habt gute Hits. Doch nicht. Wenn ich hoch springen und einmal schieße vielleicht. Oh oh. Gefährlich. Sehr gefährlich. Jetzt sind sie beide auf einer Position. Das ist natürlich... Ja, das ist sehr gefährlich. Und jetzt... Oh, jetzt kommt Bonja von oben. Flankier-Move. Und das war's natürlich. Ja! Das ist sehr gut. Richtig gut gemacht von Bonja. Haben diesen taktisch... Das war ein taktischer Fehler. Das war ein taktischer Fehler. Ja, Rocket Beans mit einem taktischen Fehler. Und Bonja mit taktisch sehr klug. Scheiße. Ja! Und Bonja kommt ran. Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Was für ein Scheißposition. Okay, okay, okay. Alles gut. Gefährlich. Oh, 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 oh! Und dann direkt Rocket Beans im Nachteil. Ausgleich. Oh nein, jetzt müssen wir aufpassen. Was machen wir jetzt? Na komm. Sieben. Und da springt er direkt rein. Und Rocket Beans runter. Sieht halt ab Schuss. Stark geschossen. Das ist das, was ich meinte. Wer offensichtlich spielt, kann direkt ausgekontert werden. Ey, warum ist ja der eine über mir? Das ist doch einfach ungeil. Hab ihn. Sehr gut. Achtung vorsichtig, mein Schuss kommt. Kann ich die nicht treffen? Ne, ne? Warte mal. Ich fahr mal hier lang. Oh, oh, oh. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Simon am Head. Simon hier im Stress gegen Edo und Matteo. Oh, der war gut. Die Brücke hab ich gar nicht gesehen da unten. Echt? Ja. Es wird wieder ein Kopf an Kopf rennen. Das Ding ist wieder komisch. Was darf da unten? Ja, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann es ein bisschen zurückfahren. Zu dir. Das ist wieder dieses dumme Level. Wir werden uns nicht abschießen bis dann. Nein. Ich denke, ob ich drauf springen sollte. Nein, das ist zu gefährlich. Auf der Plattform hast du einen Vorteil. Aber wie willst du? Und mal, das schaffe ich es. Bin dran. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Aber sie nutzen es nicht aus, jetzt wie gerade der taktische Fehler. Oh, jetzt haben wir die Möglichkeit. Aber gegen zwei, da müssen wir ja nur ausweichen. Eieieiei. Ui, und da war der Sand. Da reicht schon ein kleiner Fitzel und wieder Matchball. Jetzt aber der richtige Matchball hier für Team Rocket Beans. Wenn sie jetzt hier diese Runde gewinnen. Ich bin tot. Ja, tot. Wir haben sie beide. Nein, Matchball abgewehrt. Noch ein Matchball für Rocket Beans. Okay, okay. Du bist... Oh, scheiße. Scheiß Timing. Scheiß Start. Ich hab einen. Und es sieht aus wie ein Sieg für Modra. Oh, Ausgleich. Das heißt, eine weitere Runde. Das gibt's doch gar nicht. 1 zu 1. Und wir sagten ja eingangs... Ey, was ist denn hier los? Best of String. Oh, ist das intensiv. Oh mein Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bonjoa. Es steht 1 zu 1 im Gesamtranking. Wir spielen Best of 3. Das heißt, jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich würd danach gern schlafen, glaub ich. Alle noch mal A drücken. Ja, A drücken. Wir haben noch ne Schlafkarte. Ja. Muss ich A? Ne, du musst A. Edo noch mal A. Ach so, zweimal. Genau. Okay, und ihr habt die Freigabe jederzeit zu starten. Da brauch ich ne Pause. Der sucht eh automatisch ne mehr Pause, oder? Okay, jetzt noch mal richtig Konzentration. Ist auch ein bisschen schlecht. Okay. Okay. Ach so, wir können was aussuchen. Was drauf eigentlich? Welche soll ich nehmen? Ist egal. Okay. Ach so, okay. Ich bin oben, oder? Ja. Hier oben kommt einer. Hier oben kommt einer. Vorsicht. Ja, wir haben sie beide unten. Äh, warte. Ich bin auch unten. Taktischer Vorteil für Rocket Beans. Aber. Ojoa kommt auch nach oben. Ich lebe noch. Ah! Geil, 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 geil. Oh shit. Was auch schaffst du erst mal. Nein, das ist Wasser wie der Todesfalle einfach. Das Level ist aber auch ekel. Wir müssen versuchen, mobiler zu werden. Ein kleiner Punkt für Rocket Beans. Ja, Heinkau ist hoch. Oh ne. Ich bin so ruf, dass es die wieder ist. Okay, never mind. Schade, manche heute. Jetzt vor, du machst das. Na, oh, Edo. Ja! Warum gewinnt jemand? Du im Ausgleich. Du machst sie einfach beide sehr schön. Was ist das denn? Ich hab einen. Hier, man kann es wegschießen? Ja, ja. Okay. Oh Gott. Schade, ich bin tot. Ich bin tot, du machst das? Nein, ich bin down. Was ist das denn? Was ist das denn? Der Schläge geht kaputt, ey. Ja, warte mal. Wie fährt man denn hier? Man muss sich voranschießen. Logisch. Logisch. Ja, es gibt in diesem Spiel mehr, als man am Anfang erst mal denkt. Es gibt ein paar richtig gute Movement-Möglichkeiten. Rocket Jumps, mit denen man sich von den Wänden abschießen kann. Ja, das Spiel sieht einfach aus, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Du schießt das Eis kaputt. Mach safe. Geil! Du kannst dich ja auch durch den Schuss wie so ein Rocket Jump, ne? Genau. Kannst du dich wirklich wegkatapultieren? Ja. Und ich glaub, du kannst sogar deinen Team-Kollegen wegkatapultieren. Das geht auch. Das gibt noch mal enorm viele taktische Möglichkeiten. Warum kann ich nicht mehr fahren? Ich glaub, der rutscht gerade. Der kann sich bewegen. Der kann sich bewegen. Ja! Ich lasse die Steuerung nicht. Ja, aus dem Eis kann man nur mit Schießen so vorankommen. Du musst in die Entgegensetzungsrichtung schießen, damit du rutschst. Oh, der gibt Matteo den Gegenwart. Hab ich Tipps? Warum sagt er das überhaupt? Scheint ein hinterter Mensch zu sein. Oh, ich dachte, hier ist schon einer weg. Aber tatsächlich noch zwei Rocket Beans-Patzer am Start. Ja, lass mal, wir können auf Zeitspielen jetzt. Oh oh. Der versucht mich zu kriegen. Ja, Chiara versucht das taktische Zeitspiel. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Sehen wir das taktische Verstecken. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskomme. Ich traue mich nicht zu springen. Mach mal den Winkel mit dem Panzer stahl und schieß früher. Dann fliegt ihn weiter. Jetzt bewegen, bewegen. Denk dann, bewegen. Alles gut, alles gut. Der wird jetzt nicht schießen. Du kannst komplett außenrum fahren. Perfekt. Okay, jetzt hat er eine Position. Bleib auf der Rückseite, dann bist du nicht getroffen. Bleib auf der Rückseite. Nur auf der Rückseite. Bleib auf der Rückseite. Dann bist du nicht getroffen. Eieiei. Interessante Taktik jetzt hier. Niemals jumpen. Nicht auf die Vorderseite fahren. Ja, das war gut von Simon da. Und Chiara verabschiedet sich. Das war gut von Simon da, wie er da runtergeschossen hat. Von seinem Parcours. Ich hab einmal getroffen. Oder dachte ich hätte getroffen. Shit, shit, shit. Das sind Minen. Nein! Och, ein doppelter Abschuss. Stark, 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 stark. Für Wunsch. Ich bin... Ich fahr wieder weg. Oh, dieser dämliche Ding wieder. Nein. Dieses Sudden-Dest-Ding einfach. Ja, vergiss es. Keine Ahnung. Ja, nicht schlecht. Edo das da gemacht hat. Ja! Ja! Du machst das! Das war der Game-Winning-Move in dem Fall. Ja, aber da oben steht der eigentlich gar nicht so. Das war richtig gut, ja. Ich hab ihn ja immer fertig. Ich wurde... Warte mal, ich muss hier drauf. Wir sind beide auf dem Ding hier. Wir sind tot. Oh! Das war ich zur meiner Schuld. Jetzt die Chance für den Panzer da oben einfach... Oh! Nein! Schieß, schieß! Aber es war gut, dass du stehen gebunden hast. Jörg holt die meisten Punkte, indem sie einfach dort bleibt, wo sie startet. Du hast einfach abquist. Ja, es ist besser, keine Fehler zu machen als, ne? Okay, einer hat mitge-trainer. Aber du Fehler zu machen. Hallo! Hallo! Ich sagte schon, Konfuzius. Das gefällt mir, was du da machst. Ja, ja. Jetzt mach... Bleib da! Chill da! Chill da! Chill! 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 Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Es ist furchtbarer Platz! Du willst da nicht sein! Ich weiß nicht wie ich hab Highground! Ist doch gut! Bleib einfach da! Warum sollst du dich bewegen? Bleib oben! Genau, jetzt... Schön aus war, ich nehme nur Fahnen! Genau, stehen bleiben! Genau! Irgendwann erwischt ihn gleich! Oh, gefährlich! Oh, 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 oh! Nicht zu weit runter! Super! Sehr gefährlich! Genauso, ey, du! Oh! Wow! Aber du hattest... Aber du hattest einfach eine Maschine! Higher Ground! Einmal eine Maschine! Wunderschön! Okay! Du bist oben? Ich bin oben! Ah, ich bin zerquetscht! Shit! Nice! Noch einer! Lass auch Zeit spielen! Das tut mir echt leid! Das hätte ich wahrscheinlich verändern können! Die ganze Zeit dagegen schießen! Die ganze Zeit Sperrfeuer dagegen! Man sieht richtig, die Schüsse drücken diesen Kasten, auf dem Simon sich befindet, weiter nach unten! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Und ich glaub, damit hat Simon gerade Chiara zerquetscht! Genau! Und im Umkehrschluss könnte Chiara von unten natürlich gegen diese Plattform schießen, um Simon nach oben zu propellieren! Also es gibt, wie gesagt, viele Taktiken, die man versuchen kann! Wenn Simon zum Beispiel mal aufhören würde zu schießen, würde sein Ballon oder was auch immer das ist, viel weiter hochgekommen! Aber so hat er einen Punkt geholt! Er hat aber auch so einen Fäsch! Sehr gut! Knappe Nummer! Hier! Ja! Ich hab einen schönen! Und versuchst du den Vorteil jetzt auszuspielen! Ich komm mit dazu! Oh, Achtung! Achtung! Nee, ich kann hier unten, ich kann da oben nicht! Ja! Es ist immer spiegelverkehrt, die Steuerung, oder? Wenn man oben ist! Ja genau! Du musst in die Fahrtrichtung halt immer! Uiuhi, der ist natürlich sehr gefährlich, ne! Das ist keine gute Idee! Das ist einer! Schön, man! Edo, du bist einfach geil! Zwei Rundenführung jetzt! Schön, schön, schön! Ja, nicht ins Wasser! Genau, hier oben! Hey! Ich schieße auf dich! Wenn du schneller bist! Die wollen beide zu dir raus, ich merk schon! Oh nein, das ist nicht gut, wo ich hier bin! Ich fahr hier wieder raus! Wir haben den High Gound leider! Oh, einen habe ich! Oh! Doppelkirch! Okay, es ist schon mal oben! Okay, es ist schon mal nach oben! Okay, Shit! Matteo hat's gesagt, sie haben den High-Ground, leider. Man sieht, wie wichtig das in diesem Spiel hier ist. Oh ja, was für ein Hit! Ja, ja, er ist vorsichtig, vorsichtig. Ja, er ist raus. Ich komm jetzt hochgefahren, fahr da weg, Edo, oder schieß. Pfff, sehr lang, sehr lang, sehr lang. Sieh mal, kommt von oben, und ... Ja, schön aggressiv gespielt, das hat nicht geklappt. Oh, ich glaub, das wollte er gar nicht. Er war selber überrascht, dass er da wieder zurückspringt. Ich denke auch, ja. Lass es weiter ausspielen. Du bist oben, unten. Wir traden hier fast. Oh, schönes Ding! Schön, schön. Rocket Beans liegt zurück. Und Simon ist auch ... Ein Punkt für Bonjoa. Und das ist der Matchball für Team Bonjoa. Die haben hier aufgeholt, nachdem sie den ersten Satz schon verloren hatten. Und Rocket Beans hier ... Und das war's. Ein Matchball, der hat jetzt Team Bonjoa gewonnen. Mein Wermund-Herrn. Ich bin schwindelig. Ich muss wieder hinsetzen. Ich muss wieder hinsetzen. Haus 11 ... Oh, mein Gott. A.K.A. Haus Bonjoa gewinnt hier ... Der Comeback des Jahres. Das war ein schönes Comeback. Das war ein Comeback des Jahres. Holy ... Spektakulär. Und sichert sich fünf weitere Credits für den Shop. Ach so, Rocket Beans fünf Credits, genau. Und Bonjoa zehn Credits. Ah, okay. Fünf Siegpunkte für Bonjoa. Ah, okay. Das ... Können wir noch mal den Punktestand sehen dann? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so uninteressant. Da haben wir's. Uh, aber sehr weit vorne leider. Aber guck mal, wie viele Spiele da noch sind. Also, da ist natürlich noch lange nichts entschieden. Nein. Aber trotzdem eine beeindruckende Führung bislang mit 12 zu 3. Hätte ich nicht mit gerechnet. Schön geführt am Anfang eigentlich von Rocket Beans. Und auch gutes Teamplay. Doch irgendwie hat denn mit fortschreitender Zeit Team Bonjoa doch irgendwie das Spiel mehr begriffen, hatte ich das Gefühl. Mehr die Tricks ausprobiert, mehr den High Ground. Und dann am Ende doch aufgeholt. Schade für Rocket Beans. So, dann verteilen wir die Credits. Und, ähm ... Ja, wie schon gesagt, fünf für Rocket Beans und zehn für Team Bonjoa. Und, ähm ... Genau, das haben wir auch noch. Die Rocket Beans hat ja gewonnen, haben wir ja vorhin gesehen. Ah ja, Rocket Beans hat beim Schiff versenken gewonnen. Rocket Beans ist unbesiegt bislang am Abend bei Schiffe versenken. So viel können wir schon mal sagen. Drittes Mal Schiffe versenken, drittes Mal Sieg für Rocket Beans TV. Ja, das ist ja auch was Schönes. Und dafür gibt es was noch mal, liebe Regie, jetzt? Fünf Credits zum Einkaufen. So war's nämlich. Also insgesamt jetzt zehn Credits für Rocket Beans und zehn auch für Bonjoa. Sehr gut, Fuß. Viele Credits, die hier über den Ladentisch gehen. Muss man mal sagen, wir sind wirklich unglaublich spendabel mit den Credits. Ja. Und Bonjoa spart ja offensichtlich. Man weiß nicht genau, für was. Vielleicht lassen Sie sich das auszahlen am Ende. Das kann ja auch sein. In, ähm, was weiß ich, leckeren Getränken. Wir können ja direkt mal fragen. Und wir fangen natürlich an mit dem Siegerteam. Bonjoa. Ähm, erst mal, wie geht's euch? Da sind schon Leon. Geht's euch gut, Matteo? Ja, uns geht's super. Alles top. Aber wir haben jetzt noch direkt mal ein neues Spiel. Ich muss wieder sitzen bleiben, glaub ich, oder? Wir haben, haben wir schon ein neues Spiel? Ja, es gibt wieder ein Versus. Ach so, ja, aber Moment, da kommen wir gleich zu. Jetzt geht's erst mal darum, ihr habt ja auch wieder zehn Credits gekriegt. Ihr könnt einkaufen gehen im Shop, wenn ihr möchtet. Äh, Leon, wollen wir was kaufen, oder? Wir sparen. Sparen. Okay, kommt jetzt Splitgate? Ja. Danke. Ähm, ja, sag ich jetzt aber, wenn er mich so direkt fragt, dann kriegt er auch eine direkte Antwort. So, und Team Rocket Beans, wollt ihr was kaufen? Ihr habt ja, äh, vielleicht mitbekommen, dass ihr wieder mal eure Community, ähm, gewonnen hat für euch. Zum dritten Mal in Folge bei Schiffe versenken und euch diesmal fünf Credits erspielt hat. Mit den fünf, die ihr durchs Verlieren bekommen habt, zehn auch bekommen, insgesamt. Wollt ihr etwas kaufen im Shop? Nö, oder? Nö. Nö, es sei denn, da meldet sich jetzt jemand von unten und sagt, er will irgendwas, Krugi oder so. Ich bin gerade gegangen schon. Ja. Ähm, ich glaube, es läuft. Wir brauchen's nicht. Denk ich auch. Ihr seht rundum glücklich aus alle, als wenn ihr nichts brauchen würdet. Und so verhaltet ihr euch ja auch. Ihr spart alle die Punkte. Weise, weise. Sorry, Regie, ihr müsst uns das dann sagen, wenn wir gerade nichts sagen, weil dann hören wir euch auch. Nochmal bitte. Ja, wir reden immer, weil wir Kommentatoren sind. Das ist vollkommen richtig. Äh, dann machen wir jetzt eine Werbung und danach geht's hier weiter. Ihr habt's jetzt schon gehört. Mit der nächsten Disziplin. Splitgate. Bis gleich. Oder nicht? Zurück hier bei Haus an Haus Nummer zwei. Wir zwei waren ja, ähm, beim letzten Haus an Haus. Ja. Auf der anderen Seite. Ja, im Haus. Im Haus. Und es war, ähm, für mich eine traumatische, ein traumatisches Event. Ja. Was vielleicht auch der Grund ist, warum wir diesmal nicht da sitzen. Ja. Ich hab mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Was war denn so traumatisch da bei dir? Also es war einfach, damals wurde es, ich möchte mal sagen, vielleicht ein bisschen anders kommuniziert, wie das Spiel, also wie das Event wird versus wie es dann wirklich war. Also mir wurde da irgendwas gesagt von, naja, jeder hat einen Schlafraum, wo er sich jederzeit hinlegen kann und schlafen kann und, ähm, dann gab es keinen Schlafraum. Das stimmt. Und, ähm, es wurde auch so gedreht, dass wenn man schläft, dann lässt man sein Team im Stich und, ähm, ich wusste nicht, dass es kein Essen gibt und so weiter und so fort. Ja. Also es war schon eine ziemliche, auch durch die Strafen, die dann dazukamen, ähm, war schon eine ziemliche psychische Belastung. Ja, das darfst du nicht unterschätzen und das ist ja auch immer das, was die Leute bei sowas wie Big Brother oder so vor den Fernseher zieht, dass die Leute einfach unter Strom sind oder bei, bei im Dschungelcamp nach einer gewissen Zeit und bei uns ist das schon nach fünf Minuten. Exakt. Da sind wir einfach sehr gestresst und einfach auch nicht mehr wirklich, eigentlich, ja, handelbar und dann kommt dazu dieser Druck, der, die Tatsache, die Tatsache, dass wir nichts zu essen haben plus kein Schlaf und dann kommt's natürlich zu äußerst interessanten Situationen. Nicht alle hat man gesehen beim letzten Mal, ich denke, vielleicht hat man die eine oder andere gesehen, aber ich erinnere mich noch, dass ich auch sehr gestresst war am Ende und du auch, ja. Ja, ja, es war, äh, es sind auch hinter den Kulissen ordentlich die Fetzen geflogen, das kann man schon so sagen, aber es war natürlich dann auch, wenn du dann eh schon am Anschlag bist und dann auch noch in den Disziplinen ständig verlierst und dann kriegst du auch noch die, weißt du, dann hast du, da kam ja wirklich alles zusammen, dann hast du da den jubelnden Marco Giesel und den jubelnden Simon, ja, und dann klauen die dir noch deine Sitzgelegenheit, die du dir mühsam erkämpfst mit den wenigen Siegen, also am Ende stehst du da und du möchtest wirklich die Leute würgen. Das stimmt, ich hab mich irgendwann verzogen, erinnere ich mich, ähm, ab mir meinen wohlverdienten Schlaf hatte ich das Gefühl, dass der wohlverdient war zumindest, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich überhaupt was gewonnen hatte, aber ich hab bestimmt verdient, den hatte ich mir genommen und genau dann kam das Essen, weiß ich noch, und ich bin dann hungrig aufgewacht und dachte, hoffentlich kommt gleich das Essen und dann war da, da hab ich Haltung, weck ich ihn und du warst so müde, du warst ja wirklich schon, standst ja schon komplett neben dir und ich wusste, wenn wir den jetzt, da hattest du glaube ich gerade mal zwei, drei Stunden geschlafen, also wirklich in der Phase, wo man nicht geweckt werden möchte, ja, und, ähm, oder was machen wir, wenn du jetzt ausschläfst und kommst und du hast das Essen verpasst, das war so wirklich, wer sagt sie, wer sagt sie. Das ist aber, ich trau mich nicht, dich zu wecken, du traust dich nicht, mich zu wecken. Und beides begründet, wir haben die Situation schon gesehen, was passiert, wenn, und die sieht man nur einmal. Und, naja, vielleicht sieht man sie auch ein zweites Mal, nämlich heute, beziehungsweise morgen, denn wir haben ja, wenn wir mal einen Blick auf die Punktetafel werfen, noch einiges vor uns, ja, wir sehen hier, es steht gerade mal zwölf zu drei und wir haben hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn Spiele, neunzehn Disziplinen, die auf die Kandidaten noch warten, also, das wird auch noch an deren Nerven ziehen und mit fortschreitender Nacht, beziehungsweise morgen werden dann auch irgendwann die Kräfte schwinden und da bin ich dann mal gespannt, ob auch so gut gelaunte Leute wie ein Mantel oder wie ein Krogi, das ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Experiment, kriegt man hier mal eine andere Seite von Krogi zu sehen? Ja, Jekyll, Hyde, wer weiß es, ähm, keiner und ich bin wirklich auch gespannt, mit fortschreitender Zeit wird diese Sendung einfach nur interessanter, weil irgendwann werden mir irgendwelche Birnen durchknallen und ich hoffe, es gibt keine Prügeleien, aber vielleicht wenigstens ein bisschen gereibe, noch sind mir die Teams ein bisschen zu, wie sagt man, freundlich, da wird sich geholfen, da wird, da werden Tipps gegeben, das kann ich nicht ganz nachvollziehen und hätte ich anders erwartet, aber ich denke, das wird noch umschlagen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wir schauen jetzt erstmal in die Spiele, Mats Splitgate, haben wir ja schon gesagt, aber was ist das überhaupt? Okay, das sind die Regeln, das ist so eine sehr schöne Grafik, die da kurz durchs Bild geflogen ist, haben wir auch noch eine Mats? Die kommt bestimmt gleich, aber wer die Regeln in der kurzen Zeit nicht sehen konnte, es wird ein Best of Five, das heißt, wer drei gewinnt, hat gewonnen, relativ straightforward und das Spiel, wer es nicht kennt, kann es sich hier nochmal angucken. Splitgate ist ein tempogeladener Multiplayer-Shooter, der das Genre mit einer schlauen Portal-Mechanik auf den Kopf stellen will. Wenn ihr Halo und Portal kennt, stellt euch einfach vor, dass die beiden ein schnuckeliges Ballerbaby gezeugt hätten. Das Ganze mag in seinen Einzelteilen nicht wie eine originelle Offenbarung klingen, in der Summe ist Splitgate aber eine der interessantesten Shooter der letzten Jahre. Ja, sehr interessant und wenn wir da mal auf die Besetzung gucken, wer jetzt hier gegeneinander spielt, im Team Rocket Beans, nämlich Simon, Chiara und Krogi und sie treffen auf Leon, Matteo und Shorty und da ist es für mich unglaublich schwer vorauszusagen, wer jetzt hier die Favoritenrolle einnimmt, denn Simon hat Splitgate auf jeden Fall schon gespielt, ist in Halo-Multiplayer durchaus versiert und das Spiel hat sehr starke Anleihen und Ähnlichkeiten. Chiara in Ego-Shootern immer stark und Krogi und dann auf der anderen Seite haben wir Bonjoa natürlich mit dem super ehrgeizigen Mantel, mit Edo und natürlich mit Leon, der Global Elite Play, nee, mit Shorty, nicht Edo, sorry, mit Shorty und mit Leon, der glaube ich in jedem Spiel Global Elite ist. Ja, da sehen wir sie nochmal als Team, aber wir sehen gleich nochmal die Regeln, da scheint es vielleicht noch die eine oder andere Nuance zu geben und dann gehen wir da nochmal drauf ein. Es werden auf jeden Fall verschiedene Disziplinen, glaube ich, gespielt, so wurde es gesagt und ja, die werden hier jeden Moment, ah, da sind sie ja, nee, doch, ist genau das, was ich gerade sagte, gewinnt in einem Best of Five. Genau. Gibt's da noch Fragen? Ja, ich hab hier was am, Moment, ich sitz was, könnt ihr mich mal zeigen? Hallo? Ja, Krogi, wir können uns dich vorstellen, bestimmt sehen wir dich auch gleich. Ja, das wär schön. Was möchtest du? Das ist mein Problem hier, ich sitz gerade, das ist super unangenehm, ich sitz gerade auf so einer, aua, 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 ich sitz gerade auf so einer Karte. Die tun wir die weg, du die mal weg. Wir spielen hier hauptsächlich die erste Aktionskarte von diesem Event und das war die Karte Hitman. Das Gegnerteam darf einen bestimmten Spieler in der folgenden Runde nicht einsetzen, nicht bei vier Spielmöglichkeiten. Da bin ich ja mal gespannt, wen ihr jetzt rausschmeißt. Also, komm, zoom mal, ja, ja, ganz genau, das ist er, das ist er, das ist er, rausgegeben, oder, 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 oder. Wenn ihr so viel Angst habt, geh ich halt. Interessante Entscheidung, darf denn jetzt beim Team Bonjoa jemand anders den Platz annehmen oder müssen die jetzt zwei gegen drei spielen? Wir haben einen Lappen. Ja, Edo, komm. Hey, zeig mir die Kamera, wir haben einen Lappen. Edo, komm, hol mal ran hier. Edo, redakt mir ein bisschen. Ich geh mal davon aus, dass getauscht wird, das sieht doch so aus, da kommt schon der Edo. Nee, Edo, du machst das, ohne Scheiß. Das ist die meisten Kids machen. Nein, nein, ihr macht alle, wir machen es gemeinsam. Interessant, ich bin mir nicht sicher. Wir sind ja noch sehr früh in diesem Wettbewerb und das ist eine sehr starke Karte, die jetzt für eine Runde verwendet wird, die ja nur fünf Punkte gibt. Du hast recht, aber auf der anderen Seite kann diese Karte ja auch verloren gehen. Die kann dann das Team übergehen durch das Glücksrad und vielleicht ist ja jetzt in dieser Runde später das Glücksrad angesagt und dann vielleicht ist es dann im Nachhinein doch klug gewesen. Ist schwierig zu sagen, aber du magst recht haben. Genau, und damit sprichst du es auch schon an, den Community Battle und den losen wir jetzt aus. Diesmal darfst du wieder ziehen, ich ziehe hier eh immer nur Schiffe versenken, also mal gucken, was es jetzt wird. Alles klar, wir haben. Was ist es? Battle. Klick. Klick Battle. Okay, die nächste Community Disziplin ist Klick Battle. Ihr könnt mitmachen, meldet euch an bei Rocket Beans TV, klickt auf das Joystick Symbol unten unter dem Video und kämpft für euer Team. Es geht jetzt um ein Glücksrad, wie du es eben gesagt hast. Ja genau, ein Glücksrad, da wird dann gedreht und da wird dann entschieden, was es für das Team gibt. Das kann äußerst mächtig sein und es kann auch genau zu dem kommen, was ich gerade meinte, dass eine Karte vielleicht den Besitzer wechselt. So sieht's aus, dann bleibt uns jetzt nur noch kurz das jeweilige Team zu fragen, seid ihr soweit? Team Bonjoa. Team Shot ist mega wichtig, also nicht alleine rumrennen und sterben, sondern... Ich höre hier schon wieder Mental Abluch mit Taktieren. Team Bonjoa, seid ihr bereit? Ja. Nein, ja. Okay, ich drück starten. Team Rocket Beans, seid ihr bereit? Ja, ja, wir haben schon mit Starten rückt. Wir haben schon... Okay, dann geht es jetzt los mit Runde... Fünf... Können wir mal von dem, äh... Sechs, sechs. Sieben? Okay. Welche Einer? Okay. Einmal hier oben, hier oben, hier oben, hier oben, genau, und am Rest hier am Rand. Komm mal mit mir mit. Komm mal bitte mit mir mit. Die MP kann genommen werden, die ist ganz gut. Wir haben ein Shift-Shift-Kit. So, los geht's, Splitgate, relativ neu. Shooter mit Klo-Portel-Mechaniken. Renn weg. Ja, ging nicht. Okay, Spawn erst mal bei mir. Also, das ist jetzt, glaub ich, hier ganz normaler, was ist das? Deathmatch Modus, Team Deathmatch Modus, wie's aussieht. Team Deathmatch wird gespielt, ganz genau. Lauf dir mal zu Team-Mates. Also, Blau gegen Rot. Ich, äh, würde mal sagen, ist Rot jetzt Team Rocket Beans wieder. Ich hab nichts vom Game, mein Game ist viel zu leise. Okay, und Team Blau ist Bonjoa, also eine 3-0, 4-0-Führung jetzt hier. Für Rocket Beans 5-0 sogar schon. Ich hab kein Game-Sound. No! Könnte ich mal ein Game-Sound lauter machen, oder? Ich höre... Kannst du auch mal... An dem Mesh-Bolt, an dem Mesh-Bolt. Game-Sound. Wo Game ist? Ja, einfach auch drin. Geht das? Ach, da oben auf der Lepse ich das. Ja? Ja, jetzt lauter. Okay. Ja, jetzt lauter. Deshalb fragen wir die Mannschaften immer, ob sie ready sind. Ich hab einen Doppel-Jump. Okay, die sind hier, die sind hier. Schön, wie sie zusammenbleiben da bei Bonjoa. Das sieht sehr professionell aus. Als hätten sie schon mal Videospiele gespielt. Die zweite, das ist eine vollautomatische. Und das ist ein Portal. Ihr könnt Granaten werfen. Das hab ich nicht gemappt hier. Ich hab's zugemacht. Sehr gut. Du bist ja auch alter Quake-Profi. Ja. Wahrscheinlich für dich ein bisschen zu langsam, oder? Das Spielchen? Aber ich muss sagen, das hat direkt mein Interesse geweckt. Also, ähm... Ja, es ist natürlich langsamer als Quake, aber... Nein, nein, nein. Schieß, schieß, schieß. Halo hat mir auch Spaß gemacht im Multiplayer-Modus. Also, ich mag diese Arena-Shooter. Oh, ich hab jetzt noch nicht so viele unterschiedliche Waffen gesehen. Kann ich mich high-end? Shit, ich bin... Okay. Aber hier ist schon eine deutliche Führung jetzt für Team Rocket Beans. Ja, das hatten wir bei Trap-Notes aber auch. Ja, das stimmt. Bon Joa sind immer so ein bisschen... Ähm... Brauchen immer ein bisschen Anlaufzeit, ne? Ja. Das ist im Grunde ähnlich wie bei F-Zero, wo das beste Auto langsam vom Start wegkommt, aber am Ende am meisten V-Max hat. Gib denen keine Kills. Wo seid ihr? Aber jetzt hier Double-Kill von Matteo. Das mit den Portalen finde ich natürlich auch super interessant. Das kann man natürlich auch sehr taktisch benutzen. Ich weiß noch gar nicht, bei Splitgate wird es wahrscheinlich auch Items geben. Oder gibt es Schilde oder solche Sachen? Also, taktische Positionen, die man dann eben einnehmen sollte, um die Items zu bekommen. Für jeden Kampfgewerbe ja dran vorbeilaufen. Ich nehm noch die Snider. Geh ich stark von aus. Aber wie die Zuschauer wahrscheinlich schon gemerkt haben, sind wir jetzt nicht die Splitgate. Prost! Ja, ich hab's wirklich auch... Ich glaub, ich hab's einmal irgendwo bei einem Beanstalk oder so vor langer Zeit mal gespielt, aber hier diese Version auf jeden Fall auch noch nicht. Boah! Krasser Portal-Move. Wo seid ihr? Fuck, wo seid ihr? Scheiße, ich bin down. Ja. Habt ihr mein Hotel gesehen? Ja. Okay. Ich komm gleich zu euch. Okay, wir sind wieder zusammen. Ja, cool. Ich hol das Stummelbein. Ist ja natürlich ne gute Aktionskarte, wenn man mich in diesem Spiel einwechseln könnte. Meinst du, ja? Ja. Kann ich ja jetzt einfach behaupten. Ich muss ja das überhaupt nicht beweisen. Horns. Jawoll, er ist weg. Noch einer, noch einer. Bin ja weak, seid zurück, bin ja weak, seid zurück. Er ist fast weg. Ich bin weak, ich bin weak. Erstmal ruhig, ruhig, ruhig. Das ist halt hier schon mal ein fundamentaler Unterschied zu Quake, beziehungsweise eine Parallele zu Halo, ist natürlich, dass hier das Schild sich von alleine, der Schild, Entschuldigung, sich von alleine, jetzt werd ich in diesem Leben nicht mehr lernen. Das ist einfach. Es ist echt so falsch abgespeichert, dass der Schild sich hier von alleine regeneriert, also... Ja. Scheiße, warum hat er uns? Eieieiei. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Vorteil werd ich. Ich würd dich eher vielleicht als Debuff ins Gegnerteam einwechseln ins Spiel, muss ich ehrlich sagen. What? Du bist zwar ganz gut im Spiel... Jaaa! Oh, da tust du mir aber unrecht, Dennis. Du hast mich jetzt schon gedisst bei Bloodwurm, jetzt siehst du mich hier bei so einem Ego-Shooter. Du lässt nicht viel gute Haare an. Ich merk das schon, ich weiß nicht warum. Was ich nicht so mag, das mochte ich auch bei Halo nicht, sind diese langsamen Mars-Sprünge oder Mond-Sprünge. Also wo du ja so wirklich ganz langsam, ja genau, Low-Graph-Sprünge... Linke Seite, die geht durch den Portal gleich durch. Einer steckt los rechts. Hat minus 13 Schaden. Ah, okay. Vor mir war einer, glaub ich. Aber kann man auch durch die Portale durchschießen? Ist das kaputt? Oh mein Gott, was ist das hier? Aber seltsamerweise nicht durchsehen, ne? Ja. Über euch, über euch. Wer ist Bonja rein? Oh doch, da geht's. Oh mein Gott. Dann war das andere Portal auf der anderen Seite irgendwie noch nicht gefeuert oder so. Ah, das kann gut sein. Wahrscheinlich hast du komplett recht, ja. 20-9, also immer noch ne Führung für Rocket Beans. Aber Bonja kann hier die Lücke vielleicht ein bisschen schließen. 20-10. Match vorbei. Hab ich gar nicht auf die Zeit geachtet. Erster Sieg für Rocket Beans. Hier sehen wir noch mal... Genau, das heißt, wenn Rocket Beans drei Siege hat, ist diese Disziplin gewonnen. Das gleiche gilt natürlich auch für Bonja. Wir zerfasern immer mehr aus. Aber den ersten... RBTV2 ist hier... Okay, Achtung, wir müssen irgendwelche Settings umstellen, ich weiß nicht. Aha, da sind wir wohl zu gut, ne? Am besten. Tja. Ich weiß nicht, wer war RBTV2? Können wir bitte nerfen? Ja, ich glaub, jetzt werden noch leichte Einstellungen vorgenommen. Chiara war hier die beste Spielerin. So, Community-Battle steht jetzt erst mal an. Ja. Da können wir ja vielleicht auch einmal reinschauen, denn wie wir ja schon gemerkt haben, wird's heute ein kleines Glücksrad geben. Klick-Battle sehen wir hier nämlich gerade. Klick-Battle. Genauso machen wir das noch mal. Und da sieht man hier Team Rocket Beans, Swing Team Bonjoa in die Knie. Das sieht gut aus. Ich kenn die Maps, also ich kenn nicht alle Maps, aber die kannte ich auch. Also versucht einfach... Die kenn ich, die ist gut, ja. Ja, cool, dann... Aber da... Ja, okay. Aber Internet Headshot ist nicht One-Shot. Nein, nein, nein. Ähm... Ach so, genau, nee, nee. Man hat 100 HP. Und, ähm, ich glaub, ein Headshot... Was? Auf Headshot gehen wir nicht auf Headshot gehen. Könnt ich jetzt starten drücken oder rum geht's? Nein, also ein Headshot killt nicht sofort, sondern man macht nur mehr damage. Ja? Okay, Leute, ich drück auf Start, ja? Äh, okay. Ja? Ja? Okay, es geht weiter mit Runde zwei. Wir blicken den Community-Battle wieder aus. Wir müssen den Turm, der ist hier direkt vor uns, wir müssen hoch. Hier den da. Ich weiß nicht, wo der jetzt bei dir ist. Ah, wir sind getrennt voneinander. Aber du bist auch in der Nähe des Turms gespawnt. Hier oben ist nämlich... Ich bin bei euch. Ja, alles gut. Hier oben ist der Sniper. Die hol ich mir. Boah! Mit Ansage! Chiara! Mein Gott! Ja, okay. Nehmt am besten eine Reinsinschusswaffe. Passt auf, dass da keine... Offen gesagt nicht da hoch, aber ich... Oh, Rocket Beans ist orange, hör ich grade. Beim Click Battle, natürlich. Jetzt sind sie orange, eben waren sie rot. Ich versuch's. Achtung da unten? Ah, so, okay, jetzt versteh ich. Und links? Ihr müsst auch aufpassen, manchmal machen die hier nach oben ein Portal, ne? Die können hier einfach zu uns rüber. Wie lange bleibt das jetzt eingeblendet, liebe Regie? Das wird sich wahrscheinlich aufgehängt haben, sobald das wieder funktioniert. Wird das garantiert ausgeblendet. Hab ich. Oh! Okay. Sponja gewinnt das Community-Battle. Aber wie schick die Steine aussehen! Guck mal! Wir kommen zu dir, wir kommen zu dir, alles gut. Ich lauf euch entgegen. Auf der Brücke oben ist ne Railgun, wenn jemand wehen möchte. Oh ja, ich hätt gern ne Railgun. Hast du keine zu Hause? Ich hätt so gern eine. Weißt du, es kam damals der Film raus hier, Eraser mit Arnold Schwarzenegger. Da hatte der ne Railgun. Das war so das erste Mal, dass ich auch ne Railgun kennengelernt hab. Von Arnold. Oder? Ja. Da haben sie direkt die Idee genommen aus Quake 2 und in den Film eingebaut. Folgt mir einfach weiterhin. Quake 2 war das erste Spiel mit Railgun. Ja, hier sind Gegner. Ja, hast recht. Also, kanntest du sie schon vor Eraser? Ich kannte sie vor dem Eraser, ja. Ja. Ich musste wegrennen. Ich musste ja nen Sniper auch snacken grade. Waren eben schöner zusammen. Waren eben schöner zusammen. Okay, dann lass einfach Nahkampf zusammenlaufen. Ich hab halt die Sniper, deswegen müsste ich eigentlich oben bleiben. Aber wenn ihr die Map nicht kennt, dann lass das zusammen. Chiara nimmt da so ein bisschen das Heft in die Hand, was auch gut ist. Man braucht nen guten Handführer. Und Chiara scheint wirklich da gar nicht schlecht drin zu sein. Hat Erfahrung. Auf was schießt du? Über uns. Über uns am Turm. Oh, Chiara da am Einzelkampf. Schade, ich bin down. 7 zu 5. Da holt Team Bonjois wieder ein bisschen auf. Immer 7 zu 6. Erbiete vor 3. Jetzt ist schon deutlich knapper, ne? Also das ist genau das, was wir gesagt haben. Die Lernkurve von Bonjois. Die ist so scharf, die würde selbst Sebastian Vettel nicht nehmen können. Tot. Wir müssen... Gehnecken, gehnecken, gehnecken. Ich krieg das nicht. Einen hab ich. Uuuuh. Schön. Genau. Bleibt, bleibt. Jetzt hat er da oben. Ich weiß nicht wie ich, aber es ist uns sammeln. Genau. Ich krieg jetzt? Nee, ich bin nicht. Oh fuck, ich bin fast runtergefallen. Und wo? Unten? War das unten? Wo war das? Nee, ach. Hä? Oben bitte, oben bitte. Ach, Portal, ich hab Portal benutzt. Diese Portalmechanik verstehe ich nicht. Ja. Krass. Warte mal, ich muss doch hoch. Einer down, ich bin aber auch down. Ich muss sagen, ich krieg richtig Bock auf dieses Spiel gerade. Es versucht, am Leben zu bleiben und auch Positionswechsel zu machen. Irgendwie, das finde ich nicht. Ja, bis du zwei, dreimal hintereinander down gehst, dann wird's immer schwierig, finde ich. Ja, das stimmt natürlich. Oben, oben auf der Brücke, hinter die Bonshaut rein. Bock aufs Spiel, kurz online ne Partie machen, nie wieder spielen. Der Klassiker. Ja, fuck das Game. Sich von 13-Jährigen beschimpfen lassen. Im Matchmaking. Ich bin tot. Oh, gegen drei gegen eins. Da geht Matteo auch down. Oh, in der Mitte, in der Mitte. Oh, genau. Durchs Portal, da ganz, ganz sneaky. Die gute Shorty. Oh, er ist direkt hinter mir. Rocket Beans wieder in Führung. Jetzt hier 13 zu 9. Versucht am Leben zu bleiben und versucht aus der Schussbahn rauszugehen. Mitte. Eine Minute 30 nur noch. Eine Minute 25 sogar. In der Nähe von Bond war eins. Weise Worte da gerade. Oh, von hinten geslappt. Ja, sehr gut. 14-9. Ist das hier schon die Vorentscheidung? Nee, kann's ja gar nicht sein. Wir spielen ja Best of Five. Ja, aber wenn das nach Hause geholt wird, sind wir schon ziemlich dicht dran. Ja. Einer down. Oh, Rocket Beans kommt von hinten. Da muss ich weg, da muss ich weg. Edo, Edo versuch wegzukommen. Oh Mann. Okay, komm, lass uns jetzt mal richtig... Ja, nochmal zusammen, zusammen. 50 Sekunden. Bleiben, Bonjwa hier noch 6 Fracks aufzuholen. Team Rocket Beans kann jetzt hier natürlich defensiv spielen, muss sich gar nicht mehr zeigen. Ist gar kein Grund jetzt hier in die Offensive zu gehen eigentlich. Aber jetzt nur noch die 5-Frag-Führung und nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Da sieht man ja, wo einer ist. Okay, ich bin auch bei euch. Genau, lass erst mal hier gucken. Erst mal Intel holen. Genau gegenüber von uns sind sie. Genau gegenüber. Ich bin down, ich bin down. Oh, schade. 14, 18. Ein Bonjwa 1, haben wir fast. Der Vorsprung schmilzt aber nur noch 15 Sekunden. Bonjwa muss jetzt offensiv spielen. Auflagen und kein Risiko eingehen, okay? Genau, genau. Zehn. Hogi kommt wieder zurück, genau. Und Hogi um die Ecke noch. Es ist Kiff. Wichtiger Frack. Ich muss den Portal nur schnell abhauen. Auch diese Runde geht an Team Rocket Beans. Ich sollte vielleicht was anderes spielen. Moment. Stop it, stop it. Stop it. Ja, die Überheblichkeit wird etwas ausgebaut. Ja, und man sieht jetzt auch schon in den Gesichtern von Bonjwa. Stop it. Das zielen die automatisch wegen der Höhe und so. Das gefällt ihnen nicht. Ob der Portal hinter einem wird? Ja, ja, ja. Leute, ich hab 7 kills. Was hättet ihr das gedacht? Hättet ihr das gedacht? Hättet ihr das gedacht? Ja, genau. Nein, Krogi. Das hätten wir nicht gedacht. Das hätten wir nicht gedacht, Krogi. Das hätten wir nicht gedacht, Krogi. Wir können die gar nicht setzen. Hätten wir nicht gedacht. Nein. Niemals. Kann gar nicht denken. Ähm, ja. Es ist ein Best of Five. Das heißt, jetzt kommt eine Matchballrunde. Ganz genau. Zwei sind schon für Rocket Beans auf dem Punktezettel vermerkt. Eine noch. Nächste Runde übrigens Dominion. Das kennen wir alle. Das ist die Runde, wo man wahrscheinlich ein Gebiet halten muss. Vielleicht. Ja. Das ist vollkommen richtig, Dennis Richtarski. Danke. Du bist Dominion-Profi. Ja. Und ich hab das eigentlich nur ... Domination gab's früher bei Unreal Tournament. Mhm. Das war jetzt kein besonders weitersprung von da nach da zu denken. Aber ansonsten kennen wir sie auch aus Star Trek, das Dominion. Aber ich glaub, damit hat das nichts zu tun, oder? Wir fragen mal die Teams, ob sie soweit sind. Bitte startet noch nicht das Spiel, bevor wir euch das Go geben. Als wir sind auf einer Map. Und da sind drei Bereiche ... Liebe Teams, hört ihr uns? Hallo. Hallo. Hört ihr uns? Ganz kurz? Bitte nicht das Spiel starten, bevor wir das Go geben. Wir würden gerne auch ready sein dafür. Weil sonst hat's Chiara so schnell beendet, ne? Das kann durchaus sein. Ist der Vorsprung schon zu groß nach 30 Sekunden. Genau. Seid ihr denn soweit? Wir wollen ein kurzer Spiel unter uns erklären. Wir spielen einen anderen Modus. Ich hab keinen Plan. Und für alle wär's, glaub ich, ganz gut, wenn wir wissen, was ... Ja, dann mach doch mal, wir hören auch gern zu. Also, auf dieser Map haben wir drei Punkte. Ihr müsst die einnehmen und wir müssen die natürlich auch einnehmen. A, B und C. Und ja, wenn wir die eingenommen haben, kriegen wir da vier Punkte. Je mehr Hails natürlich angenommen wurden, desto mehr Punkte kriegt man dann auch. Und euer Ziel ist halt auch, so viele Hails wie möglich, solange wie möglich einzunehmen. Kriegt man nur Punkte, wenn man auch da ist? Oder reicht das eigentlich? Nee, nee, einfach nur einnehmen, damit es ... Du siehst, wenn's voll aufgeladen ist, und dann kannst du dich verteilen. Und wenn der Hügel contested ist und zwei Leute drin sind, dann gibt's, glaub ich, keine Punkte oder so. Ja, genau. Bis es entschieden ist, ja. Okay. Okay, ja, alles klar. Super, viel Erfolg. Ja, alles klar. Dann wartet bitte auf das Signal. Liebe Regie, seid ihr soweit? Stadium, okay. Oh. Okay, dann könnt ihr loslegen in drei, zwei, eins ... Also, ich würd euch empfehlen, dass ihr in die Hügel geht, und ich versuch, euch zu decken. In die Hügel? In die Hügel, ja. Aber soll jemand nicht zusammenbleiben? Oder gehen wir ... Lass uns mal zu dritt zusammen ein paar Punkte einnehmen. Ja. Ich geh schon mal vor zum nächsten. Ihr macht erst mal das erste Ding. Ah, ja. Da sieht man natürlich, dass Chiara hier schon Erfahrungen hat. Sie ist ja nicht nur eine sehr gute Ego-Shooter-Spielerin, sondern hat auch ein taktisches Verständnis. Ich hatte selbst schon das Vergnügen, mit ihr zusammen auch zum Beispiel Warzone zu spielen, und die Ansagen, die sie macht im Spiel und so. Das hat schon alles Hand und Fuß. Also taktisch sehr versiert in solchen Spielen. Ja, und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man so einen Spieler im Team hat. Nicht nur die ganzen Hotshots, die die Headshots machen, sondern auch eine Chiara, die alle Headshots im Griff hat. Die müssen, wir müssen es ab. Oh, ihr habt ein Portal gemacht, sehr gut. Shit. Sie sind hochgekommen. A lost. A lost. Da sieht man auch, mit welcher Seelenruhe sie hier die Fracks macht. Aber Fracks sind hier nicht das Entscheidende, sondern eben die gewissen Zonen zu halten. Wir sehen unten links die Ticks. Immer zwischen A und B wechseln. Shit, ich kann's nicht. Sorry. Es gibt drei Punkte A, B, C. Und wer am meisten Punkte eingenommen hat, bei dem tickt, ist natürlich schneller nach oben. C wird eingenommen. Geh woanders hin, Chiara. Ja, wenn ihr zu zweit da drin seid, dann geht das nicht mehr schneller. Na, ich bin alleine da drin. C ist eingenommen. Geh woanders hin. Jetzt zum Beispiel klar zu sehen, das blaue Team hat B und C und dementsprechend doppelt so schnell. Am Punkt. Wir können auch einfach von Hügel zu Hügel rotieren, die ganze Zeit. Scheiße. Das ist ein Vorteil für uns. Okay. Alles gut. Okay, weiter. Okay, rot ist unten. Ich mach A. Ist ja auch ein Modus, den man im Prinzip von Battlefield zum Beispiel kennt. Von anderen Spielen immer ärgerlich, wenn Leute dann nicht sich um die Missionsziele kümmern, sondern eigene Ziele verfolgen. Ja, deswegen ist das auch ein Teamspiel. Und wenn du da alleine spielst, bist du natürlich im Nachteil. Aber es sieht so aus, als würden hier alle zusammenspielen. Nur gerade ein bisschen. Die pushen mich. Ah ne, Rocket Beans führt grad wieder. Ja, ja, das ging richtig schnell. Ich hab's auch gar nicht mitbekommen und war sogar ne richtig gute Führung. Ja, wenn du alle drei Punkte hast, dann geht's natürlich richtig flott. Äh, okay. Aber es ist eigentlich fast unmöglich, alle drei Punkte gleichzeitig zu halten. Wir sind hinter mir, hinter mir. Genau, ich versuch den Topfügel zu holen. 203 zu 140. Aber in dem Moment, wo ich's vorlese, ist es schon veraltet. Ich komm mit dazu. Mach ich die Portale kaputt? Äh, mit Granate, geh. Mit ist runtergesprungen. Geh, geh drauf. So, wir haben A. Wir müssen weiter routieren. Jetzt versuchen wir, äh, lass uns mit nach oben kommen. Ich hab meine, meine Tasse. Shit, jetzt kommen wir nicht hin. Shit, wie komm ich hoch? Wie komm ich hoch? Jetzt schon eine wirklich, ja, veritable Führung hier für Team Rocket Beans. 262. Sie halten die ganze Zeit zwei Punkte. Ich versuch B zu holen. Oben in der Mitte ist B einer. Ja, da scheint Chiara eine gute Taktik auserkoren zu haben. Und das Team setzt sie gut um. Guter Refrag jetzt hier auch von Chiara gegen Mantle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine maximale Punktzahl erreicht werden muss oder ob die Zeit, die da drüber havert, den Ausschlag gibt am Ende? Das weiß ich leider auch nicht. Vielleicht kann die Regie da... Wir werden es sehen. Es ist nämlich vorbei. Genau wie du es gesagt hast, wer zuerst von 300 Tickets hat. Genau das habe ich gesagt. Das ist das Team Rocket Beans. Setz dich jetzt in Splitgate 3 zu 0 durch. Highlands Light. Das ist aber eine Packung. Das ist wirklich eine Packung. Und da muss man natürlich dann auch mal die Frage stellen, warum? Ich habe da eine Antwort drauf. Ja, das würde ich gerne hören. Die Antwort lautet, Gunnar war weg, Chiara war auf einmal da. Das ist die Antwort. Also Chiara hat einfach krass dominiert. Das hat geholfen. Also ich denke, wenn Leo noch bei uns im Team gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar knapp geworden. Aber so ist Chiara halt saustark in dem Splitgate. Muss man also sagen. Dankeschön. Ja, war gut gespielt. War verdienter Sieg. Gut gemacht. Das stimmt. Da kam Gunnars Krankheit zur Unzeit. Ja, das stimmt. Wobei, ich weiß, dass Gunnar in Shootern auch sehr, sehr gut ist. Also da ... Wirklich? Ja, in Shootern ist Gunnar besonders gut. Der kann sehr, sehr gut Halo. Und das ist sehr Halo-like. Hat Chiara gerade gesagt, Chiara gut? Nein. Auf einer Skala von gut und Chiara gut ist er da. Wow. Ah, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das ist nur an einem One-on-one zu klären. Die Bescheidenheitsskala, die ist auch von hier bis Chiara. Gute Besserung an Gunnar, musst du mal sagen. Ja, gute Besserung an Gunnar. Das ist auch eine Scheiße, das kommt zu kurzem. Ja, gute Besserung, Gunnar. Ja. Das muss man an der Stelle sagen. Genau, der hatte keinen Bock. Der wäre wirklich sehr gerne hier dabei gewesen. Aber man muss sagen, das war ein guter, ein kluger Schachzug, hier auch die Aktionskarte Hitman zu spielen. Denn Leon hätte hier vielleicht auch, ähm, ja, zumindest Chiara-Niveau halten. Oder sogar vielleicht ... Ja. Ja, das könnte man nie genau erfahren, aber es hätte sein können. Es war tatsächlich ein relativ ... Also, es war doch ein klarer Sieg. Es war ein klarer Sieg. Es war ein klarer Sieg. Es war ein 3-0, keine Chance für Bonjoa. Und deshalb gucken wir jetzt auch mal aufs Scoreboard. Denn das sieht ja jetzt schon wieder ganz anders aus. Mit diesem Sieg ist der Abstand zur Bonjoa-Führung geschrumpft, nämlich auf drei Punkte. Neun Punkte für Team Rocket Beans und zwölf für Team Bonjoa. Und es bedeutet natürlich auch, dass wieder Credits vergeben werden. In dem Fall gibt es erst mal zehn Credits für Team Rocket Beans und fünf Credits für Team Bonjoa. Aber, wir haben es gesehen, den Klick-Battle der Community hat Team Bonjoa gewonnen. Mhm. Das ist sehr kompliziert. Ich lausche dir gerade zu. Das ist vollkommen recht. Das heißt, nochmal Punkte für Bonjoa. Das heißt, nochmal fünf Credits. Strong, strong. Krach, Glücksrad gibt es jetzt. Sorry. Ihr kriegt das Glücksrad. Sorry, sorry, sorry. Es ist aber auch wirklich kompliziert. Das Glücksrad wird nicht eingeblendet, höre ich gerade, weil keine Items im Besitz von Team Rocket Beans sind. Das ist eine spezielle Situation. Das heißt, der Sieg bringt Team Bonjoa nichts. Das ist ja sehr klug gespielt. Sehr kluge Taktik von Team Rocket Beans. Ja, das ist mega gut. Super. Der Sieg bringt uns so viel, dass ihr uns nichts klaut. Ja. Ja, immer noch. Na gut, so kann man das natürlich sehen. Ähm, dann die Frage erstmal an das Team Rocket Beans als Gewinner. Möchtet ihr etwas im Shop kaufen? Nein. Nee, oder? Immer noch nicht. Nö, wir sparen aufs Sofa. Ihr seid so knauserig. Habt ihr nicht genug fürs Sofa? Weil es könnte sein, dass ein anderes Team auch genug fürs Sofa hat. Brauchen wir nicht. Ja, aber wollen wir? Können wir noch warten? Haben wir genug fürs Sofa? Ey, wie viele Punkte haben wir? Ich hab eine Frage. Ja. Einmal ganz kurz leise sein, weil sonst hört die Regie immer so leise. Redet doch mal laut auf mein Ohr, bitte. Wir haben 35. Kaffeemaschine. Jetzt? Wollen wir Kaffee? Also, Bonjoa hat 35 und Rocket Beans hat 20 Punkte. Es reicht nicht fürs Sofa für keines der Teams. Wir haben was anderes. Wir können das so vornächst machen. Kroni und ich sind große Kaffeefans, deswegen würden wir beide gerne den Kaffee genießen, den Rocket Beans so geil gemahlen hat für uns. Sehr schön. Also, ihr möchtet 15 Credits ausgeben für Kaffee? Ja. Nicht schlecht. Eine gute Wahl. Davon habt ihr denn unendlich, ne? Das ist immer nicht schlecht. Koffein tot nach drei Stunden. Na, aber es ist wirklich eine gute Wahl. Wir nähern uns langsam der Nacht. Es wird schwerer, hier bei Sinnen zu bleiben. Also, das könnte ein weiterer Vorteil sein für das Team Rocket Beans. Kaffee soll es geben. 15 Credits werden euch abgezogen und Team Bonjoa spart weiter die Punkte. Genau. Der ist zwar leider kalt, aber das haben wir euch nicht gesagt. Kein Problem, oder? Echt, Lenz? Na, gucken wir mal. Egal. Egal ist das. Wir nehmen den. Gut, dann war's das jetzt mit Runde 6. Gleich erfahrt ihr das nächste Spiel für Runde 7. Ich glaube, kann ich die Teams wieder zurück in ihre respektiven Häuser schicken? Gut, dann bitte verlasst die Studios und geht wieder in eure Häuslichkeiten. Genau. Und für mich heißt es jetzt auch, ich geh auch nach Hause. Da hab ich auch Unlimited Kaffee und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, Unlimited Bett. Ja. Das wünsche ich dir. Viel Spaß drin. Es war ein Fest mit dir und ich hoffe, ich kann dich jetzt weiterhin gut vertreten. Du hast mich gut angeleitet. Es ist ein bisschen konfus, aber danke, Eddy. Steffen wird jetzt hier an meiner Platte kommen. Und ich komm aber, wenn es denn nicht bis dahin alles schon beendet ist, morgen dann zum Abschluss nochmal wieder für die letzten Disziplinen, wenn es bis dahin nicht schon entschieden Genau. Und wenn du nicht verpennst, weil du sagst es ja Unlimited Sleep. Und der kann lange dauern. So sieht's aus. Bis dann. Viel Spaß mit den weiteren Disziplinen. Tschüss. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer zu Haus an Haus 2 und herzlich willkommen an meiner Seite, wie gerade angekündigt, Steffen als neuer Caster und Kommentator. Ich freu mich, dass du da bist. Es ist eine sehr komplizierte Sendung. So viel ist schon mal gesagt. Ja, das hab ich schon mitbekommen. Ich hab schon ein bisschen was geguckt. Hab schon gesehen, wie sich die Teams bisher entwickelt haben. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr spannend. Aber jetzt kommen wir natürlich wieder zu ein paar Spielen, wo sich das Blatt wieder wenden kann. Punkte müssen verteilt werden. Es ist alles noch offen. Es bleibt spannend. Richtig. Wir kommen zu einem Spiel. Wir haben schon Bloodborne gesehen vor ein, zwei Stündchen. Da hab ich mich sehr gefreut. Das war ein kleines Highlight für mich. Jetzt kommt ein weiteres Highlight. Und ich würde sagen, vielleicht lassen wir die Bilder für sich sprechen. Zeigen wir, welches Spiel als nächstes kommt. Ach, wie schön. Uiuiui, da beehrt uns ja richtige Prominenz bei Haus an Haus. Guybrush Threepwood, der nach eigenen Aussagen mordsmäßig mächtige Pirat, verlangt unseren Teams bis in seinem zweiten Abenteuer Ungewohntes ab. In Monkey Island 2 LeChucks Revenge muss nämlich fleißig nachgedacht werden. Ob das gut geht? Schauen wir mal, wer die Rätsel auf dem Weg zum großen Schatz Big Hoop schneller lösen kann. Monkey Island 2. Das muss man aber noch im Kopf haben. Das ist für eine Weile her, oder? Absolut. Ein absoluter Klassiker. Ich frage mich ja tatsächlich, ob Team Rocket Beans da nicht einen kleinen Vorteil hat. Die sind ja, sag ich mal, so vom Aussehen her und ich glaube auch von dem, was ich so weiß, eher eine etwas ältere Altersklasse, die vielleicht Monkey Island auch noch gespielt haben in ihrer Jugend. Ich weiß nicht, ob es bei Team Bonge war, ist das glaube ich nicht so gewesen, oder? Was denkst du, Dennis? Ich wage das Alter der Teilnehmer nicht einzuschätzen, aber du magst Recht haben und wir können gerne mal auch reinschauen, um uns nochmal zu überzeugen, ob du Recht hast. An der Seite sehen wir jetzt auch schon mal ein bisschen die Spielregeln und zwar schließe Kapitel 1 erfolgreich ab. Und zwar muss man den Bildschirm Kapitel 2 sehen, damit, oh ja, da steht's ja auch, das Spiel endet, wenn der Kapitel 2-Screen erscheint und die leichtere Rätseloption darf nicht verwendet werden. Genau. Und der Chat ist aus, das wird uns auch gesagt, denn es wäre sonst viel zu einfach, sonst könntet ihr da draußen einfach den Kolleginnen hier vor Ort den Walkthrough quasi in den Chat spammen, das wollen wir nicht, deswegen machen wir den Chat jetzt mal aus für die Spielerinnen im Studio. Ja, das ist äußerst weise und klug, wir lernen dazu und schauen wir doch mal rein ins besagte Studio, denn da müssen ja jetzt die Spieler ausgewählt werden in dieser Speedrun-Kategorie. Ja? Ey, wir können auch zusammen ... Geil, ey, das ist richtig geil. Also, ich kann kurz mal erklären, der Krogi wird führen, weil du hast ... Ey, ich bin damit nur aufgewachsen, mein Bruder hat nichts anderes gespielt. Keine Chance. Und er hat ein Amiga 500 gehabt, hatte keine Safe-Games, er musste immer den Anfang spielen. Und ich weiß auf jeden Fall die Rätsel, ich weiß nicht die Reinfache, aber ich weiß safe aus Erinnerung, wie das früher lief. Amiga 500. Alter, wie kann denn das sein, dass man keine Safe-Games hat? Wie geht das denn? Kennst du noch das Programm, das hieß ... Das war so ein Copy-Programm. Ähm, das hat dann immer so Punkte gemacht, von einer Diskette zu anderen. Workbench. Ja, ja, ich kenne doch die Scheiße. Und da waren ein paar Fehler dabei. Ich kann's doch nicht mehr erzählen, ich war jung. Aber ich musste den Anfang sehen. Ja, und vor allen Dingen, Nasty kannst du auch noch. Ich hab's auch vor kurzem, vor einer Weile durchgespielt. Also, das kann nur gut laufen. Uh, das hört sich aber äußerst interessant an. Ich bin zuversichtlich für Team Rocket Beans, weil wir sagten ja, man muss das Spiel schon kennen, um diese Aufgabe zu lösen. Fraglich nur, wie sieht's bei Team Bonjour aus? Wollen wir da mal reinschauen? Ja. Ja, hi. Was ihr nicht wisst, also das ist natürlich jetzt Lucky, das wussten wir vorher nicht, aber Shorty ist Speedrunnerin in Monkey Island. Nein, nein. Also alle drei Teile gespeedrunnt und hält den aktuellen europäischen Rekord im Teil 2. Googelt mal. Das ist echt krass. Eieieiei, das verspricht auf jeden Fall eine sehr enge Kiste zu werden jetzt. Doch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr da wirklich so tief mit drin steckt. Okay, das wussten wir vorher nicht, das ist eine interessante Wendung des Ganzen. Eben war ich noch euphorisch für Team Rocket Beans und wir haben die Spiele natürlich festgelegt, bevor wir wussten, wer mitspielt. Das wussten wir tatsächlich nicht, aber das macht's spannend, denn sehr zuversichtliche Rocket Beans-Leute gegen die europäische Superspeedrunnerin in Monkey Island 2. Wer hätte das gedacht? Das ist das Gegenteil von spannend. Gar nicht spannend. Wie, ihr seid vier super motivierte Menschen gegen eine Europameisterin. Das ist doch ausgeglichen. Weltmeisterin! Europa, haben wir gerade gehört. Und Krogi, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dich als wirklicher Speedrunner zu etablieren. Also nutz einfach die Chance, pack sie am Schaub von und mach das einfach. Du musst dich so ein Brötchen aus dem Back auf holen, ey. Gut, also die Spieler scheinen festzustehen. Krogi für Team Rocket Beans und die gute Europa-Ständchen Shorty für Team Bonjour. Na, wirst du den Rekord jetzt noch ein bisschen verbessern, Shorty? Das ist ja auch nochmal möglich. Ja, ich werd's natürlich versuchen. Mal gucken. Ich mein, ist ja schade, dass die Hitman-Karte weg ist. Hm. Stimmt. Die Hitman-Karte wär nicht durchschluss gewesen. Hätte natürlich super gut gepasst, auf jeden Fall. Ja. Da habt ihr natürlich recht. Und da sehen wir jetzt ein langes Gesicht dabei. Ruck und krass. Ja, so sieht das Ganze aus. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch Karten in den Teams? Weil jetzt könnten rein theoretisch Karten ausgespielt werden, um das Blatt noch so ein bisschen zu wenden. Bonjour, ihr habt, glaub ich, noch eine Snooze-Karte, wenn ich mich recht erinnere. Aber die werden wir erst mal. Genau. Ja. Würde ich auch machen. Snooze für später aufheben. Dann gucken wir mal ganz kurz. Lieber Steffen, wir haben etwas, das nennt sich das Community-Battle. Ah. Das wird immer ausgelost. Und wenn du möchtest, kannst du diese Ära übernehmen. Ah, die Losfee wollte ich schon immer mal sein. Bitteschön. Hab früher mal Lotto geguckt als Kind, da war ich immer sehr stolz drauf. Oh, das war mega spannend. Wir hatten ja nix. Wir spielen mal wieder Schiffe versenken. Schiffe versenken! Das beste Spiel der Welt. Und zu Recht hier auch. Das kommt auch wieder rein, ne? Ja, du bitte. Nein, nein, nein. Was? Jetzt hab ich's mir reingepackt. Ist egal. Ihr werdet noch ein bisschen öfter Schiffe versenken heute Abend spielen. Mal gucken. Ja, wir spielen Community-Battles Schiffe versenken. Klickt dazu einfach auf den Joystick, kommt auf rbtv. Und da geht die ganze Schose ab. Und ich würd mal fragen ins Studio, wie's aussieht. Ihr guten Speedrunner, seid ihr denn bereit? Seid ihr auf Startposition und können wir loslegen? Oben in der Küche ist Xylit, wie's heißt. Ja. Hier wird noch irgendwas... Danke. Hier wird noch Zucker gedealt, Leute. Man könnte's nicht machen. Xylit, ist das giftig? Xylit, wer kennt's nicht? Ist das vielleicht ein illegales Aufrutschmittel? Ja, Lekstein. Da müssen wir den Notar, glaub ich, noch mal fragen, ob das legal ist. Entschuldigung. Entschuldigung, wir haben euch nicht gehört. Was habt ihr gesagt? Die Frage war, seid ihr bereit? Weltrekord incoming! Weltrekord incoming, nicht schlecht. Das ist die korrekte Ansage. Das ist genau das, was wir haben. Genau das wollen wir hören. Danke, Krogi. Gerne. Deinem Bruder zu allen Ehren. Er wird wahrscheinlich zugucken und zu Hause. Wie deine ganze Familie. Und mit Fiebern. Ey, ich drück jetzt drauf, ja? Ja, Sekunde, wir fragen noch mal ganz kurz beim anderen Team, der Fairness halber, ob die bereit sind. Wir haben noch eine Technikfrage. Wir haben noch eine Technikfrage. Wir haben noch eine Technikfrage. Ist der Paper-Glitch, also der Skip, ist erlaubt oder ist er verboten? Halt mal! Wir müssen es halt wissen. Muss davon Glitches benutzen oder nicht? Nein, ich würde der Fairness halber Glitches deaktivieren in den Regeln. Ja, mach mir noch mal. Mach mir noch mal. Du musst Glitches spielen. Mach noch mal. Willst du mich? Krogi, du kannst ja versuchen, mich zu schlagen. Ich wünsch dir viel Glück. Ich bin echt ein harter Brocken in deiner Karriere. Ich sag's dir. Ich werd's ja gleich sehen. Ich freu mich drauf, Krogi. Wir sind Piraten. Aber kurze Frage. Shorty, wie viel brauchst du denn an Zeit? Was schätzt du? So ganz grob. Was würdest du denn denken, wie lange ich brauche? 25 Minuten. Ohne Glitches, ne? Ohne Glitches. Natürlich. Natürlich. Zehn Minuten. 25. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Zehn! Lass dich überraschen. Okay, Krogi. Will ich mal sagen, sieben, wenn ich mich halt nicht anstrenge. Ei, ei, ei. Wir brauchen das nicht spielen, ohne Scheiß. Doch, wir werden das spielen. Wir machen das natürlich. Und vielleicht kann Shorty das Spiel einfach mal kurz durchspielen heute Abend. Wie wär's damit? Und nebenbei, das ist keine schlechte Idee, Steffen. Eine, zwei. Genau. Vielleicht gibt's ja Bonuspunkte Shorty, wenn du's schaffst, durchzuspielen, bevor Krogi Kapitel 1 abgeschlossen hat. Da überlegen wir uns noch mal was. I'm ready, I'm ready. Okay, wenn ihr ready seid. Okay. Wir sind auch ready. Dann würd ich sagen, lass uns loslegen. Auf die Plätze. Monkey Island 2. Wollen wir schlafen? So, wenn der Vorspann hier wahrscheinlich gleich weggeklickt wird. Wir starten jetzt auch direkt ins Community-Battle. Noch mal zur Erinnerung, wir spielen Schiffeversenken. Und wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch ja voran auf rockedbeans.tv. Und dann könnt ihr euch einem Team anschließen und unter dem Player befindet sich ein kleiner, wackelnder Joystick. Da einfach draufklicken. Und dann könnt ihr für euer Team noch ein paar Credits, Karten oder einen Dreh am Rad des Glückes erspielen. Also wir können's echt versuchen. Vielleicht sind die so demotiviert, dass sie einfach nicht gut spielen. In dieser Runde geht es um eine magische Aktionskarte, die viel bringen kann, wie wir schon festgestellt haben. Muss ja, aber jetzt können wir ja nachklicken. Tu das, wenn du irgendwie was wildes machst. Aber die haben uns ja voll geglaubt. Ja, die haben uns ja alles geglaubt. Wir haben ja vorher gesagt, dass Charlie Speedman da drin ist. Ja, wir haben wirklich einfach so den Samen schon heute Morgen gesät. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es werden wirklich auch ein bisschen ruhiger sein, da jetzt der Europameisterin einfach mal zuzuschauen. Und das hat man auch nicht alle Tage. Und natürlich Krogi. Aber tatsächlich haben wir gerade schon gehört, dass Shorty vielleicht war ja auch nur ein Bluff. Vielleicht ist sie gar nicht Europameisterin. Ja, das hatten wir schon häufiger, dass er geblufft wurde. Oder wir sagen einfach, wir haben getauscht. Krogi wird das machen. Krogi wird das machen. Aber das wäre mies, wenn du... Warst du mich skippen? Nee, kann man nicht. Enter oder so? Nee, hab ich schon versucht. Okay. War das. Okay, dann mach... Okay, ich glaube, sie ist nicht wirklich Speedrunnerin, sonst würde sie wahrscheinlich die Tastenbelegung besser kennen. Vielleicht hast du das Original gespielt und nicht das Remake. Kann sein. Du wüsstest nicht an, wie man läuft. Klickt man oder läuft man mit dem... Nee, mit WASD. Ach so, okay. Wenn das ja nicht einfach gelaufen ist. Das ist einfach so gelaufen. Wenn man klickt, läufst du mit irgendwas anklickst. Okay. Dann brauchst du aber nicht. Wofür brauchen Tastatur? Ich glaube zum Menü, also um durchs Menü durchzudenken. Ja, ich glaube mit... Wie heißt der? Okay. Okay. Nee, pass an. Oh Gott, das wird so fehlt. Was haben wir nur gemacht? Dafür können wir dann später nochmal die Wahrheit sagen. Und die werden uns nicht mehr glauben. Stimmt. Ey, wir sollten mal in einem Spiel, wo wir gut sind, bei Mario Party oder so, das sollten wir sagen, äh, haben wir noch nie gespielt. Oh, ist auch. Stimmt. Das weiß ich noch von früher. Man kann das alles abbrechen, ne? Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ich glaube halt... Drück mal Punkt. Ah ja. Äh... Sieben Minuten haben wir. Ist egal, ist eh. Ja. Oh, sehr gut, Simon. Oh, bist du schlau. Der Mann auf der Brücke heißt übrigens auch Shorty. Oder? Nee. Ist das nicht Lago? Er wurde gerade so genannt. Von... Richtig. Genau, sowas. Hast recht, Lago. Ja, okay. Nach ihm ist auch das Kapitel genannt, was wir spielen. Ja. Er haut ab. Also, ich weiß noch, wir müssen eine Voodoo-Puppe erstellen, damit der Boy von der Insel geht. Der Typ nämlich. Und den können wir nur mit einer Voodoo-Puppe wegnehmen. Richtig. Krogi weiß direkt, den Spaten kann man mitnehmen. Nicht ganz offensichtlich, aber packt einen da hin. Sehr gut. Und jetzt geht's. Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge wir am besten haben. Ja. Aber, wir können auf jeden Fall mal hier ins Fenster, das weiß ich noch. Stimmt. In die Küche oder so. Ja, in die Küche und da irgendwie was klauen. Ich mach einfach das, was mir gerade so einfällt, ja? Ey, bitte, mach. Guck mal, jetzt können wir das Messer nämlich nehmen. Und dann den Topfersperren eine Rasse, weißt du noch? Ja. So. Aber dann gebraucht noch riesen. Genau, irgendwie so ein Zeug. Ja, wie es aussieht, war das wahrscheinlich doch. Ein kleines Ablängungsmalöver von Shorty. Und Krogi da konsequent einen Fortschritt erzielen. Jetzt ist die Frage, ob so eine psychologische Taktik hier fruchtet. Ob das nicht Krogi noch mehr anspornt und ihn dann zu neuer Höchstformen auflaufen lässt. Weiß ich nicht, ob da das hilft in so einer Situation. Aber wir werden es sehen. Das ist vollkommen recht. Guck mal, ob du irgendwas anderes einklicken kannst. Also Push. Guck mal was über den Regal. No. Da liegt was Kleines. Siehst du, das ist Kleine. Ja, genau rechts. Ne, nicht so viel klicken. Ich habe immer nur einmal klicken und warten, ob der hingelaufen ist. Habe mit dem Haushand drüber, genau. Hammer. Nails. Gibt es sowas wie Menüs, so Kontextmenüs, dass man... Ah. Genau. Nehmen. Oh. Nehmen. Okay. Vielleicht müssen wir ihm die geben. Hast du die genommen? Ja. Eigentlich schon. Oder? Ja. Ich habe Nails. Du darfst nicht. Sag der. Mach mal die Lupe. Mach mal die Lupe bei den Nails. Also. Okay. Hast du recht, sich auf den Typen machen auch? Ja. Warte. Wo ist das? Ja, frag man das? Ja, ne? Machen wir. Krogi navigiert da wirklich souverän durch. Hat direkt beim Kartografen alles eingesammelt. Ja, nicht schlecht macht er das. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Inhalt des ersten Kapitels die Insel zu verlassen. Oder? Ein Schiff zu chartern. Genau. Und diese Insel zu verlassen, um zu einer anderen Insel zu kommen. Richtig. Und das hat Krogi auch schon gesagt. Dafür muss man eine Voodoo-Popu zusammensammeln, um den Lagu, den wir eben gesehen haben, ein bisschen zu ärgern. Ja, genau. Und dann kann man ein Boot chartern und weg von dieser Insel. Aber du siehst, wie jetzt Team Rocket Beans irritiert ist durch die Ansage. Jetzt haben die Cheese Squiggles, wir haben die Cheese Squiggles. Warum denn für die Ratte? Äh, müssen wir da reingucken? Kann man das nehmen? Aber bei Shorty sieht man jetzt halt auch wirklich die, ne? Die sind auch mit den Basics jetzt schon so ein bisschen am Strugglen. Ähm, da sieht das auf jeden Fall bei Krogi deutlich flüssiger aus. Da wohnt die Fugli, ich mach dir schon mal einen Kaffee. Ja, sehr gerne. Da ist doch Zeit, sich einen Kaffee einzuschenken nebenbei. Wo waren der Eimer noch? Bei den Eimer muss man doch nachher auf die Eimer packen. Ja, stimmt, da wird er dreckig. Ja. Ist da was? Aber du musst den Eimer vorher nehmen und dann in den Schlamm packen bei dem Ding. Voll. Äh, wolltest du Zucker oder nicht? Nee, einfach schwarz. Dann ist ja, jetzt hab ich Milch. Ja, perfekt. Das ist perfekt, den nehm ich auch. Nee, nee, gar kein Schwarz. Nee, ich bin ein super dankbarer, äh, äh, Gast. Gast. Gast von Simon Ketzer. Ja, bladdy irgendwas. Das ist ein Drink, ein Kaffee ist gut. Wir könnten hier vorne in den Raum reingehen. Oh, hallo Kaffee. Vielleicht können wir ja was anfangen. Pick up, Karchi. Da ist der Eimer, da hängt er. Da ist der Eimer. Ich hab die Lupe ist immer gut. Ja, excuse me. Ach. Ja, wir sind da anscheinend alle Shorty ein bisschen auf den Leim gegangen. Der Chat hat's geglaubt, wir haben's geglaubt, das Gegnerteam hat's geglaubt. Es war aber auch sehr überzeugt, muss man wirklich sagen. Und dadurch, dass man ja auch nicht so viel weiß über die einzelnen Teams vorher, ne? Warum spielt man das Game öfter als Eimer? Man traut es den Leuten dann doch irgendwie schon zu, dass wenn die hier ankommen bei Haus von Haus 2, dass die sowas auch machen können in der Biografie, ne? Lupe? Warte. Wir könnten hier eine andere ausnehmen. Kannst du diese Box verklappen? Ja, genau. Ah, genau. Excuse me. Man hätte stürzig werden können, als Shorty keine Antwort auf die Frage hatte, wie lange brauchst du denn? Ach, da hat sich ja souverän nachgefragt, was denkst du denn? Was denkst du denn? Ja? Das ist nicht schlecht gewesen. Hm? Ich denke, das Problem wird sein, wenn man eine Kleinigkeit vergisst und dann nicht drauf kommt, was war's denn noch mal? Richtig, die gute alte Lucas Arts Schule, wenn man ein Dialogfenster nicht richtig zu Ende geklickt hat, geht's nicht mehr weiter. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Monkey Island 2 der Fall war. Ich glaube, sterben konnte man zumindest nicht. Äh, nein, das war nur bei Sierra Online-Spielen, so bei King's Crash, dass Larry das mit sterben konnte. Und bei Maniac Mansion konntest du auch sterben. Stimmt. Perfekt, da sagt uns jetzt was. Ja. Ja, Tamm, ihr wollt. Und bei Zack and Crack noch? Ja, ja, genau. Wegen der Ratte. Dann geht das schneller durch. Das ist alles belangloser Shit, den keiner braucht. Okay, ich hab nur gehofft, dass mir das irgendwie ein bisschen hilft. Äh... Ja, wir sind noch im Hafen. Es wird uns voraussichtlich auch noch in den Sumpf führen, zu der Voodoo-Dame, auf den Friedhof, wenn ich mich recht erinnere. Oh, bla, bla, bla. Ich glaube, das sind schon die drei relevanten Locations im ersten Kapitel, wenn mich alles täuscht. Gib mir mal, hier ist die Kompensation. Ich wurde in den Video gekocht. Nein! Sieben Minuten sind gleich rum. Und für alle Speedrunnern da draußen, der Speedrun-Rekord für das ganze Spiel liegt übrigens irgendwo bei 35 Minuten, glaube ich, habe ich vorhin nochmal nachgeschlagen. Das heißt, es wäre tatsächlich möglich gewesen, das ganze Spiel einfach durchzuspielen in dieser Zeit, die wir jetzt zur Verfügung kamen. Aber das erste Kapitel sollte auch erstmal reichen für heute, ne? Okay, okay. Äh... Ja, aber man merkt es, Krogi ist gestresst, obwohl er es nicht sein muss. Und das nur durch diese irritierende Ansage von Shorty, die noch nicht mal das Monokel in der Hand hat. Okay. Ja, wir kennen natürlich auch Krogi, ne? Der, also unter Druck, da wird er zu der Rohdiamann, sag ich immer. Da wird er erst richtig zu hochformen, läuft er da auf. Der wird zwar vielleicht dahinter, äh, hinterher vielleicht ein paar Stunden vom Schlafkontingent brauchen. Aber ich glaube, aktuell hilft ihm das eher, dass da so unter Druck steht. Jetzt hier auf dem Weg zum Friedhof. Ja. Gib mir doch mal hier einen Chip. Ja. Das Community-Game hat, glaube ich, jemand gewonnen. Das verraten wir nachher, oder? Wollen wir es jetzt schon verraten? Ja. Ich meine, die Community weiß es auch schon, glaube ich. Da wird das ja angezeigt. Wir warten noch mal ein bisschen, oder? Na gut, wie du magst. Ja, und das ist gut. Was do you know about Largo Legrande? Was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich? Okay, wir können es auch einblenden. Dann lass uns uns kurz einblenden. Dann lass uns uns kurz einblenden. Team Rocket Beans gewinnt das Community-Battle. Und da eine wichtige Karte für ihr Team. Nicht schlecht, ja. Eine Karte. Wunderschön. Welcher das sein wird, schauen wir dann. Dann fehlt nur noch ein Zutat für die Voodoo-Puppe, nämlich irgendwie Stoff. Krogi buddelt schon auf dem Friedhof und ist wirklich schon sehr, sehr weit. Das fehlt nicht mehr viel. Dann brauchen wir nur noch den Schlamm für die Tür auch noch. Ja. Wir haben Konzeptart anlockt. Mir geht richtig einer ab. Gibt's die Voodoo-Frau wegen Schlamm? Ja. Und die Voodoo-Frau muss auch sagen, was wir zu tun haben. Ja, stimmt. Wegen der Popa. Das ist das vorletzte. Äh, ist das die Voodoo-Frau? Ne, das ist Voodoo-Da, Swarm. Genau. Ich glaub, wir kommen noch nicht weiter. Ich weiß nicht, wo der Stock ist. Den Stock brauchen wir natürlich wieder. Also, hier ist Swarm. Da holen wir uns den Shit her. Oh nein! Bitte, lass mich einfach geht! Lass uns eben mit der Voodoo-Frau reden. Ich denke, dass du das frei machst. Hat er schon alles für die Voodoo-Frau? Werden wir gleich sehen. Ich glaub, eine Sache fehlt noch. Aber ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Wir werden's euch erfahren. Wir müssen jetzt, dass wir ihm das geben müssen. Ich hab das Gefühl immer noch, dass man das heute bei uns klopfen. Ich weiß nicht, warum. Also, muss man's immer abquatschen? Ich will euch auch nicht verwirren, ne? Sollten wir nichts mehr finden müssen, dass noch mal kommt. Ich muss sagen, die Hütte der Voodoo-Priesterin ist für mich so eine ikonische Location, an die ich mich immer erinnern muss, wenn ich Monkey Island sehe. Oh, ja. Moment, Moment, Moment. Was man mit diesem Sarg da hinfährt. Das hat mich früher sehr beeindruckt. Und hier sind auch noch was. Gut. Was sag ich noch? Jar? Äh, wissen wir mal kurz nach Loki? Heavy Fruits? Nee, ich glaub, da ist nichts. Doch, hier gab's was. Ich weiß es sicher. Ash to life brauchen wir. Ja! Ja, ich glaub aber nicht. Ja! Das ist ja eigentlich gemein. Haha, ja, stimmt. Wenn man da zweimal hingucken muss, bis man irgendwas nehmen kann? Ich hab das wirklich ernsthaft. Als Kind gab's nichts anderes bei uns. Punkt drücken, Punkt drücken. Wie, ja, ich hab das auch eine Million Mal gespielt schon. Äh, aber man vergisst das wirklich immer wieder. Ja, bei mir ist auch das Problem, dass so ganz viel immer zu einem wird. Ja. Und du weißt nicht mehr. Weil auch das mit dem Holzbein ungelungen könnte auch im dritten Teil passieren. Ja, exakt, das ist auch das, äh, wirklich, ja. Ist das alles? Wie holt sich das? Lago? Game of the Lago, geil. Das ist krass wichtig. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein ruhigeres Spiel. Genau. Zuvor hatten wir Splitgate, da wurde geballert in Threadnoughts mit Explosionen. Dann hatten wir Bloodborne, wo das Blut triefte. Jetzt ist ein bisschen was fürs Köpfchen. Wer kann sich noch erinnern, wie war das früher? Ja, sehr gut. Und wie kriegen wir das erste Kapitel gemacht? Das ist ja mal eine schöne Abwechslung, ne? Das hat mal wirklich Reaktionskraft und Shooter-Skill überhaupt nichts zu suchen in diesem Spiel. Hier geht's wirklich nur um Köpfchen und vielleicht um ein bisschen Hin- und Hell-Klicke. Ich würd auch gern mal wissen, was so die schnellste Zeit bei dem Game ist tatsächlich. Dein Rekordshot. Meiner sieben Minuten, ja, aber so. Ja, keine Ahnung. Wir können jetzt noch ein bisschen wild rumklicken, aber ich seh halt nicht, wie wir das irgendwie holen können. Und ich war verzweifelt mittlerweile ein bisschen, muss man sagen. Das ist natürlich schwierig, jetzt bei Monkey Island nicht zu überzeugen. Da muss man dann natürlich auch hoffen, dass der zukünftige Arbeitgeber sowas nicht mitkriegt, weil das natürlich nicht gut aussieht. Auf der Vita, ich hab Monkey Island nie durchgespielt. Hm, wer stellt den denn ein, ha? Das ist schwierig, das stimmt, ja. Also ich würde da erst noch machen, hätte ich gesagt. Selbstverständlich. Das können wir alles machen. Also wir sind wirklich verdammt schnell gerade. Also wirklich. Wenn sie Weltmeisterin ist okay, aber wenn die normal spielt, hm? Europa mal Europa. Europa, ja, ist nicht mal gut. Was ist schon Europa? Was ist Europa? Dreck, Dreck, Dreck. Erstmal Dreck, ne? Ja. Hast du, ja genau, den Eimer auf die Tür stellen genommen. Ich hab, wie gesagt, ich hab nicht viele Games gespielt, aber das war dabei. Ja. Sehr nice. Und auch nur den Anfang. Äh, genau. Der Punktestand, den sehen wir ja auch. Den Overall-Punktestand am Bildschirmbrand, dem unteren. 1912, es führt Bon Join. Und... Oh Mann, das läuft. Ich... Es läuft läuft. Ich weiß nicht, aber das könnte den Ausgleich bedeuten, wenn es drei Punkte für einen Sieg gibt. Es gibt sogar mehr Punkte. Ja. Spiel Nummer 18 war, glaub ich. Es gibt immer mehr Punkte, ne? Genau, richtig. Es gibt sieben sogar. Das würde bedeuten, wie es davonzieht, aber sowas von. Aber Bon Join hat 35 Credits gerade auch vom Bankkonto. Da kann man einiges von einkaufen und diskutieren auch gerade über Essen, über Getränke. Weil wahrscheinlich so ein bisschen auch so langsam die Energie nachlässt. Ja, die haben hart gespart. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, dass wir auf ein Eigenheim sparen oder was in der Richtung. Aber vielleicht kriegen sie jetzt Hunger. Das war die Chance. Ich wollte es ja bei euch bestellen, aber da gab es ja irgendwie. Tiefkühlpizza. Also Snacks und Endlich wäre, glaub ich, smart irgendwann auch, weil wir dann einfach das essen können. Wenn wir irgendeinen Hunger haben. Also habt ihr den Hunger? Noch nicht, aber irgendwann werden wir schon wieder essen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier vorankommen. Nee, nee, also keine Ahnung. Das ist das Problem, das muss man einfach wieder gespielt haben. Also um gegen jemanden eine Chance zu haben, der das halt kennt, muss es halt gespielt haben. Da hat Matteo vollkommen recht. Die Frage ist so ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn auch Kogi das nicht schafft? Okay, dann Stick mit Box. Das ist überhaupt nicht im Rahmen der Möglichkeiten, glaub ich. Ich denke mal, der wird das auch hinkriegen noch in der Zeit. Ja. Jetzt Cross ist Bridge, wenn wir voll down sehr. Ja. An Box. Und jetzt gehen wir da hin. Veteran. Und da machen wir gleich. Der macht das, der Krug. Er baut grad die Rattenfalle, er hat sie gebaut. Jetzt mach schon. Geh da rein, Mann, du Arschloch. Jetzt. Warten, warten, warten. Oder? Nein, jetzt, Simon. Mach dein Team nicht wuschig. Sehr gut. And now take the Box. And put it in the Pop. Dann muss ich jetzt open und dann ist alles weg. Du kannst jetzt nehmen. Ah, ja. Haben wir sie? Ja, geil. Okay, ab in die Küche. Ab in den Topf damit. Und dann Suppe bestellen, oder? Wie war das? Müssen wir nicht erst auch den Job machen und annehmen und dann Geld bekommen? Nee, aber erst müssen wir den Koch ja raustreiben mit der Ratte. Der Krugi hat's wirklich noch sehr, sehr gut im Kopf. Ab in die Küche geht er wieder. Ich hätt niemals auch so schnell, hätt ich auch nichts gewusst. Wir haben auch viel mehr rumgeeiert. Okay, stimmt. Dann bringt es uns auch nichts. Aber die Energydrinks sind auf jeden Fall limited. Genau, die sind limitiert. Vier mal sechs. Aber wer holt so viele? Nee. Geh mal eine Münze. Geh mal deine Münze wieder. Mhm. Und dann, äh... Das heißt, wir können uns ja einfach dann Kaffee holen, oder nicht? Look. Hast du recht? Ja, da hat sich Team Borgia schon ein bisschen aufgegeben. Da wird weniger über die Lösung des Spiels diskutiert, als über was man als nächstes getrunken wird, ne? Aber das Überleben ist ja auch wichtig. Und dazu gehört, immer ausreichend hydriert zu sein. Ja, total. Ist vielleicht doch nicht so schlecht, jetzt seine Zeit auch mal zu nutzen mit produktiven Dingen, wenn man sich hier eben ein bisschen aufgegeben hat, um mal zu diskutieren. Ja, das stimmt. Ich mein, sie haben sehr viele Punkte aufgespart. Wir sehen das rechts unten, die 35 Credits. Ja. In Grau sind die Credits, die Sternchen, das sind die Punkte. Da wurde gerade über Energydrinks diskutiert, die kosten 20. Gibt's auch nur in begrenzter Zahl, sind die nur verfügbar. Oder Kaffee. Ja. Unendlich verfügbar, kostet auch eine Fünfte. So, der ist nämlich in der Bude von dem Boy. Ja, der sieht auch so ein bisschen so aus, wenn... Ja. Ja, die Spieler können sich für diese Punkte auf einer äußerst interessanten Karte etwas aussuchen und diese Punkte ausgeben. Steffen hat's gesagt, lecker Energydrinks haben wir da. Wir haben da lecker Tiefkühlpizza. Benjamin Blümchen-Torten. Gerstengetränke, Heizungen, Stühle, Sitzgelegenheiten aller Formen. Ja, sehen wir's. Was würdet ihr wählen, liebe Zuschauer? Wenn ihr so viele Punkte hättet, wie Team Bonjoa? Ha? Kriegt ihr Hunger oder Durst? Also, ich könnte jetzt so ein Stückchen Benjamin Blümchen-Torten vertragen, Dennis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so ein bisschen. Das hat Eddie auch die ganze Zeit gesagt. Eigentlich nichts anderes. Was ist los mit euch? Und damit gehen wir zur Bude Frau. Bruder? Vielleicht... Spielen die auch nicht richtig? Ja genau, der BH ist aber hier drin. Die kriegen wir ja. Die warten einfach, bis es vorbei ist und die chillen auch gerade. Das ist eine never-ending-Story. Wenn dann auf einmal jetzt am Ende noch wer meines kommt, dann schaut die so weiter. Ja, schaut die so weiter. Ja, schaut die so weiter. Der ist Goldbezahm oder so. Ähm. Ja. Mach's Business ansonsten? Ja. Kann ich versuchen. Ja. 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 Wenn man eine Google-Puppe hat, steht nicht mehr viel an. Oh, das ist richtiger Flex. Ja, das können wir machen. Mich würde interessieren, wie viele Leute aus der Community das noch hingekriegt hätten, wie das so prozentual ... So, ab zu Lago. ... wäre. Genau, noch mal der Hinweis, der Chat ist aus, die Leute sehen den Chat nicht, auch das natürlich, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten. Genau. I'm rich. Ich bin gehypt, Leute! Das ist Gaming! Ja, wie er aber auch in diesem Koffensitz und so ... Das hier ist scheiß Gaming. Ich muss das einmal ausspielen, dass ich irgendwas von dieser Gaming-Welt kann. Du kannst auch mehr. Ja, lass mich. Hä, du hast ja ... Hast ja jetzt schon richtig geile Plays gemacht. Richtig geile Plays, ja. Das kommt, wenn man so liegt. Das spricht mit Kohle. Das spricht die Geilheit aus einem. So wie du da liegst, vielleicht ganz gut, Chiara. Ich hab's überlegt, wie lag ich denn noch? Ey, wie nutze ich die Voodoo-Puppe? Äh, das muss ich immer noch nachgucken. Einfach ... Use Pins. Ja, du musst die auf die ... Aber im Zimmer. Okay, ja, ja, okay. Weil der kommt dann ja gleich. Ja. Chiara weiß es auch noch. Kroki kommt alleine klar, aber wird noch ergänzt durch ... Nasti, meine ich. Genau. Concept Art unlocked. Zack. Da wird die Voodoo-Puppe benutzt. Er ist gleich weg von der Insel. Und dann ist es nicht mehr lang. Dann gebämst ihn weg. Punkt, ich punkte dich raus. Rückpunkte. Alter, wie geil das wär, wenn das echt gehen würde. Ja. Oh Gott. Es wär so nice. Dann hättest du viel zu viel Power. Wird wahrscheinlich auch den ganzen Tag Schmerzen haben. Aber jetzt bin ich wirklich langsam am Ende, was meine Erinnerung anbelangt. Ja, aber du bist auch fast am Ende. Du bist eigentlich jetzt zum Seemann, ne? Ja, wir müssten jetzt nur noch rüberfahren. Wir haben Geld und wir haben das scheiß Monokel. Mehr weiß ich aber nicht. Ja, ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, er muss tatsächlich wirklich nur noch zum Dock. Wir, die sind kurz vor uns fertig. Where can I hide? Vielleicht muss dieses, just give me something to protect, oder so. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, haben wir alles. Ja, geil. Geil, geil, geil. Ab zum Navigator. Okay. Ey, wenn wir nichts vergessen haben, und ich weiß es wirklich nicht, dann können wir gleich von der Insel verschwinden. Das wäre Akt 1. Aber ich weiß es halt nicht. Und dann haben wir es geschafft, oder? Dann hätten wir es geschafft, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Ja, so viele Orte gibt es ja auch nicht. Nee, nee, die Insel ist halt auch klein und überschaubar. Und das ist halt geil. Und sonst hätte ich aber auch keinen Plan. Braucht man diese alkoholisierten Piraten als Crew? Oder reicht... Ich will es nur einmal zu dem Bau hin. Ich weiß es nicht. Ah, ich mag ganz die Beine. Weil das ist echt, man muss ja immer eine Crew zusammenstellen. Und irgendwie verwechsel ich gerade die einzelnen Crews, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall der dritte Teil. Ich komme jetzt weg für die, also... Wir können natürlich noch eine bekommen. Ja, das ist, glaube ich, die Zielgerade da, auf Krogis Seite. Simon hat zwar gerade noch ein Einwand gehabt, aber ich glaube auch, das ist dann Teil 1 gewesen. Also da schwimmen die Erinnerungen auch gerne mal. Simons Einwände sind immer sehr interessant. Aber ich kenne das auch. Da gibt es zu viele Teile von Monkey Island. Und der fliegt einen Scheiß-Monocle. An die Chartered Chap. Chip, 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 Chip. So, äh... Ja, da, das... Das Necklace, ja genau. Und das kriegt er gleich. Bla, 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 bla. I met your friend. Unlikely. Chartered Chip, oder? Hast du schon... Okay. Hab ich schon gemacht, aber ich muss jetzt raus. Und jetzt muss ich ihm das geben, glaube ich. Komm, beginn. Alter, was? Ne, ne, du kannst ihm das jetzt geben. Äh, da. Oh, es könnte es gewesen sein. Chartered. Und? Gleich haben wir es. Okay. Da ist es. Part 2. Was ist los? Nicht schlecht. Die Monkey Island Runde ist beendet. Euphorie im Roten Team. Was? Wer ist Rekord, Bitches? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Was ist los? Ja, da freuen sie sich. GG. Sehr gut. Ohne Scheiß. Das war aber auch eine schöne Teamleistung, die wir da gesehen haben. Absolut. Tatsächlich. Leute. Ich muss einmal kurz... Leute. Ohne Scheiß. Die war gar nicht so gut, ja? Die waren gar nicht so gut. Merken Sie auch gerade. Wir waren auch verwirrt. Team Rocket Beans. Herzlichen Glückwunsch. Zu dem Sieg in der Monkey Island Disziplin. Da kriegt ihr richtig viele Punkte. Ich glaube neun. Das ist mega schön. Sieben. Sieben. Jetzt sind nur sieben, aber es sollte euch jetzt auch erstmal reichen, oder? Guck mal, da sehen wir die Punkte. Mann, sieht das gut aus. Wow. 16 zu 12. Das erste Mal das Team Rocket Beans in Führung geht. Schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob das hin und her geht. Wie gesagt, es gibt mit jeder Disziplin mehr Punkte. Dadurch wird es immer spannender. Aber schauen wir doch mal rüber auf das Team, das uns ein bisschen hinter das Licht geführt hat. Team Bonjour. Was ist das mit der... Bist du außer Form oder woran lag das? Ohne Glitches war es halt schwierig. Aber man hat mit Glitches trainiert. Und das Problem war, die Jungs haben mir halt die Augen zugehalten. Damit es halt irgendwie eine Chance gibt. Ich habe mit den Füßen gespielt. Ah, das ist natürlich fies. Ja gut, ihr habt uns alle ein bisschen an der Nase herumgeführt. Uns als Kommentatoren, als auch die Zuschauer, als auch das gegnerische Team. Krogi war tatsächlich ein bisschen unter Druck, obwohl er das gar nicht hätte sein müssen. Das war schon klug. Krogi ist Frechdachs, muss ich sagen. Wir wurden belogen. Wir wurden belogen. Richtig unter Druck gewesen hier. Ja, ich würde sagen, wir verteilen aber noch ein paar Credits. Denn, liebe Leute, ihr habt auf jeden Fall euch noch ein bisschen was verdient. Team Rocket Beans 10 Credits. Team Bonjoa 5 Credits. Und ja, ich würde sagen, wir können tatsächlich auch noch mal darauf gucken, was denn die Community so erspielt hat. Und da haben wir ebenfalls einen Sieg für Team Rocket Beans. Ja. Yes, yes. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist eure Freude? Wo ist die Freude? Und Krogi, du kannst dir gleich eine Karte raussuchen. Da müsste gleich einer unserer fantastischen Setrunner vorbeikommen und dir eine Kartenfächer hinhalten und du darfst dir gerne eine ziehen. Genau, die Kartenfäe ist auf dem Weg und dann entscheidet der Gott des Random, beziehungsweise Krogi zieht dann einfach eine Karte und dann gucken wir mal, was da kommt. Wir sehen's gerade, unsere wunderschöne, schwarzhaarige Kartenfäe. Und die Karte. DJ Easy. Das eigene Tief darf für die Dauer einer Runde mit 50% Rabatt im Shop einkaufen. Wir können die günstige Couch kaufen, die Karte ist mega geil. Die Karte ist mega geil. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Die Karte ist wirklich gut, noch reicht's nicht ganz. Noch reicht's nicht ganz für die Couch, aber immerhin, ihr könnt tatsächlich einkaufen, liebes Team Rocket Beans. Habt ihr vor, euren Joker gleich einzusetzen oder wollt ihr noch ein bisschen sparen? Was ist euer Begehr? Ich habe eine Frage, und zwar wurde uns mehr oder weniger angedeutet, dass in diesem Snack-Paket auch gesunde Sachen sind. Es ist aber kompletter Crap, den wir alle nicht wollen. Also können wir die Tarn ... Nee, weg damit. Können wir einfach dafür vielleicht ein halbes Bowl kriegen oder irgendwas sinnvolles, was wir auch essen? Dentenfutter wär auch okay, bin ich. Also wir wollen halt nicht diesen Zuckerscheiß. Ich finde, Rocket Beans darf das nicht supporten. Rocket Beans steht für gute Ernährung. Das stimmt. Wobei, gesund relativ ist, was ich anbieten kann, ist, ich hab da wunderschöne, knackige, orangene Kissen, auf denen ihr rumkauen könnt. Die haben sehr wenig Kalorien. Was kostet die Couch? Ich würd sagen, das war ein Nein. Wie viele Punkte haben wir denn gerade? Datsächlich haben wir gerade gehört, dass ihr auch tauschen dürft. Das wird wahrscheinlich dann gleich organisiert werden durch unsere ... Was kostet die Couch? Simon, du kriegst eine Extrawurst für euch gerade. Nein, ich will doch gar keine ... Aber das liegt doch nur hier rum, das ist ja keiner. Versteht ihr? Das liegt jetzt nicht rum. Wie viele Punkte haben wir denn? Das sieht mega länger aus. Mit dem Sieg. Wie viele Credits haben wir denn? Richtig viele Credits. Ihr habt's gerade 15, genau. Aber mit dem Sieg schon? Also das ist das, was zumindest jetzt hier steht. Ja, das ist eine Menge. Und mit eurem Joker würde das so fast 20 kosten. Nee, nee. Easy. Das hast du schnell ausgerechnet. Es ist ganz einfach, man nimmt die Hälfte. Und das ist quasi 50 Prozent, Dennis. Ja, das heißt, noch nicht ganz. Aber vielleicht riecht ja Bongewa jetzt so ein bisschen, dass ihr mit dieser Karte ein bisschen an die Couch rankommt. Und vielleicht möchte Team Bongewa ja die Couch haben. Wie sieht's denn aus bei euch? Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Und genug Punkte für alles, was ihr euch wünschen könntet, habt ihr. Ja. Wir wollen das Sofa, wir wollen das Sofa. Wir nehmen die Couch bis 6 Uhr noch hier, glaube ich. Also hier in den Dings. Wir holen uns die chillige Couch. Ja. Die chillige Couch ist eine äußerst kluge Wahl. Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, war das da auch sozusagen das Epic Item aus diesem Pool der Items, die man da so looten kann. Ja, stimmt. Und ja, dann würde ich sagen, tragen die Praktikanten die Couch rein, oder wie? Ja, wir machen das. Tatsächlich. Wenn wir aber gerade beim Teil 1 von Haus an Haus sind, das hat den KäuferInnen letztes Mal nicht viel Glück gebracht, sag ich mal. Also, na, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Und ihr wisst ja auch gar nicht, was es für eine Couch ist, ne? Also habt ihr schon mal die Rocket Beans Couches gesehen, die hier so rumstehen? Also, ja, schnackt ihr drauf und schlafen. Es ist so eine 50-50 Chance, was ihr reingetragen bekommt, sag ich mal. Ja, ist okay. Wir nehmen alles. Alles gut. Das würde ich gerne sehen. Warten wir, bis die Couch kommt. Ich fand's auf jeden Fall äußerst spannend. War total verwirrt. Und ich finde es gut, dass wir jemanden hatten, der das lösen konnte. Denn wir haben ja selber auch gesagt, und ich glaube, Steffen, stimmt mir zu, dass wenn dort nicht jemand gewesen wäre, der genau wüsste, wie man Monkey Eye in das erste Kapitel löst, dann hätte keiner von euch das gelöst. Also nochmal Respekt an Krogi, aber auch an Nasti und die anderen Teamkollegen, die Krogi trotzdem noch geholfen haben. Denn manchmal wusste er auch nicht mehr so ganz genau. Scheint lange her gewesen zu sein. Und da sehen wir das Möbelstück. Wunderschön. Darf ich mich direkt nachfallen lassen? Aber nicht gleich kaputt machen, Edo, ne? Ach so ist das jetzt bei euch? Bei euch darf jemand eine Person dort liegen und der Rest muss weiter auf den Klappstuhl sitzen? Ja, genau. Das ist so klar, ja. Okay, alles genau. Gut, fair enough. Ich will ja dran. Ich will ja nicht da bequem. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Das ist ja die beste Couch, die ich jemals berührt habe mit meinem Po. Ja, oder? Das ist die schlechte. Leon, was sagst du? Wie findest du die Couch, Leon? Ja, das ist ja mega geil. Moment. Oh, jetzt haben wir die Stühle davor. Wie ist der drüber auf dem Boden eigentlich bei euch? Oh ja, wir haben ja so viele Stühle hier, die werden die gar nicht brauchen. Oh, die Stühle. Oh, oh, oh. Da ist vielleicht den hier. So viele Sitzmöglichkeiten. Das ist unfassbar. Das Leben ist schön. Wenn man Geld hat. Richtiges Luxusleben hier. Das klingt heute gemütlich aus. Das könnte aber auch ein Nachteil sein, weil man wird ja dann auch vielleicht ein bisschen schneller müde, wenn man so gemütlich sitzt. Dennis, ich weiß nicht, ob du das kennst von zu Hause, so auf der Couch. Da wird Sport gemacht bei Team Rocket Beans. Ja, aber ich denke, unsere Kollegen und Herausforderer sind geübt, leger auf der Couch sitzen. Das schaffen die auch über längere Dauer, ohne einzustrafen. Hier sehen wir leichte Fitnessbemühungen oder was das sein soll bei Team Rot. Und das war die Runde Monkey Island. Ein bisschen früher vorbei, als ich erwartet hätte. Einfach aufgrund von Krogis unfassbarer Leistung. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Das wird wieder ein Speedrun werden. Aber was das genau wird, das würde ich noch ein bisschen herauszögern, oder? Gute Idee. Und du verabschiedest dich hier, glaube ich, jetzt auch ins Bettchen, oder? Echt? So, habe ich das so verstanden, oder? Rigi? Tatsächlich? Nein? Nee, noch nicht. Noch nicht. Entschuldige, bitte. Wir sehen uns gleich doch nochmal wieder. Du willst mich loswerden. Ich merke es. Niemals. Kurze Werbung. Bis gleich. Ich habe sogar noch mehr. Haus an Haus 2021, Abschnitt 8 von sehr vielen. Von 24 natürlich. Denn so viele Stündchen geht dieses Event. Wir haben jetzt gerade also quasi ein Drittel geschafft. Das ist nicht schlecht, oder? Ich bin stolz auf uns. Bist du stolz auf uns? Absolut. Da haben wir noch einiges vor uns. Und jetzt kommen wir ja so ein bisschen in die Phase, wo wir vielleicht so langsam die ersten Leute psychisch, mental und körperlich zusammenbrechen sehen. Also eigentlich eine spannende Phase, ne? So langsam ab 1.30 Uhr wird es schwierig, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Die Sonne ist schon lange runtergegangen. Die Leute dürften langsam müde werden. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt. So langsam dürfte es auch an den Nerven vielleicht zehren. Wir überfüttern die Leute mit Zucker und ungesunden Dingen, wie Simon auch schon aufgefallen ist. Und so langsam dürfte vielleicht die ein oder andere Sicherung rausknallen. Früher oder später. Schauen wir mal. Es soll nämlich weiter gespielt werden. Ich bin gespannt, welches Spielchen als nächstes hier in der Pipeline ist. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer von zwei Haus-an-Hausteams, in denen niemand einen Raumschiffführerschein hat. Aber was William Shatner kann, können wir schon lange in Lovers in a Dangerous Space Time müssen die Teammitglieder zusammenarbeiten, um sicher durchs All zu kommen. Also Schilde hoch und mit vollem Schub ab Richtung Rundensieg. Ich bin gespannt, welches Spielchen als nächstes hier in Lovers in a Dangerous Space Time. Hast du das gespielt, Steffen? Gespielt nicht, aber viel gesehen. Ich muss sagen, es sieht knuffig aus, aber es ist knallhart. Ich glaube, das unterschätzt man sehr, sehr leicht. Glaube ich auch. Wir werden es gleich genauer sehen. Am besten schauen wir uns einmal die genauen Regeln zu diesem Spiel an. Wir werden nämlich höchstwahrscheinlich vier gegen vier spielen. Es ist ein knallhartes Koop-Game. Hier steht's, ihr seht's, schön auf lila, purpur, absolviert die Kampagnenmission Ursa Meyer und besiegt ihn. Ist ein Boss-Battle tatsächlich und auch kein einfaches. Es ist Teamgeschick erforderlich, sehr viel Koordination und ihr werdet's gleich sehen, man muss sich da auf jeden Fall gut abstimmen zwischen den Teams und es spielen ja auch alle Spieler, die in den jeweiligen Teams vorhanden sind. Das heißt, da muss auf jeden Fall sehr, sehr viel Koordinationsarbeit geleistet werden. Ganz genau. Und da alle Spieler spielen, fällt so ein bisschen die Auswahlrunde flach. Trotzdem schauen wir mal rein zu den Teams, die jetzt in geballter Form antreten werden. Einmal in grün und einmal in blau. Da haben wir sie in der Horizontalen in rot. Da sind sie ganz entspannt. Und da haben wir sie alle mehr oder weniger gerade sitzend in grün und schon die Gamepads in der Hand. Wie richtige Profis, das gefällt mir. Wie sieht's denn aus bei euch? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal eine Aktionskarte auszuspielen. Haben wir da noch welche oder nicht? Ich hab den Überblick ein bisschen verloren. Beide Teams haben, glaub ich, eine. Wir haben die Sleep-Karte, die Snooze, die heben wir uns erst mal auf. Welche Karte? Die Snooze-Karte. Also, vier Stunden Schlaf dazu bekommen. Vier Stunden Schlaf. Braucht ihr jetzt noch nicht. Wann rechnet ihr denn so ein bisschen damit? Ihr seid ja so ein bisschen, ja, knauserig will ich nicht sagen, aber ihr habt sehr lange gespart, ihr wollt eure Karten nicht ausgeben. Was ist euer Plan denn? Wir haben jetzt eine Couch. Wir haben ein Sofa. Wir haben ein Sofa. Wir können hier einziehen und einfach ein Jahr lang hier leben. Also, wir brauchen Snacks. Genau, Snacks. Und vielleicht später ein bisschen Koffein. Und unser Plan ist halt auch, dass wir, wenn zum Beispiel zufälligerweise das Glücksrad wiederkommt, wir halt eher diese Karte verlieren als unser Sofa, zum Beispiel. Uh, ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Taktik gefällt mir. Trotzdem, Sofakissen kann man nicht so gut essen. Also, vielleicht irgendwann mal in so ein paar Snacks investieren. Aber, die krieg ich das schon hin, denk ich mal. Gucken wir mal. Ich hatte gerade empfohlen, Team Rot vielleicht doch mal ins Kissen zu beißen. Ist da was passiert? Wie schmecken die? Die Weintrauben, meinst du? Sind die schon angefault? Meinst du die Weintrauben? Oh ja. Ich weiß nicht, was das hier ist. Squid Game oder was? Nur das Beste von uns, Simon. Ja, der ist nicht ganz zufrieden mit den Nahrungsmitteln. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt, ne, warte mal. Ihr habt die Rabattkarte, wenn ich mich recht erinnere. Oder nicht? Ja. Wollt ihr ein bisschen Rabatt? Wollt ihr was kaufen? Ich frag mich, also ganz kurz, wollen wir die Bowls schon haben oder nicht? Nee, wir haben noch ein bisschen. Später. Nee, wir wollen nichts kaufen. Nee, noch nicht. Ihr wollt nichts kaufen? Nein. Alles klar? Ah, der ist so knauserig. Ja, gut. Aber dann lassen wir das doch so. Wie sieht's denn aus? Wir haben ein kleines Community-Battle übrigens. Das würde ich vielleicht jetzt an dieser Stelle... Jetzt müssen wir zubeziehen, Dennis. Ich hab ja eben, ich misch mal ein bisschen nicht, dass wir gleich wieder Schiffersenken spielen. Genau. Gucken wir mal. Das interessiert bestimmt die Teilnehmer auch jetzt, wie es gleich die Punkte gibt. Ich guck gar nicht rein, damit man nicht denkt. So, wir haben Click-Battle. Ihr könnt's nicht lesen, aber ihr glaubt mir bestimmt. Ich kann das bezeugen, ja. Und ihr glaubt nicht so. Steffen, ich glaub, denn er hat das Ehhopfen und Malz verloren. Click-Battle. Klickt auf den Joystick, der blinkt und dann könnt ihr mitklicken bei Click-Battle und Punkte geben für euer Team. Wie bitte? Genau, fünf Credits sind cool. Die könnt ihr euch eurem Team verdienen und dann können sie sich vielleicht noch was nächstes gekauft werden oder für Team Rocket Beans vielleicht mal was zum Sitzen. Vielleicht braucht man das irgendwann im Laufe des Abends. Aber es sieht auch sehr bequem aus, ganz ehrlich. Ich seh nicht, dass Team Rocket Beans eigentlich ne Sitzgelegenheit braucht. So kuschelig, wie die da auf dem Boden geflänzt haben, das sieht aus, als würde das den ganzen Abend zu gehen. Mit etwas Glück kriegen sie auch ein Sofa. Okay, dann schauen wir mal rein, fragen die Teams, ob sie nicht nur bequem sitzen, sondern ob sie tatsächlich auch bereit sind, die nächste Disziplin mit Lovers in a Dangerous Space Time 4v4 anzutreten. Wie sieht's aus bei euch? Ich bin blau. Ja. Wir sind mehr als bereit. Bin bereit. Born ready. Okay, lass die schon blau, alles klar. Zu viel getrunken, kein Problem. Sowas von ready. Team Green ist sowas von ready und sieht auch sehr ambitioniert aus. Das wird ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn alle bereit sind. Bist du bereit, Steffen? Ich bin bereit, bist du bereit, Dennis? Ich bin bereit, die Regie ist bereit. Liebe Zuschauer, seid ihr bereit? Und dann würd ich sagen, let's go! Spam, spam mit durch. Es geht direkt los. Die Regeln haben wir gerade vorgelesen. Ich hoffe, ihr habt sie euch gemerkt. Oder du, Steffen? Ja, es geht darum, Ursa Major, ein Endboss in diesem Spiel zu besiegen. Und für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, wir werden gleich kugelförmige Raumschiffe auf den beiden Bildschirmen sehen, die es gilt, durch den Raum zu manövrieren in einem teambasierten Spiel. Und dabei kann jeder der Mitspielenden verschiedene Rollen einnehmen. Es gibt jemanden, der schießt, es gibt jemanden, der fliegt, es gibt jemanden, der das Schild bedient. Und man muss sich da ein bisschen abstimmen, um so das Ganze zu bedringen. Ah, wir müssen ein bisschen genauer hingucken. Wir müssen die Hasen retten. Genau, wir müssen die Hasen retten. Und wenn man fünf Hasen gerettet hat, dann kann man, glaube ich, weiter oder so. Okay, ich bin Geld. Ah, springen? Ah, okay. Genau. Wie kann man dann irgendwie was hier machen? Wenn die X drückt, oder wie kann man die Kanone? Einmal ist in die Mitte. Einmal ganz in die Mitte. Ja, ja, bin. Bewegt dich. Warte mal, welche Farbe bin ich? Ah, hier habe ich ein Schild. Ich gehe nach rechts, nach rechts, nach rechts. So, ich bin das Schild die ganze Zeit. Ja, noch etwas Verwirrung, ein bisschen konfus. Ich denke, das wird sich gleich einspielen. Aber ihr seht es, die kleinen Männchen da in diesem runden Raumschiff, die werden gesteuert. Ah, hier. Und es ist ein unglaubliches Teamspiel. Und was sollst du dafür? Absolut, wir sehen jetzt auch hier gerade auf der Link in der Team Rockweans, bewegt sich schon einmal. Es gibt dann noch dieses blaue Schild, was man bewegen kann, um feindliche Schüsse abzuwehren und natürlich die Geschütze, die es ermöglichen, andere Dinge zu zerstören. Was man halt so braucht am Raumschiff, oder? Ja. Weil du dich dick bewegst, oder nicht? Was macht ihr da unten? Ach, das ist die Attacke. Ah, okay. Ich muss doch, dass wir ihn aufpassen. Au, au. Oh, sorry. Brauchen wir eine Kanone? Und brauchen wir eine Kanone? Ja, bin dran. Perfekt. Bin dran. So, wohin? An der Hunde? Vielleicht hat es einfach eine Zeit lang gebraucht, oder es ist die Entfernung? Okay, jetzt kann ich steuern. Jetzt geht's. Okay, wir müssen jetzt einfach nur die Welt erkunden und Herzen sammeln und so ein Kram. Okay. Okay, jetzt kann ich steuern tatsächlich. Klingt einfach. Und jetzt ist er auch nicht mehr so ganz so laggy. Ich baller einfach durchgehend. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist besser, ne? Man hat ja auch keinen Cooldown oder so, ne? Ist für mich jetzt schwierig zu erkennen, wer da gerade besser ist. Hier kann ich ja nicht steuern. Kannst du das schon was einschätzen, Steffen? Oben links in der Ecke sieht man die Anzahl an Hasen, glaube ich, die gesammelt worden sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen fünf Hasen gesammelt werden. Bei der Kollegin von Bonjwa gibt es schon einen Hasen, der gesammelt worden ist. Aber wir sehen bei Rocket Beans ein paar technische Probleme, ne? Ja, ich hab das nicht gesehen. Alles gut. Achtung, den gelben muss. Ja, der gelbe ist weg. Genau, wir müssen da, glaube ich, rein. Das ist auf jeden Fall ein Hasen. Das ist ja ganz schön geil eigentlich. Achtung, Laser. Ich weiß nicht, ob der gleich schießt. Nee, aber man kann nicht. Oh, oh, der schießt mich genau in dem Moment. Da muss man einfach das Schild mal bedienen. Liebes die Rocket Beans oder einfach durchfliegen. Ja, das sind wir jetzt auch. Chiara scheint schon wieder in dem Plan zu haben. Unten links sieht man auch die Mini-Merk. Tatsächlich bewegen sie sich auf dem Weg zu zwei Hasen. Oh. Und da haben sie sie auch. Aber Bonjwa war schon bei drei von fünf aktuell. Der Rocket Beans hat das Schild noch nicht entdeckt. Aber muss es anscheinend auch nicht. Geht es jetzt ganz gut. Jetzt geht es noch genau. Schaden haben sie zwar ein bisschen bekommen, aber es geht noch. Naja, lass wegfliegen. Ich mach unten Schilden. Aber oben fliegen wir irgendwo dagegen, oder? Alles gut. Dann schilde ich unten. Ja, wir hören bei Bonjwa wird das Schild offenbar sehr aktiv genutzt. Deswegen auch die HP ein bisschen höher. Wobei, jetzt gleicht sich das gerade aus. Man muss natürlich mit seinen Ressourcen haushalten. Man kann nicht alle Schiffe, alle Systeme des Schiffes gleichzeitig bedienen. Deswegen muss man ein bisschen gucken. Okay, dann gehe ich jetzt nach links. Bonjwa guckt halt eher mit dem Schild. Und dafür hat, glaube ich, Rocket Beans drei Kanonentürme bemannt. Ich will schießen. Nein, ich will schießen. Macht ja auch am meisten Spaß. Ich nehme unten. Sehr gut. Ich gehe nach links rüber. Kurz einmal Map checken. Ganz schnell, Gunger, vielleicht. Jetzt. Weiter, wir müssen hart rechts. Also hat nach links müssen, sorry. Hat nach links, genau. Einfach weiter hart nach links. Ein bisschen nach oben. Also wir müssen fünf von den Dingern finden. Ja, ja, die sind die Hasen. Genau, fünf Hasen finden. Und dann können wir... Das ist also unter uns. Oh ja, genau. Ich gehe runter, ich gehe runter. Rocket Beans ist bei vier Hasen. Ich spiele hier nach oben. Ich spiele hier nach oben. Ich spiele hier nach oben. Wenn da irgendwo was angezeigt wird. Die werden da nämlich auch, die wir in der Nähe sind. Wie werden die auf der Mini-Map angezeigt? Die werden, ja, manchmal mal markiert. Beide Teams viel von fünf Hasen. Das wird spannend. Das sind halb Hasenköpfe zu sehen. Okay, okay. Hä, aber Slack, wie scheiße. Ja, es ist halt echt für dich undankbar, Krugi, aber es läuft. Ja, ja, das war gar nicht. Ich meine, wenn ihr steuern könnt, reell, dann ist es eine Turbine so halb da. Ist okay. Es gibt Piloten, die landen Raumschiffe ohne Turbine. Eine muss vorne an den Geschütz. Ja, wir schaffen es für. Ja, ich kann halt nicht wechseln, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich muss an dem bleiben. Also müsst ihr von euch jemanden übernehmen. Ja, wir können das schaffen, wenn du dann den Flieger so steuerst. Genau. Ich glaube, was die SpielerInnen von Rockmeans nicht wissen, ist, in ihrem Raum schon befindet sich, glaube ich, auch ein Power-Up. Sieht man da oben eingeblendet bei ihnen. Das könnten sie einsammeln, aber bisher haben sie es, glaube ich, noch nicht gesehen. Suche jetzt auch dann den letzten Hasen. Und Bonjoa ist schon im Bereich, die letzten Hasen zu befreien. Aber hey, positive Effekte dabei. Kriegt aber gerade ordentlich Schaden. Leute, wir müssen erst mal die Kleinen zerschießen und machen die uns kaputt. Wir verlieren viel HP gerade. Jo, ich hab den ein kaputt. Noch einer. Ja, genau. Schilden. Von der Seite kommt einer. Ich hab den von denen. Ich hab den von denen. Sehr viel HP verloren. Auf der Rechte Seite. Sehen wir gerade, hat alle Hasen. Muss jetzt zum Herzen in die Mitte. Oh, sehr gut. Ich geh unten hin. Sobald hat sie weg. Und dann müssen wir entkommen. Das wird ganz, ganz engen. So, und jetzt. Warte, ich lass mich nach rechts. Ich lass mich nach rechts. Map, muss. Hör mal, alle Hasen. Haben wir schon? Bonjoa ebenfalls das Portal geöffnet. Okay, genau. Lass uns nach unten. Leon, ich mach unten und links. Du machst jetzt rechts, okay? Okay, ich mach rechts. So, Woggle, ich schilde gegen den. Woggle, jetzt einfach durch. Ja, ja. Let's go. Woggle, beans durch das Portal geflogen. Sehr, sehr gut. Lass einfach durch. Wir haben genug KP. Lass uns einfach durch. Das war aber natürlich nur der erste Teil dieses. Einfach full tank, full rein. Dieser Mission. Wie viele Teile sind es noch? Es sah aus, als wären es 5, 6. Ich glaube auch. Wir können gleich nochmal bei Bonjoa gucken, wenn sie drin sind. Oh ja, du hast recht. Achten wir nochmal drauf. Einfach reinfliegen, oder was? Einfach rein. Einen. Schön. Okay, alles. War das jetzt gut oder nicht gut? Ich denke schon. Ich glaube, war gut. Was sagt Chat? Einfach weiter. Fünf. Okay, fünf Stück haben wir, genau. Okay, ich gehe wieder auf unten. Locked Beam mit leichtem Vorteil. Dass wir die gleiche Position einnehmen. Und jetzt ist auch der Chat wieder aktiviert, weil jetzt könnt ihr natürlich keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis nehmen. Wie bei Monkey Island, gebt gerne Tipps an eure Teams. Und vergesst nicht beim Community Battle auch euer Team zu unterstützen. Du musst rechts den Knopf drücken. Hab ich schon. Wir müssen ihn gleichzeitig drücken. Jetzt. Warte, was ist mit der Kiste hier oben? Okay. Drei, zwei, eins. Leon, jetzt. Oh, okay. Okay. Und waren er sich noch eingedeckt mit Bonus-Items, während Rocket Beans schon im zweiten Level unterwegs ist. Das ist unsere Karte. Das wusste ich gerade noch nicht. Das ist wichtig. Hallo. Bitte, schieß das jetzt. Und außerdem kann man Items einsammeln. Wir haben jetzt beispielsweise ein Geschenk und da kriegen wir andere Präventile. Alter, ich habe irgendeine neue Waffe. Was ist das für ein Bouncy? Guck mal, ich habe so eine Peitsche. Ja, das ist ein neues Item. Ist das geil? Nein. Eigentlich nicht so. Ja, wirklich, warum habe ich die Scheiße gekriegt? Krugis Kraftausdrücke nehmen rapide zu, was ich wahrscheinlich auch dem Fortschreiten in den Events... Wir haben gerade schon mitbekommen, Kiara scheint auf jeden Fall ein bisschen Ahnung zu haben. Die hat das anscheinend schon gespielt. Ja, klar. Kiara hat anscheinend alles schon gespielt. Ist es bei mir oben rechts, also rechts an dem Raum schon. Kann ich meinen Strahl wieder graben, den schlong, der nervt mich. Also, ich bleibe mal kurz stehen, die ballert mal Leute weg. Achtung, von rechts kommen welche. Okay, ich fahre lieber weiter. Alter, Kobi, dein schlong war doch ganz gut gerade. Ja, aber der nervt auch. Okay, hier sind Hasen, hier sind Hasen. Achtung, hol die Hasen. Hasen da, Hasen am Start, Hasen verfolgen uns. Hier ist ein Fragezeichen, holen wir noch. Es kann sein, dass es uns dann die nächste Position zahlt. Das ist gut, da gehen wir hin. Oder ist es halt Laserwürmel. Oh, was ist das? Hast du irgendeine Map oder so? Geschenk, Kiara? Ja, müssen wir zum Map brauchen, aber gerade ist es ein bisschen schwierig. Alter, jetzt komm. Ey, ich räume euch weg. Mann, ich kann die Storung nicht. Ich hätte mir gerne die andere Waffe. Egal. Kannst du auch zu einer anderen Kanone. Aber dann haben wir oben gar nichts. Oder kannst du das Schiff drehen? Okay, schaut jemand gerade zum Kartenraum? Ja, sehr gut, Kobi. Danke, Leute, danke, Leute. Okay, unten links, unten links und noch mehr Hasen. Jetzt gerade nach rechts so? Ja, gerade nach rechts. Dann gehe ich runter, ich gehe runter. Ja, ich gehe mal nach rechts an die Kanone. Ja, ich gehe mal nach rechts an die Kanone. Ja, wir schalten nur mal zwischen den Teams durch, damit wir überall mal reinhören können. Aber was auffällt, ist, dass Team Bonsch war ein bisschen ruhiger die ganze Sache angeht. Führen tut trotzdem momentan niemand so richtig. Ist ziemlich Kopf an Kopf, oder Steffen? Ja, Team Rocket Beans hat gerade noch zwei weitere Hasen gefunden, würde dann wieder in Führung gehen. Ich bin aber auch, Team Bonsch war gerade dabei, das Hasengefängnis zu öffnen. Unten nach unten. Ein bisschen viel Sicherheit, wie ich finde, für zwei kleine Häschen, aber das muss wieder selbst wissen. Also was macht das Paket? Ich hätte das Paket nehmen können. Keine Ahnung. Okay. Okay. Da sind wir an technische Probleme bei Team Rocket Beans. Kleiner Controller Reconnect und dann geht's wahrscheinlich gleich weiter. Sollten wir jetzt haben. Schön. Jetzt wissen wir's noch. Liebe Bonn, es geht schon wieder. Okay, let's go. Läuft alles wieder, alles klar, gut. Wir bleiben dabei. Einfach runter. So rein und von fünf. Bestreck runter, genau. Und wieder ein Reconnect. Ja, kleine technische Probleme, aber das werden wir in den Griff kriegen. Unterdessen schauen wir mal, bei Bonn, schon mal läuft's ein bisschen besser. Beide jetzt mit drei von fünf Hasen, genau. Mir gefallen diese grünen Asteroiden, die sehen einfach mega sexy aus. Ich weiß nicht, warum, aber ich hätt auch gern so einen. Okay, ich finde, ich finde es schön, dass wir noch ein bisschen was über dich noch Neues erfährt, Dennis, noch ein bisschen was über dein Privatlebenpreis gibt. Finde ich gut. Button, genau, jetzt rein, jetzt reinfliegen. Ich schilde, einfach reinfliegen, scheiß drauf. Aber man sieht auf jeden Fall, Bonn, ja, beherrscht das Schild-Game deutlich besser als Rocket Beans. Die haben das Schild, glaube ich, noch nicht einmal aktiv benutzt, aber gut. Einfach reinfliegen. Hat ja bisher auch sonst so funktioniert, ne? Ja, ja, ja. Drei Hasen, ne? Das ist immer die Brut-Force-Taktik. Ja, schön, 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 schön. So, rechts, da drauf stehst du direkt? Jo. Ja, ja, let's go. Und dann kurz mehr gucken wir raus. Wir werden das heute angezeigt. Ja, ist so, okay, alles klar. Ich denke, wir müssen den Rechenweg wieder raus. Ja, nach links am jeden Fall. Okay, let's go. Komm, das haben wir, das haben wir, alles gut. So schön, einfach direkt hinfliegen, egal wie. Vollgas. Ich geh nach links, ich geh nach unten. Wie nach links, nach links geh ich. Ich geh nach unten. Okay. Einfach vollgas. Ja, wir sind voll Api, also das Brenn-Leber. Aber ich hab grad eben gesehen, wie ich glaub, schießt auf den Knopf. Was hast du gesehen? Äh, behalten wir auf die HP, mit dem wir das Level verlassen. Ja, aber ich schießt auf die HP, mit dem wir das Level verlassen. Wo ist denn das vor uns? Nix, links, einfach. Flieg aber durch, wir haben Schild, wir haben Schild. Der Schild macht's, mach gar nichts. Schild ist, könnt komplett durchfliegen. Einfach rein, komplett rein. Einfach rein, einfach rein. Wundert euch nicht, kleine technische Probleme, aber wir arbeiten schon dran. Vollgas, vollgas, vollgas. Let's go. Sehr gut. Auf geht's. Die sind sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir. Äh, liebes Team Bonjoa, hört ihr uns gerade? Warum? Team Bonjoa? Hallo, hallo? Ihr müsst bitte kurz einmal bitte pausieren. Wir haben gerade ein paar technische Probleme bei Team Rocket Beans. Okay, da los. Geist halber machen wir eine kurze Pause, bitte. Ja, das ist auch der perfekte Moment. Team Bonjoa da gerade abgeschlossen. Episode 2, großer Bär. Planetoiden-Wahnsinn in 5 Minuten 10. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Bei euch läuft alles gut, aber eure Kontrahenten haben leider gerade technische Probleme. Und fairerweise wartet Team Bonjoa. Das führt uns noch einmal zu uns. Unvorhergesehenerweise, aber uns geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir, Steffen? Mir geht's auch gut. Ich muss sagen, ich hab ja jetzt noch nicht so viele Stunden hier auf dem Tacho, so wie du. Von daher bin ich noch ganz frisch und frohen Mutes. Mal gucken, wie es mir in zwei Stunden geht. Wie geht's dir, Dennis? Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin gestern um sechs aufgestanden. Aber ansonsten alles super. Rebe-Regie, bitte nochmal. Ja, lass uns mal den Clicker angucken. Das interessiert mich schon die ganze Zeit, was bei dem Clicker abgeht. Zeig ihn mir. Lecker. Das ist relativ eng. Wobei, jetzt nicht mehr. Es ist, glaube ich, relativ eindeutig sogar. Ja. Wobei es immer schwierig ist, die Farben zu erkennen, wer wer ist. Wie war das? Orange ist, glaube ich, Team ... Rocket Beans. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, Pink war Team Bonjoa. Bisher in diesem Spiel deutlich überlegen. Dafür beim Schiffeversenken Team Rocket Beans. Bisher, glaube ich, etwas im Vorteil. Ja, das stimmt. Was sagt das über unsere Communities aus, frage ich mich. Die einen sind noch jung im Finger. Ja, du hast recht. Aber vielleicht dreht sich das hier noch das Blatt. Das ist gleich noch spektakulär. Wir werden das Ganze natürlich noch weiter verfolgen, ob sich dieser Strahl gleich in die andere Richtung bewegt oder nicht. Und dann gibt's extra Punkte. Und zwar fünf Credits. Und für diese Credits kann das Team, dessen Community gewonnen hat, denn sich noch mehr kaufen. Und was es zu kaufen gibt, haben wir eben gerade schon mal gesehen. Wir können da gerne noch mal drauf gucken, weil ich find das mega spannend. Wir haben das hier auch noch mal in ausgedruckter Form. Aber vielleicht wollt ihr das auch noch mal in groß sehen. Oder ich weiß es nicht. Und für alle Leute, die nicht wissen, was sind denn fünf Credits. Fünf Credits sind zum Beispiel ein Klappstuhl. Ja. Also das ist auch was wert. Da hat man wirklich was in der Hand mit fünf Credits. Genau. Es gibt natürlich keine Klappstühle mehr, vollkommen richtig. Aber wie wär's mit einem Sweater beispielsweise? Genau, ein Sweater. Aber das sind auch die einzigen Dinge, die man für fünf kriegt. Das ist wahrscheinlich der Inflation geschuldet. Ah, doch, man kriegt noch einen, stimmt, du hast recht. Ein Sweater Bonjois oder ein Bonjois-Sweater. Ja, und mit zehn. Wenn man zehn hat, da kann man sich schon noch ein paar Sitzsäcke kaufen. Vielleicht Team Rockbeams. Ja, da haben wir's. Hauself, Team Bonjois gewinnt. Ja, das sind zum Credits für die Jungs, ganz genau. Und ich bin gespannt, ob die noch weiter sparen werden. Da sehen wir die besagte Kaufkarte. Ich find's mega spannend. Ich guck mich die immer wieder gerne an und frag mich, was ich mir als nächstes holen würde. Chili con carne hab ich gerade schon gegessen. Ich nehm eher con als sin. Wie sieht's bei dir aus? Was holst du dir, Stefan? Ja, wie gesagt, die Torten gucken mich ja schon so ein bisschen an. Ich find aber auch die Bagel-Platte immer sehr, sehr gut. Die gibt's ja hier öfters mal bei Rocket Beans. Und die ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Eine große Variation an unterschiedlichen Bagels. Kostet aber natürlich auch 15 Punkte. Da muss man ein bisschen gucken. Steffen, der Bagel-Vertreter. Ja, da muss man mal schauen. Wie ist es denn bei dir, Dennis? Du bist ja auch Veteran von Haus an Haus. Was ist für dich das wichtigste Essen, das man kaufen muss bei Haus an Haus, um die Nacht zu bestellen? Energydrinks, natürlich, tatsächlich. Also ich kann die auch sehr, sehr, sehr viele davon konsumieren. Mehr als wahrscheinlich gesund ist. Empfehle ich keinem. Hab ich selbst getestet. Bin auch schon mal umgefallen davon. Aber ansonsten... Okay. Koffein natürlich nicht unwichtig bei diesem Event, das bald weitergehen wird. Ihr merkt, wie souverän wir das Ganze hier gerade überbrücken. Gleich geht's weiter. Und wir haben noch viele andere Sachen im Programm. Welche kann ich euch leider nicht verraten. Aber ich kann euch sagen, insgesamt sind's 24 an der Zahl. Das war der achte. Wir hatten's eingangs gesagt. Wir haben ein Drittel durch. 16 Spiele kommen noch. Und damit auch ihr die Möglichkeit habt, diese folgenden 16 Stunden, die es denn ja insgesamt auch circa sind, noch bei Bewusstsein zu verfolgen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, einmal kurz eure Energiereserven aufzufrischen. Sei es mit Energydrinks oder mit purer Liebe. Wir gehen kurz in die Werbung. Bis gleich. Die Bis zum nächsten Mal.